Erste Abteilung. Vermischte Meinungen und Sprüche. An die Enttäuschten der Philosophie. Wenn ihr bisher an den höchsten Wert des Lebens geglaubt habt und euch nun enttäuscht seht, müsst ihr es denn jetzt zum niedrigsten Preise losschlagen? Verwöhnt. Man kann sich auch in Bezug auf die Helligkeit der Begriffe verwöhnen. Wie ekelhaft wird da der Verkehr mit den halbklaren, dunstigen, strebenden Ahnenden. Wie lächerlich und doch nicht erheiternd wirkt ihr ewiges Flattern und Haschen und doch nicht Fliegen und Fangen können. Die Freie der Wirklichkeit. Wer endlich merkt, wie sehr und wie lange er genarrt worden ist, umarmt aus Trotz selbst die hässlichste Wahrheit, so dass dieser den Verlauf der Welt im Ganzen gesehen zu allen Zeiten die allerbesten freier zugefallen sind, denn die Besten sind immer am besten und längsten getäuscht worden. Fortschritt der Freigeisterei Man kann den Unterschied der früheren und der gegenwärtigen Freigeisterei nicht besser verdeutlichen, als wenn man jenes Satzes gedenkt, den zu erkennen und auszusprechen, die ganze Unerschrockenheit des vorigen Jahrhunderts nötig war und der dennoch, von der jetzigen Einsicht ausbemessen, zu einer unfreiwilligen Naivität herabsinkt. Ich meine den Satz Voltaires Eine Erbsünde der Philosophen Die Philosophen haben sich zu allen Zeiten die Sätze der Menschenprüfer, Moralisten, sich angeeignet und verdorben dadurch, dass sie dieselben unbedingt nahmen und das notwendig beweisen wollten, was von jenen nur als ungefährer Fingerzeig oder gar als Land- oder Stadtsässige Wahrheit eines Jahrzehnts gemeint war, während sie gerade dadurch sich über jene zu erheben meinten. So wird man als Grundlage der berühmten Lehren Schopenhauers vom Primat des Willens vor dem Intellekt, von der Unveränderlichkeit des Charakters, von der Negativität der Lust, welche alle, so wie er sie versteht, Irrtümer sind, populäre Weisheiten finden, welche Moralisten aufgestellt haben. Schon das Wort Wille, welches Schopenhauer zur gemeinsamen Bezeichnung vieler menschlicher Zustände umbildete und in eine Lücke der Sprache hineinstellte, zum großen Vorteil für ihn selber, soweit er Moralist war, da es ihm nun freistand, vom Willen zu reden, wie Pascal von ihm geredet hatte. Schon der Wille Schopenhauers ist unter den Händen seines Urhebers durch die Philosophenwut der Verallgemeinerung zum Unheil für die Wissenschaft ausgeschlagen. Denn dieser Wille ist zu einer poetischen Metapher gemacht, wenn behauptet wird, alle Dinge in der Natur hätten Willen. Endlich ist er zum Zwecke einer Verwendung bei allerhand mystischem Unfuge zu einer falschen Verdinglichung gemissbraucht worden und alle Modephilosophen sagen es nach und scheinen es ganz genau zu wissen, dass alle Dinge einen Willen hätten, ja dieser eine Wille wären, was nach der Abschilderung, die man von diesem All-Eins-Wissen macht, so viel bedeutet, dass er eine Verwendung bei allerhand mystischem Unfuge als ob man durchaus den dummen Teufel zum Gotte haben wolle. Wieder die Phantasten. Der Phantast verleugnet die Wahrheit vor sich, der Lügner nur vor anderen. Lichtfeindschaft. Macht man jemandem klar, dass er streng verstanden, nie von Wahrheit, sondern immer nur von Wahrscheinlichkeit und deren Geraden reden könne, so entdeckt man gewöhnlich an der unverhohlenen Freude des also Belehrten, wie viel lieber den Menschen die Unsicherheit des geistigen Horizontes ist und wie sie die Wahrheit im Grunde ihrer Seele wegen ihrer Bestimmtheit hassen. Liegt es daran, dass sie alle insgeheim selber Furcht davor haben, dass man einmal das Licht der Wahrheit zu hell auf sie fallen lasse? Sie wollen etwas bedeuten, folglich darf man nicht genau wissen, was sie sind? Oder ist es immer nur die Scheu vor dem allzu hellen Licht, an welches ihrer dämmernden, leicht blendenden Fledermausseelen nicht gewöhnt sind, sodass sie es hassen müssen? Christenskepsis Pilatus mit seiner Frage, was ist Wahrheit, wird jetzt gern als Advokat Christi eingeführt, um alles Erkannte und Erkennbare als Schein zu verdächtigen und auf dem schauerlichen Hintergrunde des Nicht-Wissen-Könnens das Kreuz aufzurichten. Naturgesetz, ein Wort des Aberglaubens Wenn ihr so entzückt von der Gesetzmäßigkeit in der Natur redet, so müsst ihr doch entweder annehmen, dass aus freiem, sich selbst unterwerfenden Gehorsam alle natürlichen Dinge ihrer Gesetze folgen, in welchem Falle ihr also die Moralität der Natur bewundert, oder euch entzückt die Vorstellung eines schaffenden Mechanikers, der die kunstvollste Uhr mit lebenden Wesen als Zierrad daran gemacht hat. Die Notwendigkeit in der Natur wird durch den Ausdruck Gesetzmäßigkeit, menschlicher und ein letzter Zufluchtswinkel der mythologischen Träumerei. Der Historie verfallen Die Schleierphilosophen und Weltverdunkler, also alle Metaphysiker feineren und gröberen Korns, ergreift Augen, Ohren und Zahnschmerz, wenn sie zu argwöhnen beginnen, dass es mit dem Satze die ganze Philosophie sei von jetzt ab der Historie verfallen, seine Richtigkeit habe. Es ist ihnen, ihrer Schmerzen wegen zu verzeihen, dass sie nach jenem, der so spricht, mit Steinen und Unflat werfen. Die Lehre selbst kann aber dadurch eine Zeit lang schmutzig und unansehnlich werden und dann Wirkung verlieren. Der Pessimist des Intellekts Der wahrhaft Freie im Geist wird auch über den Geist selber frei denken und sich einiges Furchtbare in Hinsicht auf Quelle und Richtung desselben nicht verhehlen. Deshalb werden ihn die anderen vielleicht als den ärgsten Gegner der Freigeisterei bezeichnen und mit dem Schimpf- und Schreckwort Pessimist des Intellekts belegen. Gewohnt, wie sie sind, jemanden nicht nach seiner hervorragenden Stärke und Tugend zu nennen, sondern nach dem, was ihnen am fremdesten an ihm ist. Schnappsack der Metaphysiker Allen denen, welche so großtuerisch von der Wissenschaftlichkeit ihrer Metaphysik reden, soll man gar nicht antworten. Es genügt, sie an dem Bündel zu rupfen, welches sie einigermaßen scheu hinter ihrem Rücken verborgen halten. Gelingt es, dasselbe zu lüpfen, so kommen die Resultate jener Wissenschaftlichkeit zu ihrem Erröten ans Licht. Ein kleiner lieber Herrgott, eine artige Unsterblichkeit, vielleicht etwas Spiritismus und jedenfalls ein ganzer verschlungener Haufen von armen Sünder-Elend und Pharisäer-Hochmut. Gelegentliche Schädlichkeit der Erkenntnis Die Nützlichkeit, welche die unbedingte Erforschung des Wahren mit sich bringt, wird fortwährend so hundertfach neu bewiesen, dass man die feinere und seltenere Schädlichkeit, an der einzelne ihre Teilen zu leiden haben, unbedingt mit in den Kauf nehmen muss. Man kann es nicht verhindern, dass der Chemiker bei seinen Versuchen sich gelegentlich vergiftet und verbrennt. Was vom Chemiker gilt, gilt von unserer gesamten Kultur, woraus sich, nebenbei gesagt, deutlich ergibt, wie sehr dieselbe für Heilsalben bei Verbrennungen und für das stete Vorhandensein von Gegengiften zu sorgen hat. Philisternotdurft Der Philister meint einen Purpurfetzen oder Turban von Metaphysik am nötigsten zu haben und will ihn durchaus nicht schlüpfen lassen. Und doch würde man ihn ohne diesen Putz weniger lächerlich finden. Die Schwärmer Mit allem, was Schwärmer zugunsten ihres Evangeliums oder ihres Meisters sagen, verteidigen sie sich selbst, so sehr sie sich auch als Richter und nicht als Angeklagte gebärden, weil sie unwillkürlich und fast in jedem Augenblick daran erinnert werden, dass sie Ausnahmen sind, die sich legitimieren müssen. Das Gute verführt zum Leben Alle guten Dinge sind starke Reizmittel zum Leben, selbst jedes gute Buch, das gegen das Leben geschrieben ist. Glück des Historikers Wenn wir die spitzfindigen Metaphysiker und Hinterwäldler reden hören, fühlen wir anderen freilich, dass wir die Armen im Geist sind, aber auch, dass unser das Himmelreich des Wechsels mit Frühling und Herbst, Winter und Sommer und jener die Hinterwelt ist, mit ihren so grauen, frostigen, unendlichen Nebeln und Schatten, so sprach einer zu sich bei einem Gange in der Morgensonne, einer, dem bei der Historie nicht nur der Geist, sondern auch das Herz sich immer neu verwandelt und der, im Gegensatz zu den Metaphysikern, glücklich darüber ist, nicht eine unsterbliche Seele, sondern viele sterbliche Seelen in sich zu beherbergen. Drei Arten von Denkern Es gibt strömende, fließende, tröpfelnde Mineralquellen und dementsprechend drei Arten von Denkern. Der Laie schätzt sie nach der Masse des Wassers, der Kenner nach dem Gehalt des Wassers ab, also nach dem, was eben nicht Wasser in ihnen ist. Das Bild des Lebens Die Aufgabe, das Bild des Lebens zu malen, so oft sie auch von Dichtern und Philosophen gestellt wurde, ist trotzdem unsinnig. Auch unter den Händen der größten Maler, Denker, sind immer nur Bilder und Bildchen aus einem Leben, nämlich aus ihrem Leben, entstanden. Und nichts anderes ist auch nur möglich. Im Werdenden kann sich ein Werdendes nicht als fest und dauernd nicht als ein Das spiegeln. Wahrheit will keine Götter neben sich. Der Glaube an die Wahrheit beginnt mit dem Zweifel an allen bis dahin geglaubten Wahrheiten. Worüber Schweigen verlangt wird Wenn man von der Freigeisterei wie von einer höchst gefährlichen Gletscher- und Eismeerwanderung redet, so sind die, welche jenen Weg nicht gehen wollen, beleidigt, als ob man ihnen Zaghaftigkeit und schwache Knie zum Vorwurf gemacht hätte. Das Schwere, dem wir uns nicht gewachsen fühlen, soll nicht einmal vor uns genannt werden. Historia in Nutze Die ernsthafteste Parodie, die ich je hörte, ist diese. Im Anfang war der Unsinn und der Unsinn war bei Gott und Gott göttlich war der Unsinn. Unheilbar Ein Idealist ist unverbesserlich. Wirft man ihn aus seinem Himmel, so macht er sich aus der Hölle ein Ideal zurecht. Man enttäuschte ihn und siehe, er wird die Enttäuschung nicht minder brünstig umarmen, als er noch jüngst die Hoffnung umarmt hat. Insofern sein Hang zu den großen unheilbaren Hängen der menschlichen Natur gehört, kann er tragische Schicksale herbeiführen und später Gegenstand von Tragödien werden, als welche es eben mit dem unheilbaren, unabwendbaren, unentfliehbaren in Menschenlos und Charakter zu tun haben. Der Beifall selber als Fortsetzung des Schauspiels. Strahlende Augen und ein wohlwollendes Lächeln ist die Art des Beifalls, welcher der ganzen großen Welt und Daseinskomödie gezollt wird. Aber zugleich eine Komödie in der Komödie, welche die anderen Zuschauer vom Plaudite Amiki verführen soll. Mut zur Langweiligkeit Wer den Mut nicht hat, sich und sein Werk langweilig finden zu lassen, ist gewiss kein Geist ersten Ranges, sei es in Künsten oder Wissenschaften. Ein Spotter, der ausnahmsweise auch ein Denker wäre, könnte bei einem Blick auf die Welt und Geschichte hinzufügen, Gott hatte diesen Mut nicht. Er hat die Dinge insgesamt zu interessant machen wollen und gemacht. Aus der innersten Erfahrung des Denkers Nichts wird den Menschen schwerer, als eine Sache unpersönlich zu fassen. Ich meine, in ihr eben eine Sache und keine Person zu sehen. Ja, man kann fragen, ob es überhaupt möglich ist, das Urwerk seines personenbildenden, personendichtenden Triebes auch nur einen Augenblick auszuhängen. Verkehrt er doch selbst mit Gedanken und seien es die abstraktesten, so, als wären es Individuen, mit denen man kämpfen, an die man sich anschließen, welche man behüten, pflegen, aufnähren müsse. Blauern und belauschen wir uns nur selber in jenen Minuten, wo wir einen uns neuen Satz hören oder finden. Vielleicht missfällt er uns, weil er so trotzig, so selbstherrlich dasteht. Unbewusst fragen wir uns, ob wir ihm nicht einen Gegensatz als Feind zur Seite ordnen, ob wir ihm ein vielleicht, ein mitunter anhängen können. Selbst das Wörtchen wahrscheinlich gibt uns eine Genugtuung, weil es die persönlich lange Tyrannei des Unbedingten bricht. Wenn dagegen jener neue Satz in milderer Form einherzieht, feindultsam und demütig und dem Widerspruch gleichsam in die Arme sinkend, so versuchen wir es mit einer anderen Probe unserer Selbstherrlichkeit. Wie können wir diesem schwachen Wesen nicht zu Hilfe kommen, es streicheln und nähren, ihm Kraft und Fülle, ja Wahrheit und Selbst Unbedingtheit geben? Ist es möglich, uns elternhaft und ritterlich oder mitleidig gegen dasselbe zu benehmen? Dann wieder sehen wir hier ein Urteil und dort ein Urteil entfernt voneinander ohne sich anzusehen, ohne sich aufeinander zuzubewegen. Da kitzelt uns der Gedanke, ob hier nicht eine Ehe zu stiften, ein Schluss zu ziehen sei mit dem Vorgefühle, dass im Falle sich eine Folge aus diesem Schlusse ergibt, nicht nur die beiden ehelich verbundenen Urteile, sondern auch die Ehestifter die Ehre davon haben. Kann man aber weder auf dem Wege des Trotzes und Übelwollens noch auf dem des Wohlwollens jenen Gedanken etwas anhaben, hält man ihn für wahr. Dann unterwirft man sich und huldigt ihm als einem Führer und Herzoge, gibt ihm einen Ehrenstuhl und spricht nicht ohne Gepränge und Stolz von ihm. Denn in seinem Glanze glänzt man mit. Wehe dem, der diesen verdunkeln will. Es sei denn, dass er selber uns eines Tages bedenklich wird. Dann stoßen wir die unermüdlichen Königsmacher, Kingmakers, der Geschichte des Geistes, ihn vom Throne und heben flugs seinen Gegner hinauf. Dies erwäge man und denke noch ein Stück weiter. Gewiss wird niemand dann von einem Erkenntnisstriebe an und für sich reden. Weshalb zieht also der Mensch das Wahre dem Unsinn vor, in dessen heimlichen Kampfe mit Gedanken Personen, in dieser meist versteckt bleibenden Gedankenehestiftung, Gedanken Staatenbegründung, Gedanken Kinderzucht, Gedanken Armen und Krankenpflege aus dem gleichen Grunde, aus dem er die Gerechtigkeit im Verkehre mit wirklichen Personen übt. Jetzt aus Gewohnheit, Vererbung, Anerziehung, ursprünglich, weil das Wahre, die auch das Billige und Gerechte, nützlicher und ehrbringender ist, als das Unwahre. Denn im Reiche des Denkers sind Macht und Ruf schlecht zu behaupten, die sich auf dem Irrtum oder der Lüge aufbauen. Das Gefühl, dass ein solcher Bau irgendeinmal zusammenbrechen könne, ist demütigend für das Selbstbewusstsein seines Baumeisters. Er schämt sich der Zerbrechlichkeit seines Materials und möchte, weil er sich selber wichtiger als die übrige Welt nimmt, nichts tun, was nicht dauernder als die übrige Welt wäre. Im Verlangen nach der Wahrheit umarmt er den Glauben an die persönliche Unsterblichkeit, d.h. den hochmütigsten und trotzigsten Gedanken, den es gibt, verschwistert, wie er ist, mit dem Hintergedanken Periat Periat mundus dum ego salvus sim. Sein Werk ist ihm zu seinem Ego geworden, er schafft sich selber ins Unvergängliche, allem Trotz bietende um. Sein unermesslicher Stolz ist es, der nur die besten, härtesten Steine zum Werke verwenden will, Wahrheiten also, oder das, was er dafür hält. Mit Recht hat man zu allen Zeiten das Laster der Wissenden den Hochmut genannt. Doch würde es ohne dieses triebkräftige Laster erbärmlich um die Wahrheit und deren Geltung auf Erden bestellt sein. Darin, dass wir uns vor unseren eigenen Gedanken, Begriffen, Worten, fürchten, dass wir aber auch in ihnen uns selber ehren, ihnen unwillkürlich die Kraft zuschreiben, uns belohnen, verachten, loben und tadeln zu können, darin, dass wir also mit ihnen wie mit freien geistigen Personen mit unabhängigen Mächten verkehren, als gleiche mit gleichen, darin hat das seltsame Phänomen seine Wurzel, welches ich intellektuales Gewissen genannt habe. So ist auch hier etwas moralisches höchster Gattung aus einer Schwarzwurzel herausgeblüht. Die Obskuranten das Wesentliche an der schwarzen Kunst des Obskurantismus ist nicht, dass er die Köpfe verdunkeln will, sondern dass er das Bild der Welt anschwärzen, unsere Vorstellung vom Dasein verdunkeln will. Dazu dient ihm zwar häufig jenes Mittel, die Aufhellung der Geister zu hintertreiben, mitunter aber gebraucht er gerade das entgegengesetzte Mittel und sucht durch die höchste Verfeinerung des Intellekts einen Überdruss an dessen Früchten zu erzeugen. Spitzfindige Metaphysiker, welche die Skepsis vorbereiten und durch ihren übermäßigen Scharfsinn zum Misstrauen gegen den Scharfsinn auffordern, sind gute Werkzeuge eines feineren Obskurantismus. Ist es möglich, dass selbst Kant in dieser Absicht verwendet werden kann? Ja, dass er nach seiner eigenen berüchtigten Erklärung etwas derartiges wenigstens zeitweilig gewollt hat? Dem Glauben Bahnmachen dadurch, dass er dem Wissen seine Schranken wies? Was ihm nun freilich nicht gelungen ist? Ihm so wenig wie seinen Nachfolgern auf den Wolfs- und Fuchsgängen dieses höchst verfeinerten und gefährlichen Obskurantismus, ja des gefährlichsten, denn die schwarze Kunst erscheint hier in einer Lichthülle. An welcher Art von Philosophie die Kunst verdirbt? Wenn es den Nebeln einer metaphysisch-mystischen Philosophie gelingt, alle ästhetischen Phänomene undurchsichtbar zu machen, so folgt dann, dass sie auch untereinander unabschätzbar sind, weil jedes einzelne unerklärlich wird. Dürfen sie aber nicht einmal mehr miteinander zum Zwecke der Abschätzung verglichen werden, so entsteht zuletzt eine vollständige Unkritik, ein blindes Gewährenlassen, Daraus aber wiederum eine stetige Abnahme des Genusses an der Kunst, welcher nur durch ein höchst verschärftes Schmecken und Unterscheiden sich von der rohen Stillung eines Bedürfnisses unterscheidet. Je mehr aber der Genuss abnimmt, umso mehr wandelt sich das Kunstverlangen zum gemeinen Hunger um und zurück, dem nun der Künstler durch immer gröbere Kost abzuhelfen sucht. Auf geht's seh, meine Das Schmerzlichste, was der Denker zu den Künstlern sagen kann, lautet, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Am Webstuhle Den Wenigen, welche Freude daran haben, den Knoten der Dinge zu lösen und sein Gewebe aufzutrennen, arbeiten viele entgegen, zum Beispiel alle Künstler und Frauen, ihn immer wieder neu zu knüpfen und zu verwickeln und so das Begriffene ins Unbegriffene, womöglich Unbegreifliche umzubilden. Was dabei auch sonst herauskomme, das Gewebte und Verknotete wird immer etwas unreinlich aussehen müssen, weil zu viele Hände daran arbeiten und ziehen. In der Wüste der Wissenschaft Dem wissenschaftlichen Menschen erscheinen auf seinen bescheidenen und mühsamen Wanderungen, die oft genug Wüstenreisen sein müssen, jene glänzenden Lufterscheinungen, die man philosophische Systeme nennt. Sie zeigen mit zauberischer Kraft der Täuschung die Lösung aller Rätsel und und den frischesten Trunk wahren Lebenswassers in der Nähe. Das Herz schwelgt und der Ermüdete berührt das Ziel aller wissenschaftlichen Ausdauer und Not beinahe schon mit den Lippen, sodass er wie unwillkürlich vorwärts drängt. Freilich bleiben andere Naturen von der schönen Täuschung wie betäubt stehen. Die Wüste verschlingt sie, für die Wissenschaft sind sie tot. Wieder andere Naturen, welche jene subjektiven Tröstungen schon öfter erfahren haben, werden wohl aufs Äußerste missmutig und verfluchen den Salzgeschmack, welchen jene Erscheinungen im Munde hinterlassen und aus dem ein rasender Durst entsteht, ohne dass man nur einen Schritt damit irgendeiner Quelle näher gekommen wäre. Die angebliche wirkliche Wirklichkeit Der Dichter stellt sich so, wenn er die einzelnen Berufsarten, zum Beispiel die des Feldherrn, des Seidenwebers, des Seemanns schildert, als ob er diese Dinge von Grund aus kenne und ein Wissen da sei. Ja, bei der Auseinandersetzung menschlicher Handlungen und Geschicke benimmt er sich, wie als ob er beim Ausspinnen des ganzen Weltennetzes zugegen gewesen sei. Insofern ist er ein Betrüger. Und zwar betrügt er vor lauter Nichtwissenden und deshalb gelingt es ihm. Diese bringen ihm das Lob seines echten und tiefen Wissens entgegen und verleiten ihn endlich zu dem Wahne, er wisse die Dinge wirklich so gut wie der einzelne Kenner und Macher, ja wie die große Welten Spinne selber. Zuletzt also wird der Betrüger ehrlich und glaubt an seine Wahrhaftigkeit. Ja, die empfindenden Menschen sagen es ihm sogar ins Gesicht, er habe die höhere Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Sie sind nämlich der Wirklichkeit zeitweilig müde und nehmen den dichterischen Traum als eine wohltätige Ausspannung und Nacht für Kopf und Herz. Was dieser Traum ihnen zeigt, erscheint ihnen jetzt mehr wert, weil sie es wie gesagt wohltätiger empfinden. Und immer haben die Menschen gemeint, das wertvolle Scheidende sei das Wahrere, Wirklichere. Die Dichter, die sich dieser Macht bewusst sind, gehen absichtlich darauf aus, das, was für gewöhnliche Wirklichkeit genannt wird, zu verunglimpfen und zum unsicheren, scheinbaren, unechten, Sünd, Leid und Trugvollen umzubilden. Sie benutzen alle Zweifel über die Grenzen der Erkenntnis, alle skeptischen Ausschreitungen um die faltigen Schleier der Unsicherheit über die Dinge zu breiten, damit dann, nach dieser Verdunkelung, ihre Zauberei und Seelenmagie recht unbedenklich als Weg zur wahren Wahrheit, zur wirklichen Wirklichkeit verstanden werde. Gerecht sein wollen und Richter sein wollen. Schopenhauer, dessen große Kennerschaft für Menschliches und allzu Menschliches, dessen ursprünglicher Tatsachensinn nicht wenig durch das bunte Leopardenfell seiner Metaphysik beeinträchtigt worden ist, welches man ihm erst abziehen muss, um ein wirkliches Moralistengenie darunter zu entdecken. Schopenhauer macht jene treffliche Unterscheidung, mit der er viel mehr Recht behalten wird, als er sich selber eigentlich zugestehen durfte. Die Einsicht in die strenge Notwendigkeit der menschlichen Handlungen ist die Grenzlinie, welche die philosophischen Köpfe von den anderen scheidet. Dieser mächtigen Einsicht, welche er zu Zeiten offen stand, wirkte er bei sich selber durch jenes Vorurteil entgegen, welches er mit den moralischen Menschen, nicht mit den Moralisten, noch gemein hatte und dass er ganz harmlos und gläubig so ausspricht. Der letzte und wahre Aufschluss über das innere Wesen des Ganzen der Dinge muss notwendig eng zusammenhängen mit dem über die ethische Bedeutsamkeit des menschlichen Handelns. Was eben durchaus nicht notwendig ist, vielmehr durch jenen Satz von der strengen Notwendigkeit der menschlichen Handlungen das heißt der unbedingten Willens Unfreiheit und Unverantwortlichkeit eben abgelehnt wird. Die philosophischen Köpfe werden sich also von den anderen durch den Unglauben an die metaphysische Bedeutsamkeit der Moral unterscheiden. Und das dürfte eine Kluft zwischen sie legen, von deren Tiefe und Unüberbrückbarkeit die so geschlüpft geschlüpft zeigte dahinter wieder die ehrenblickende Mauer des Fatums. Wir sind im Gefängnis, frei können wir uns nur träumen, nicht machen. Dass diese Erkenntnis nicht lange mehr widerstrebt werden kann, das zeigen die verzweifelten und unglaublichen Stellungen und Verzerrungen derer an, welche gegen sie andringen, mit ihr noch den Ringkampf fortsetzen. So ungefähr geht es bei ihnen jetzt zu. Also kein Mensch verantwortlich und alles voll Schuld und Schuldgefühl? Aber irgendwer muss doch der Sünder sein. Ist es unmöglich und nicht mehr erlaubt den Einzelnen die arme Welle im notwendigen Wellenspiele des Werdens anzuklagen und zu richten? Nun denn, so sei das Wellenspiel selbst, das Werden der Sünder. Hier ist der freie Wille, hier darf angeklagt, verurteilt, gebüßt und gesühnt werden. So sei Gott der Sünder und der Mensch sein Erlöser. So sei die Weltgeschichte Schuld, Selbstverurteilung und Selbstmord. So werde der Missetäter zum eigenen Richter, der Richter zum eigenen Henker. Dieses auf den Kopf gestellte Christentum, was ist es denn sonst, ist der letzte Fechter Ausfall im Kampfe der Lehre von der unbedingten Moralität mit der von der unbedingten Unfreiheit. Ein schauerliches Ding, wenn es mehr wäre als eine logische Grimasse, mehr als eine hässliche Gebärde des unterliegenden Gedankens. Etwa der Todeskampf des verzweifelnden und heilsüchtigen Herzens, dem der Wahnsinn zuflüstert, siehe, du bist das Lamm, das Gottes Sünde trägt. Der Irrtum steckt nicht nur im Gefühle, ich bin verantwortlich, sondern eben in jenem Gegensatz, ich bin es nicht, aber irgendwer muss es doch sein. Dies ist eben nicht wahr. Der Philosoph hat also zu sagen, wie Christus richtet nicht. Und der letzte Unterschied zwischen den philosophischen Köpfen und den anderen wäre der, dass die ersten gerecht sein wollen, die anderen Richter sein wollen. Aufopferung Ihr meint, das Kennzeichen der moralischen Handlung sei die Aufopferung? Denkt doch nach, ob nicht bei jeder Handlung, die mit Überlegung getan wird, Aufopferung dabei ist, bei der schlechtesten wie bei der besten. Gegen die Nierenprüfer der Sittlichkeit Man muss das Beste und das Schlechteste kennen, dessen ein Mensch fähig ist, im Vorstellen und Ausführen, um zu beurteilen, wie stark seine sittliche Natur ist und würde. Aber jenes zu erfahren ist unmöglich. Schlangenzahn Schlangenzahn Ob man einen Schlangenzahn habe oder nicht, weiß man nicht eher, als bis jemand die Ferse auf uns gesetzt hat. Eine Frau oder Mutter würde sagen, bis jemand die Ferse auf unseren Liebling, unser Kind gesetzt hat. Unser Charakter wird noch mehr durch den Mangel gewisser Erlebnisse als durch das, was man erlebt, bestimmt. Der Betrug in der Liebe Man vergisst manches aus seiner Vergangenheit und schlägt es sich absichtlich aus dem Sinn. Das heißt, man will, dass unser Bild, welches von der Vergangenheit her uns anstrahlt, uns belüge, unserem Dünkel schmeichele. Wir arbeiten fortwährend an diesem Selbstbetruge. Und nun meint ihr, die ihr so viel vom Sich-Selbst-Vergessen in der Liebe, vom Aufgehen des Ich in der anderen Person redet und rühmt, dies sei etwas wesentlich anderes? Also man zerbricht den Spiegel, dichtet sich eine Person hinein, die man bewundert und genießt nun das neue Bild seines Ich, ob man es schon mit dem Namen der anderen Person nennt. Und dieser ganze Vorgang soll nicht Selbstbetrug, Nicht-Selbstsucht sein, ihr Wunderlichen. Ich denke, die, welche etwas von sich vor sich verhehlen und die, welche sich als Ganzes vor sich verhehlen, sind darin gleich, dass sie in der Schatzkammer der Erkenntnis einen Diebstahl verüben. Woraus sich ergibt, vor welchem Vergehen der Satz Erkenne dich selbst warnt. An den Leugner seiner Eitelkeit Wer die Eitelkeit bei sich leugnet, besitzt sie gewöhnlich in so brutaler Form, dass er instinktiv vor ihr das Auge schließt, um sich nicht verachten zu müssen. Weshalb die Dummen so oft boshaft werden. Auf Einwände des Gegners, gegen welche sich unser Kopf zu schwach fühlt, antwortet unser Herz durch Verdächtigung der Motive seiner Einwände. Die Kunst der moralischen Ausnahmen Eine Kunst, welche die Ausnahmefälle der Moral zeigt und verherrlicht dort, wo das Gute Schlecht, das Ungerechte gerecht wird, darf man nur selten Gehör geben. Wie man von Zigeunern ab und zu etwas kauft, doch mit Scheu, dass sie nicht viel mehr entwenden, als der Gewinn beim Kaufe ist. Genuss und Nichtgenuss von Giften Das einzige entscheidende Argument, welches zu allen Zeiten die Menschen abgehalten hat, ein Gift zu trinken, ist nicht, dass es tötete, sondern, dass es schlecht schmeckte. Die Welt ohne Sündengefühle Wenn nur solche Taten getan würden, welche kein schlechtes Gewissen erzeugen, so sähe die menschliche Welt immer noch schlecht und schurkenhaft genug aus, aber nicht so kränklich und erbärmlich wie jetzt. Es lebten genug Böse ohne Gewissen zu allen Zeiten und vielen Guten und Braven fehlt das Lustgefühl des guten Gewinnens. Die Gewissenhaften Seinem Gewissen folgen ist bequemer als seinem Verstande, denn es hat bei jedem Misserfolg eine Entschuldigung und Aufheiterung in sich. Darum gibt es immer noch so viele Gewissenhafte gegen so wenig Verständige. Entgegengesetzte Mittel das Bitterwerden zu verhüten Im einen Temperament ist es von Nutzen seinen Verdruss in Worten auslassen zu können. Im Reden versüßt es sich. Ein anderes Temperament kommt erst durch das Aussprechen zu seiner vollen Bitterkeit. Ihm ist es rätlicher, etwas hinunterschlucken zu müssen. Der Zwang, den Menschen solcher Art sich vor Feinden oder Vorgesetzten antun, verbessert ihren Charakter und verhütet, dass er allzu scharf und sauer wird. Nicht zu schwer nehmen Sich wund legen ist unangenehm aber doch kein Beweis gegen die Güte der Kur nach der man bestimmt wurde sich zu Bett zu legen. Menschen, die lange außer sich lebten und endlich sich dem philosophischen Innen- und Binnenleben zuwandten, wissen, dass es auch ein sich Wundliegen von Gemüt und Geist gibt. Dies ist also kein Argument gegen die gewählte Lebensweise im Ganzen, macht aber einige kleine Ausnahmen und scheinbare Rückfälligkeiten nötig. Das menschliche Ding an sich Das verwundbarste Ding und doch das unbesiegbarste ist die menschliche Eitelkeit. Ja, durch die Verwundung wächst seine Kraft und kann zuletzt riesengroß werden. die Posse vieler Arbeitsamen. Sie erkämpfen durch ein Übermaß von Anstrengung sich freie Zeit und wissen nachher nichts mit ihr anzufangen als die Stunden abzuzählen bis sie abgelaufen sind. Viel Freude haben Wer viel Freude hat muss ein guter Mensch sein. Aber vielleicht ist er nicht der klügste obwohl er gerade das erreicht, was der Klügste mit all seiner Klugheit erstrebt. Im Spiegel der Natur Ist ein Mensch nicht ziemlich genau beschrieben, wenn man hört, dass er gern zwischen gelben hohen Kornfeldern geht, dass er die Waldes und Blumenfarben des abglühenden und vergilbten Herbstes allen anderen vorzieht, weil sie auf Schöneres hindeuten, als der Natur je gelingt, dass er unter großen fettblättrigen Nussbäumen sich ganz heimisch wie unter Blutsverwandten fühlt, dass im Gebirge seine größte Freude ist, jenen kleinen abgelegenen Seen zu begegnen, aus denen ihn die Einsamkeit selber mit ihren Augen anzusehen scheint, dass er jene graue Ruhe der Nebeldämmerung liebt, welch an Herbst und Frühwinterabenden an die Fenster heranschleicht und jedes seelenlose Geräusch wie mit Samtvorhängen ausschließt, dass er unbehaunes Gestein als übrig gebliebene, der Sprache begierige Zeugen der Vorzeit empfindet und von Kind an verehrt und zuletzt, dass ihm das Meer mit seiner beweglichen Schlangenhaut und Raubtierschönheit fremd ist und bleibt? Ja, etwas von diesem Menschen ist allerdings damit beschrieben, aber der Spiegel der Natur sagt nichts darüber, dass derselbe Mensch bei aller seiner idyllischen Empfindsamkeit und nicht einmal trotz ihrer ziemlich lieblos, knausrig und eingebildet sein könnte. Horatz, der sich auf dergleichen Dinge verstand, das zarteste Gefühl für das Landleben einem römischen Wucherer in Mund und Seele gelegt in den berühmten Beatus Ilequi Procul Nicotis. Macht ohne Siege Die stärkste Erkennt die von der völligen Unfreiheit des menschlichen Willens ist doch die ärmste an Erfolgen, denn sie hat immer den stärksten Gegner, die menschliche Eitelkeit. Lust und Irrtum Der eine teilt sich unwillkürlich durch sein Wesen an seine Freunde Wohltätigen mit, der andere willkürlich durch einzelne Verhandlungen. Obgleich das Erste als das Höhere gilt, so ist doch nur das Zweite mit dem guten Gewissen und der Lust verknüpft. Nämlich mit der Lust der Werkheiligkeit, welche auf dem Glauben an die Willkür unseres Gut und Schlimmtuns, das heißt auf einem Irrtum, ruht. Es ist Törecht, Unrecht zu tun. Eigenes Unrecht, das man zugefügt hat, ist viel schwerer zu tragen als Fremdes, das einem zugefügt wurde, nicht gerade aus moralischen Gründen wohlgemerkt. Der Täter ist eigentlich immer der Leidende, wenn er nämlich entweder den Gewissensbissen zugänglich ist oder der Einsicht, dass er die Gesellschaft gegen sich durch seine Handlungen bewaffnet und sich isoliert habe. Deshalb sollte man sich schon seines inneren Glücks wegen, also um seines Wohlbehagens nicht verlustig zu gehen, ganz abgesehen von allem, was Religion und Moral gebieten, vor dem Unrecht tun in Acht nehmen, mehr noch als vor dem Unrecht erfahren. Denn Letzteres hat den Trost des guten Gewissens, der Hoffnung auf Rache, auf Mitleiden und Beifall der Gerechten, ja der ganzen Gesellschaft, welche sich vor dem Übeltäter fürchtet. Nicht wenige verstehen sich auf die unsaubere Selbstüberlistung, jedes eigene Unrecht in ein fremdes, ihnen zugefügtes umzumünzen und für das, was sie selber getan haben, sich das Ausnahmerecht der Notwehr zur Entschuldigung vorzubehalten, um auf diese Weise viel leichter an ihrer Last zu tragen. Neid mit oder ohne Mundstück Der gewöhnliche Neid pflegt zu Gackern, sobald das beneidete Huhn ein Ei gelegt hat. Er erleichtert sich dabei und wird milder. Es gibt aber einen noch tieferen Neid. Der wird in solchem Falle totenstill und wünschend, dass jetzt jeder Mund versiegelt würde, immer wütender darüber, dass dies gerade nicht geschieht. Der schweigende Neid wächst im Schweigen. Der Zorn als Spion Der Zorn schöpft die Seele aus und bringt selbst den Bodensatz ans Licht. Man muss deshalb, wenn man sich nicht Klarheit zu schaffen weiß, seine Umgebung, seine Anhänger und Gegner in Zorn zu versetzen wissen, um zu erfahren, was im Grunde alles wieder uns geschieht und gedacht wird. Die Verteidigung moralisch schwieriger als der Angriff Das wahre Helden- und Meisterstück des guten Menschen liegt nicht darin, dass er die Sache angreift und die Person fortfährt zu lieben, sondern in dem viel schwereren seine eigene Sache zu verteidigen, ohne dass man der angreifenden Person bitteres Herzeleid mache und machen wolle. Das Schwert des Angriffs ist ehrlich und breit, das der Verteidigung läuft gewöhnlich auf einen Nadel aus. Ehrlich gegen die Ehrlichkeit Einer, der gegen sich öffentlich ehrlich ist, bildet sich zu allerletzt etwas auf diese Ehrlichkeit ein. Denn er weiß nur zu gut, warum er ehrlich ist, aus demselben Grunde, aus dem ein anderer den Schein und die Verstellung vorzieht. Glühende Kohlen Kohlen auf das anderen Hauptsammeln wird gewöhnlich missverstanden und schlägt fehl, weil der andere sich ebenfalls im Besitzer des Rechts weiß und auch seinerseits an das Kohlen sammeln gedacht hat. Gefährliche Bücher Da sagt einer Ich merke es an mir selber, dieses Buch ist schädlich. Aber er warte nur ab und vielleicht geschieht er sich eines Tages, dass dasselbe Buch ihm einen großen Dienst erwies, indem es die versteckte Krankheit seines Herzens hervortrieb und in die Sichtbarkeit brachte. Veränderte Meinungen verändern den Charakter eines Menschen nicht oder ganz wenig. Wohl aber beleuchten sie einzelne Seiten des Gestirns seiner Persönlichkeit, welche bisher bei einer anderen Konstellation von Meinungen dunkel und unerkennbar geblieben war. Geheucheltes Mitleiden Man heuchelt Mitleiden wenn man über das Gefühl der Feindseligkeit sich erhaben zeigen will, aber gewöhnlich umsonst. Dies bemerkt man nicht ohne ein starkes Zunehmen jener feindseligen Empfindung. Offener Widerspruch oft versöhnend Im Augenblick, wo eine seine Differenz der Lehrmeinung in Hinsicht auf einen berühmten Parteiführer oder Lehrer öffentlich zu erkennen gibt, glaubt alle Welt, er müsse ihm Gram sein. Mitunter hört er aber gerade da auf, ihm Gram zu sein. Er wagt es, sich selber neben ihn aufzustellen und ist die Qual der unausgesprochenen eifersucht eifersucht Sein Licht leuchten sehen Im verfinsterten Zustande von Trübsal, Krankheit, Verschuldung sehen wir es gern, wenn wir anderen noch leuchten und sie an uns die helle Mondscheibe wahrnehmen. Auf diesem Umwege nehmen wir an unserer eigenen Fähigkeit zu erhellen Anteil. Mitfreude Die Schlange, die uns sticht, meint uns wehe zu tun und freut sich dabei. Das niedrigste Tier kann sich fremden Schmerz vorstellen. Aber fremde Freude sich vorstellen und sich dabei freuen ist das höchste Vorrecht der höchsten Tiere und wieder unter ihnen nur den ausgesuchtesten Exemplaren zugänglich, also ein seltenes Humanum, so dass es die Philosophen gegeben hat, welche die Mitfreude geleugnet haben. Nachträgliche Schwangerschaft Die, welche zu ihren Werken und Taten gekommen sind, sie wissen nicht wie, gehen gewöhnlich hinterher umso mehr mit ihnen schwanger. Wie um nachträglich zu beweisen, dass es ihre Kinder und nicht die des Zufalls sind. Aus Eitelkeit hartherzig Wie Gerechtigkeit so häufig der Deckmantel der Schwäche ist, so greifen billigdenkende, aber schwache Menschen mit und aus Ehrgeiz zur Verstellung und benehmen sich ersichtlich ungerecht und hart, um den Eindruck der Stärke zu hinterlassen. Demütigung Findet jemand in einem geschenkten Sack Vorteil auch nur ein Korn Demütigung, so macht er doch noch eine böse Miene zum guten Spiele. Äußerstes Herostratentum Es könnte Herostrate geben, welche den eigenen Tempel anzündeten, indem ihre Bilder verehrt werden. Aber Die Diminutiv-Welt Der Umstand, dass alles Schwache und Hilfsbedürftige zu Herzen spricht, bringt die Gewohnheit mit sich, dass wir alles, was uns zu Herzen spricht, mit Verkleinerungs- und Abschwächungsworten bezeichnen, also für unsere Empfindung schwach und hilfsbedürftig machen. Üble Eigenschaft des Mitleidens Das Mitleiden hat eine eigene Unverschämtheit als Gefährtin. Denn weil es durchaus helfen möchte, ist es weder über die Mittel der Heilung noch über Art und Ursache der Krankheit in Verlegenheit und Quacksalbert mutig auf die Gesundheit und den Ruf seines Patienten los. Zudringlichkeit Es gibt auch eine Zudringlichkeit gegen Werke und sich als Jüngling schon nachahmend zu den erlauchtesten Werken aller Zeiten mit der Vertraulichkeit des Du und Du zu Gesellen beweist einen völligen Mangel an Scham. Andere sind nur aus Ignoranz zudringlich. Sie wissen nicht, mit wem sie es zu tun haben. So nicht selten junge und alte Philologen im Verhältnis zu den Werken der Griechen. Der Wille schämt sich des Intellekts. Mit aller Kälte machen wir vernünftige Entwürfe gegen unsere Affekte. Dann aber begehen wir die gröbsten Fehler dagegen, weil wir uns häufig im Augenblick, wo der Vorsatz ausgeführt werden sollte, jener Kälte und Besonnenheit schämen, mit der wir ihn fassten. Und so tut man dann gerade das Unvernünftige aus jener Art trotziger Großherzigkeit, welche jeder Affekt mit sich bringt. Warum die Skeptiker der Moral missfallen Wer seine Moralität hoch und schwer nimmt, zürnt den Skeptikern auf dem Gebiet der Moral. Denn dort, wo er alle seine Kräfte aufwendet, soll man staunen, aber nicht untersuchen und zweifeln. Dann gibt es Naturen, deren letzter Rest von Moralität eben der Glaube an Moral ist. Sie benehmen sich ebenso gegen die Skeptiker, womöglich noch leidenschaftlicher. Schüchternheit Alle Moralisten sind schüchtern, weil sie wissen, dass sie mit Spionierern und Verrätern verwechselt werden, sobald man ihren Hang ihnen anmerkt. So dann sind sie sich überhaupt bewusst, im Handeln unkräftig zu sein. Denn mitten im Werke ziehen die Motive ihres Tuns ihre Aufmerksamkeit fast vom Werke ab. Eine Gefahr für die allgemeine Moralität Menschen, die zugleich edel und ehrlich sind, bringen es zu Wege, jede Teufelei, welche ihre Ehrlichkeit aushäckt, zu vergöttlichen und die Waage des moralischen Urteils eine Zeit lang stillzustellen. Bitterster Irrtum Es beleidigt unversöhnlich zu entdecken, dass man dort, wo man überzeugt war, geliebt zu sein, nur als Hausgerät und Zimmerschmuck betrachtet wurde, an dem der Hausherr vor Gästen seine Eitelkeit auslassen kann. Liebe und Zweiheit Was ist denn Liebe anders als verstehen und sich darüber freuen, dass ein anderer in anderer und entgegengesetzter Weise als wir lebt, wirkt und empfindet. Damit die Liebe die Gegensätze durch Freude überbrücke, darf sie dieselben nicht aufheben, nicht leugnen. Sogar die Selbsthilfe enthält die unvermischbare Zweiheit oder Vielheit in einer Person als Voraussetzung. Aus dem Traume Deuten Was man mitunter im Wachen nicht genau weiß und fühlt, ob man gegen eine Person ein gutes oder ein schlechtes Gewissen habe, darüber belehrt völlig unzweideutig der Traum. Ausschweifung Die Mutter der Ausschweifung ist nicht die Freude, sondern die Freudlosigkeit. Strafen und Belohnen Niemand klagt an, ohne den Hintergedanken an Strafe und Rache zu haben, selbst wenn man sein Schicksal ja sich selber anklagt. Alles klagen ist anklagen, alles sich freuen ist loben. Wir mögen das eine oder das andere tun, immer machen wir jemanden verantwortlich. Zweimal ungerecht Wir fördern mitunter die Wahrheit durch eine doppelte Ungerechtigkeit, dann nämlich, wenn wir die beiden Seiten eine Sache, die wir nicht imstande sind, zusammen zu sehen, hintereinander sehen und darstellen, doch so, dass wir jedes Mal die andere Seite verkennen oder leugnen, im Wahne das, was wir sehen, sei die ganze Wahrheit. Misstrauen Das Misstrauen an sich selber geht nicht mehr unsicher und scheu daher, sondern mitunter wie tollwütig. Es hat sich berauscht, um nicht zu zittern. Philosophie des Parvenu Will man einmal eine Person sein, so muss man auch seinen Schatten in Ehren halten. Sich rein zu waschen verstehen Man muss lernen, aus unreinlichen Verhältnissen reinlicher hervorzugehen und sich, wenn es Not tut, auch mit schmutzigem Wasser waschen. sich gehen lassen Je mehr sich einer gehen lässt, umso weniger lassen ihn die anderen gehen. Der unschuldige Schuft Es gibt einen langsamen, schrittweisen Weg zu Laster und Schurkenhaftigkeit jeder Art. Am Ende desselben haben den, welcher ihn geht, die Insektenschwärme des schlechten Gewissens völlig verlassen und er wandelt schon ganz verrucht doch in Unschuld. Pläne machen Pläne machen und Vorsätze fassen bringt viel gute Empfindungen mit sich und wer die Kräfte hätte, sein ganzes Leben lang nichts als ein Pläne schmiedender zu sein, wäre ein sehr glücklicher Mensch. Aber er wird sich gelegentlich von dieser Tätigkeit ausruhen müssen, dadurch, dass er einen Plan ausführt. Und da kommt der Ärger und die Ernüchterung. Womit wir das Ideal sehen. Jeder tüchtige Mensch ist verrannt in seine Tüchtigkeit und kann aus ihr nicht frei hinaus blicken. Hätte er sonst nicht sein gut Teil von Unvollkommenheit, er könnte seiner Tugend halber zu keiner geistig-sittlichen Freiheit kommen. Unsere Mängel sind die Augen, mit denen wir das Ideal sehen. Unehrliches Lob macht hinter viel mehr Gewissens Bisse als unehrlicher Tadel. Wahrscheinlich nur deshalb, weil wir durch zu starkes Loben unsere Urteilsfähigkeit viel stärker bloß gestellt haben, als durch zu starkes selbst ungerechtes Tadeln. Wie man stirbt, ist gleichgültig. Die ganze Art, wie ein Mensch während seines vollen Lebens seiner blühenden Kraft an den Tod denkt, ist freilich sehr sprechend und zeugnisgebend für das, was man seinen Charakter nennt. Aber die Stunde des Sterbens selber, seine Haltung auf dem Totenbette ist fast gleichgültig dafür. Die Erschöpfung des ablaufenden Daseins, nämlich wenn alte Leute sterben, die unregelmäßige oder unzureichende Ernährung des Gehirns während der letzten Zeit, das gelegentlich sehr Gewaltsame des Schmerzes, das Unerprobte und Neue des ganzen Zustandes und gar zu häufig der An- und Rückfall von abergläubischen Eindrücken und Beängstigungen, als ob am Sterben viel gelegen sei und hier Brücken schauerlichster Art überschritten werden. Dies alles erlaubt es nicht, das Sterben als Zeugnis über den Lebenden zu benutzen. Auch ist es nicht wahr, dass der Sterbende im Allgemeinen ehrlicher wäre als der Lebende. Vielmehr wird fast jeder durch die feierliche Haltung der Umgebenden die zurückgehaltenen oder fließenden Tränen und Gefühlsbäche zu einer bald bewussten, bald unbewussten Komödie der Eitelkeit verführt. Der Ernst, mit dem jeder Sterbende behandelt wird, ist gewiss gar manchem armen verachteten Teufel der feinste Genuss seines ganzen Lebens und eine Art Schadenersatz und Abschlagszahlung für viele Entbehrungen gewesen. Die Sitte und ihr Opfer Der Ursprung der Sitte geht auf zwei Gedanken zurück. Die Gemeinde ist mehr wert als der Einzelne und der dauernde Vorteil ist dem Flüchtigen vorzuziehen. Woraus sich der Schluss ergibt, dass der dauernde Vorteil der Gemeinde unbedingt dem Vorteile des Einzelnen namentlich seinem momentanen Wohlbefinden aber auch seinem dauernden Vorteile und selbst seinem Weiterleben voranzustellen sei. Ob nun der Einzelne von der Einrichtung leide, die dem ganzen frommt, ob er an ihr verkümmere, ihretwegen zugrunde gehe, die Sitte muss erhalten, dass Opfer gebracht werden. Eine solche Gesinnung entsteht aber nur in denen, welche nicht das Opfer sind. Denn dieses macht in seinem Falle geltend, dass der Einzelne mehr wert sein könnte als viele, ebenso dass der gegenwärtige Genuss, der Augenblick im Paradiese vielleicht höher anzuschlagen anzuschlagen als eine matte Fortdauer von leidlichen oder wohlhäbigen Zuständen. Die Philosophie des Opfertiers wird aber immer zu spät laut. So bleibt es bei der Sitte und der Sittlichkeit, als welche eben nur die Empfindung für den ganzen Inbegriff von Sitten ist, unter denen man lebt und erzogen wurde. Und zwar erzogen nicht als Einzelner, sondern als Glied eines Ganzen, als Ziffer einer Majorität. So kommt es fortwährend vor, dass der Einzelne sich selbst für mittels seiner Sittlichkeit majorisiert. Das Gute und das Gute Gewissen Ihr meint alle guten Dinge hätten zu aller Zeit ein gutes Gewissen gehabt? Die Wissenschaft, also gewisslich etwas sehr Gutes, ist ohne ein solches und ganz bar alles Pathos in die Welt getreten, vielmehr heimlich auf Umwegen mit verhülltem oder maskiertem Haupte einherziehend, gleich einer Verbrecherin und immer mindestens mit dem Gefühle einer Schleichhändlerin. Das gute Gewissen hat als Vorstufe das böse Gewissen, nicht als Gegensatz. Denn alles Gute ist einmal neu, folglich ungewohnt, wieder der Sitte, unsittlich gewesen und nagte im Herzen des glücklichen Erfinders wie ein Wurm. Der Erfolg heiligt die Absichten. Man scheue sich nicht, den Weg zu einer Tugend zu gehen, selbst wenn man deutlich einsieht, dass nichts als Egoismus, also Nutzen, persönliches Behagen, Furcht, Rücksicht auf Gesundheit, auf Ruf oder Ruhm, die dazu treibenden Motive sind. Man nennt diese Motive unedel und selbstisch. Gut, aber wenn sie uns zu einer Tugend, zum Beispiel Entsagung, Pflichttreue, Ordnung, Sparsamkeit, Maß und Mitte anreizen, so hört man ja auf sie, wie auch ihre Beiworte lauten mögen. Erreicht man nämlich das, wozu sie rufen, so veredelt die erreichte Tugend Vermöge der reinen Luft, die sie atmen lässt und des seelischen Wohlgefühls, das sie mitteilt, immerfort die ferneren Motive unseres Handelns und wir tun dieselben Handlungen später nicht mehr aus den gleichen gröberen Motiven, welche uns früher dazu führten. Die Erziehung soll deshalb die Tugenden so gut es geht erzwingen, je nach der Natur des Zöglings. Die Tugend selber als die Sonnen- und Sommerluft der Seele mag dann ihr eigenes Werk daran tun und Reife und Süßigkeit hinzuschenken. Christentümler nicht Christen Das wäre also euer Christentum. Um Menschen zu ärgern, preist ihr Gott und seine Heiligen und wiederum, wenn ihr Menschen preisen wollt, so treibt ihr es so weit, dass Gott und seine Heiligen sich ärgern müssen. Ich wollte, ihr lernet wenigstens die christlichen Manieren, da es euch so an der Manierlichkeit des christlichen Herzens gebricht. Natureindruck der Frommen und Unfrommen Ein ganz frommer Mensch muss uns ein Gegenstand der Verehrung sein, aber ebenso ein ganzer aufrichtiger, durchdrungener Unfromme. Ist man bei Menschen der Letzteren Art wie in der Nähe des Hochgebirges, wo die kräftigsten Ströme ihren Ursprung haben, so bei den frommeren wie unter sanftvollen, breitschattigen, ruhigen Bäumen. Justizmorde Die zwei größten Justizmorde in der Weltgeschichte sind, ohne Umschweife gesprochen, verschleierte und gut verschleierte Selbstmorde. In beiden Fällen wollte man sterben. In beiden Fällen ließ man sich das Schwert durch die Hand der menschlichen Ungerechtigkeit in die Brust stoßen. Liebe Der feinste Kunstgriff, welchen das Christentum vor den übrigen Religionen voraus hat, ist ein Wort. Es redete von Liebe. Es wurde die lyrische Religion, während in seinen beiden anderen Schöpfungen das Semitentum der Welt heroisch-epische Religionen geschenkt hat. Es ist in dem Worte Liebe etwas so vieldeutiges, anregendes, zur Erinnerung, zur Hoffnung Sprechendes, dass auch die niedrigste Intelligenz und das kälteste Herz noch etwas von dem Schimmer dieses Wortes fühlt. Das klügste Weib und der gemeinste Mann denken dabei an die verhältnismäßig uneigennützigsten Augenblicke ihres gesamten Lebens, selbst wenn Eros nur einen niedrigen Flug bei ihnen genommen hat. Und jene Zahllosen, welche Liebe vermissen von Seiten der Eltern, Kinder oder Geliebten, namentlich aber die Menschen der sublimierten Geschlechterlichkeit haben haben im Christentum ihren Fund gemacht. Das erfüllte Christentum Es gibt auch innerhalb des Christentums eine epikuräische Gesinnung ausgehend von dem Gedanken, dass Gott von dem Menschen seinem Geschöpf und Ebenbilde nur verlangen könnte, was diesem zu erfüllen möglich sein müsse, dass christliche Tugend und Vollkommenheit erreichbar und oft erreicht sei. Nun macht zum Beispiel der Glaube seine Feinde zu lieben, selbst wenn es eben nur Glaube, Einbildung und durchaus keine psychologische Wirklichkeit, also keine Liebe, ist, unbedingt glücklich, solange er wirklich geglaubt wird. Warum? Darüber werden freilich Psycholog und Christ verschieden denken. Und so möchte ich das irdische Leben durch den Glauben, ich meine die Einbildung nicht nur jenem Anspruch seine Feinde zu lieben, sondern allen übrigen christlichen Ansprüchen zu genügen und die göttliche Vollkommenheit nach der Aufforderung seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, wirklich sich aneignet und einverleibt zu haben, in der Tat zu einem seligen Leben werden. Der Irrtum kann also die Verheißung Christi zur Wahrheit machen. Von der Zukunft des Christentums Über Über das Verschwinden des Christentums und darüber, in welchen Gegenden es am langsamsten weichen wird, kann man sich eine Vermutung gestatten, wenn man erwägt, aus welchen Gründen und wo der Protestantismus so ungestüm um sich griff. Er verhieß bekanntlich alles, dasselbe weit billiger zu leisten, was die alte Kirche leistete, also ohne kostspielige Seelenmessen, Wallfahrten, Priesterprunk und Üppigkeit. Er verbreiterte sich namentlich bei den nördlichen Nationen, welche nicht so tief in der Symbolik und Formenlust der alten Kirche eingewurzelt waren, als die des Südens. Bei diesen lebte ja im Christentum das viel mächtigere religiöse Heidentum fort, während im Norden das Christentum einen Gegensatz und Bruch mit dem Altheimischen bedeutete und deshalb mehr gedankenhaft als sinnfällig von Anfang an war, eben deshalb aber auch zu Zeiten der Gefahr fanatischer und trotziger. Gelingt es vom Gedanken aus, das Christentum zu entwurzeln, so liegt auf der Hand, wo es anfangen wird, zu verschwinden. Also gerade dort, wo es auch am allerhärtesten sich wehren wird. Anderwärts wird es sich beugen, aber nicht brechen, entblättert werden, aber wieder Blätter ansetzen, weil dort die Sinne und nicht die Gedanken für dasselbe Partei genommen haben. Die Sinne aber sind es, welche auch den Glauben unterhalten, dass mit allem Kostenaufwand der Kirche doch immer noch billiger und bequemer gewirtschaftet werde, als mit den strengen Verhältnissen von Arbeit und Lohn. Denn welches Preises hält man die Muße oder die halbe Faulheit für wert, wenn man sich erst an sie gewöhnt hat. Die Sinne wenden gegen eine entchristlichte Welt ein, dass in ihr zu viel gearbeitet werden müsse und der Ertrag an Muße zu klein sei. Sie nehmen die Partei der Magie, das heißt, sie lassen lieber Gott für sich arbeiten. Oremus nos Deus laborabit. Schauspielerei und Ehrlichkeit der Ungläubigen Es gibt kein Buch, welches das, was jedem Menschen gelegentlich wohltut, schwärmerische, Opfer und todbereite Glücksinnigkeit im Glauben und Schauen seiner Wahrheit so reichlich enthielte, so treuherzig ausdrückte, als das Buch, welches von Christus redet. Aus ihm kann ein Kluger alle Mittel lernen, wodurch ein Buch zum Weltbuch, zum Jedermannsfreund gemacht werden kann, namentlich jenes Meistermittel alles als gefunden, nichts als kommend und ungewiss hinzustellen. Alle wirkungsvollen Bücher, alle wirkungsvollen Bücher versuchen, einen ähnlichen Eindruck zu hinterlassen, als ob der weiteste geistige und seelische Horizont hier ungeschrieben sei und um die hier laufende Sonne sich jedes gegenwärtige und zukünftige Gestirn drehen müsse. Muss also nicht aus demselben Grunde, aus dem solche Bücher wirkungsvoll sind, jedes rein wissenschaftliche Buch wirkungsarm sein? Ist es nicht verurteilt, niedrig und unter Niedrungen zu leben, um endlich gekreuzigt zu werden und nie wieder aufzustehen? Sind im Verhältnis zu dem, was die Religiösen von ihrem Wissen, von ihrem heiligen Geiste verkünden, nicht alle Redlichen der Wissenschaft arm im Geiste? Kann irgendeine Religion mehr Entsagung verlangen, unerbitterlicher den Selbstsüchtigen aus sich hinausziehen als die Wissenschaft? So und ähnlich und jedenfalls mit einiger Schauspielerei mögen wir reden, wenn wir uns vor den Gläubigen zu verteidigen haben. Denn es ist kaum möglich, eine Verteidigung ohne etwas Schauspielerei zu führen. Unter uns aber muss die Sprache ehrlicher sein. Wir bedienen uns da einer Freiheit, welche jene nicht einmal ihres eigenen Interesses halber verstehen dürfen. Weg also mit der Kapuze der Entsagung, der Miene der Demut, viel mehr und viel besser. So klingt unsere Wahrheit. Wenn die Wissenschaft nicht an die Lust der Erkenntnis, an den Nutzen des Erkannten geknüpft wäre, was läge uns an der Wissenschaft? Wenn nicht ein wenig Glaube, Liebe und Hoffnung unserer Seele zur Erkenntnis hinführte, was zöge uns sonst zur Wissenschaft? Und wenn zwar in der Wissenschaft das Ich nichts zu bedeuten hat, so bedeutet das erfinderische, glückliche Ich, ja selbst schon jedes redliche und fleißige Ich, sehr viel in der Republik der Wissenschaftsmenschen. Achtung der Achtung gebenden, Freude solcher, welchen wir wohl wollen oder die wir verehren, unter Umständen Ruhm und eine mäßige Unsterblichkeit der Person, ist der persönliche Preis für jene Entpersönlichung von geringeren Ansichten und Belohnungen hier zu schweigen, ob schon gerade ihre Teilen die meisten den Gesetzen jener Republik und überhaupt der Wissenschaft zugeschworen haben und immerfort zuzuschwören pflegen. Wenn wir nicht in irgendeinem Maße unwissenschaftliche Menschen geblieben wären, was könnte uns auch nur an der Wissenschaft liegen. Alles in allem genommen und rund, glatt und voll ausgesprochen. Für ein rein erkennendes Wesen wäre die Erkenntnis gleichgültig. Von den Frommen und Gläubigen unterscheidet uns nicht die Qualität, sondern die Quantität Glaubens und Frommseins. Wir sind mit Wenigerem zufrieden. Aber werden jene uns zurufen, so seid auch zufrieden und gebt euch auch als zufrieden, worauf wir leicht antworten dürfen, in der Tat, wir gehören nicht zu den Unzufriedensten. Ihr aber, wenn euer Glaube euch selig macht, so gebt euch auch als selig. eure Gesichter sind immer eurem Glauben schädlicher gewesen als unsere Gründe. Wenn jene frohe Botschaft eurer Bibel euch ins Gesicht geschrieben wäre, ihr brauchtet den Glauben an die Autorität dieses Buches nicht so halsstark zu fordern. Eure Worte, eure Handlungen solltet die Bibel fortwährend überflüssig machen. Die neue Bibel sollte durch euch fortwährend entstehen. So aber hat alle eure Apologie des Christentums ihre Wurzel in eurem Unchristentum. Mit eurer Verteidigung schreibt ihr eure eigene Anklageschrift. Solltet ihr aber wünschen, aus diesem euren Ungenügen am Christentum herauszukommen, so bringt euch doch die Erfahrung von zwei Jahrtausenden zur Erwägung, welche in bescheidene Frageformen gekleidet so klingt. Wenn Christus wirklich die Absicht hatte, die Welt zu erlösen, sollte es ihm nicht misslungen sein? Der Dichter als Wegezeiger für die Zukunft So viel noch überschüssige dichterische Kraft unter den jetzigen Menschen vorhanden ist, welche bei der Gestaltung des Lebens nicht verbraucht wird, so viel sollte ohne jedem Abzug einem Ziele sich weihen, nicht etwa der Abmalung des Gegenwärtigen, der Wiederbeseelung und Verdichtung der Vergangenheit, sondern dem Wegweisen für die Zukunft. Und dies nicht in dem Verstande, als ob der Dichter gleich einem fantastischen Nationalökonomen günstigere Volks- und Gesellschaftszustände und deren Ermöglichung im Bilde vorwegnehmen sollte. Vielmehr wird er, wie früher die Künstler an den Götterbildern fortdichteten, so an dem schönen Menschenbilder fortdichten und jene Fälle auswittern, wo mitten in unserer modernen Welt und Wirklichkeit, wo ohne jede künstliche Abwehr und Entziehung von derselben die schöne große Seele noch möglich ist, dort, wo sie sich auch jetzt noch in harmonische, ebenmäßige Zustände einzuverleiben vermag, durch sie Sichtbarkeit, Dauer und Vorbildlichkeit bekommt und also durch Erregung von Nachahmung und Neid die Zukunft schaffen hilft. Dichtungen solcher Dichter würden dadurch sich auszeichnen, dass sie gegen die Luft und Glut der Leidenschaften abgeschlossen und verwahrt erscheinen. Der unverbesserliche Fehlgriff, das Zertrümmern des ganzen menschlichen Seitenspiels, Hohnlachen und Zähneknirschen und alles Tragische und Komische im alten gewohnten Sinne würde in der Nähe dieser neuen Kunst als lästige, archaisierende Vergröberung des Menschenbildes empfunden werden. Kraft, Güte, Milde, Reinheit und ungewolltes eingeborenes Maß in den Personen und deren Handlungen. Ein geebneter Boden, welcher dem Fuße Ruhe und Lust gibt. Ein leuchtender Himmel auf Gesichtern und Vorhängen sich abspielend, das Wissen und die Kunst zu neuer Einheit zusammengeflossen. Der Geist ohne Anmaßung und Eifersucht mit seiner Schwester der Seele zusammenwohnend und aus dem Gegensätzlichen die Grazie des Ernstes nicht die Ungeduld des Zwiespalzes herauslockend. Dies alles wäre das umschließende allgemeine goldgrundhafte auf dem jetzt erst die zarten Unterschiede der verkörperten Ideale das eigentliche Gemälde, das der immer wachsenden menschlichen Hoheit machen würde. Von Goethe aus führt mancher Weg in diese Dichtung der Zukunft, aber es bedarf guter Pfadfinder und vor allem einer weit größeren Macht als die jetzigen Dichter, das heißt die unbedenklichen Darsteller des Halbtiers und der mit Kraft und Natur verwechselten Unreife und Unmäßigkeit besitzen Die Muse als Pentelisea Lieber verwesen als ein Weib sein, das nicht reizt Wenn die Muse erst einmal so denkt, so ist das Ende ihrer Kunst wieder in der Nähe Aber es kann ein Tragödien und auch ein Komödien Ausgang sein was der Umweg zum Schönen ist Wenn das Schöne gleich dem Erfreuen ist und so sagen es ja einmal die Musen so ist das Nützliche der oftmals notwendige Umweg zum Schönen und kann den kurzsichtigen Tadel der Augenblicks Menschen die nicht warten wollen und alles Gute ohne Umwege zu erreichen denken mit gutem Rechte zurückweisen Zur Entschuldigung mancher Schuld Das Unablässige Schaffen wollen und nach Außenspähen des Künstlers hält ihn davon ab als Person schöner und besser zu werden also sich selber zu schaffen Es sei denn dass seine Ehrsucht groß genug ist um ihn zu zwingen dass er sich auch im Leben mit anderen der wachsenden Schönheit und Größe seiner Werke immer entsprechend gewachsen zeige In allen Fällen hat er nur ein bestimmtes Maß von Kraft Was er davon auf sich verwendet Wie könnte dies noch seinem Werke zugute kommen und umgekehrt Den Besten Genug tun Wenn man mit seiner Kunst den Besten seiner Zeit genug getan hat so ist dies ein Anzeichen davon dass man den Besten der nächsten Zeit mit ihr nicht genug tun wird Gelebt freilich hat man für alle Zeiten Der Beifall der Besten sichert den Ruhm Aus einem Stoffe Ist man aus einem Stoffe mit einem Buche oder Kunstwerk so meint man ganz innerlich es müsse vortrefflich sein und ist beleidigt wenn andere es hässlich überwürzt oder großstourisch finden Sprache und Gefühl Dass die Sprache uns nicht zur Mitteilung des Gefühls gegeben ist sieht man daraus dass alle einfachen Menschen sich schämen Worte für ihre tiefen Erregungen zu suchen Die Mitteilung derselben äußert sich nur in Handlungen und selbst hier gibt es ein Erröten darüber wenn der andere ihre Motive zu erraten scheint Unter den Dichtern welchen im Allgemeinen die Gottheit diese Scham versagte sind doch die Edleren in der Sprache des Gefühls einsilbiger und lassen einen Zwang merken während die eigentlichen Gefühlsdichter im praktischen Leben meistens unverschämt sind Irrtum über eine Entbehrung Wer sich nicht von einer Kunst lange Zeit völlig entwöhnt hat sondern immer in ihr Zuhause ist kann nicht von Ferne begreifen wie wenig man entbehrt wenn man ohne diese Kunst lebt drei viertels kraft ein werk das den eindruck des gesunden machen soll darf höchstens mit drei viertel der kraft seines urhebers hervorgebracht sein ist er dagegen bis an seine äußerste grenze gegangen so regt das werk den betrachtenden auf und ängstigt ihn durch seine spannung alle guten dinge haben etwas lässiges und liegen wie Kühe auf der Wiese den Hunger als Gast abweisen weil dem hungrigen die feinere Speise so gut und um nichts besser als die gröbste dient so wird der anspruchsvollere Künstler nicht darauf denken den hungrigen zu seiner Mahlzeit einzuladen Ohne Kunst und Wein leben Mit den Werken der Kunst steht es wie mit dem Weine noch besser ist es wenn man beides nicht nötig hat sich an Wasser hält und das Wasser aus innerem Feuer innerer Sünde der Seele immer wieder von selber in Wein verwandelt Das Raubgenie Das Raubgenie in den Künsten das selbst feinere Geister zu täuschen weiß entsteht wenn jemand unbedenklich von jung an alles Gute welches nicht geradezu vom Gesetz als Eigentum einer bestimmten Person in Schutz genommen ist als freie Beute betrachtet Nun liegt alles Gute vergangener Zeiten und meisterfrei umher eingehegt und behütet durch die verheerende Scheu der wenigen die es erkennen diesen wenigen bietet jenes Genie Kraft seines Mangels an Scham trotz und häuft sich einen Reichtum auf der selber wieder Verehrung und Scheu erzeugt an die Dichter der großen Städte den Gärten der heutigen Poesie merkt man es an dass die großstädtischen Kloaken zu nahe dabei sind mitten in den Blütengeruch mischt sich etwas das Ekel und Fäulnis verrät mit mit Schmerz frage ich habt ihr es so nötig ihr Dichter den Witz und den Schmutz immer zu Gevatter zu bitten wenn irgendeine unschuldige schöne Empfindung von euch getauft werden soll müsst ihr durchaus eurer edlen Göttin eine Fratzen und Teufelskappe aufsetzen woher aber diese Not dieses müssen eben daher dass ihr den Kloaken zu nahe wohnt vom Salz der Rede niemand hat noch erklärt warum die griechischen Schriftsteller von den Mitteln des Ausdrucks welche ihnen in unerhörter Fülle und Kraft zu Gebote standen nur so übersparsamen Gebrauch gemacht haben dass jedes nachgriechische Buch dagegen grell bunt und überspannt erscheint man hört dass dem Nordpole Eise zu ebenso wie in den heißesten Ländern der Gebrauch des Salzes spärlicher werde dass dagegen die Ebenen und Küsten Anwohner im Erdgürtel der mäßigeren Sonnenwärme am reichlichsten Gebrauch von ihm machen sollten die Griechen aus doppelten Gründen weil zwar ihr Intellekt kälter und klarer ihre leidenschaftliche Grundnatur aber um vieles tropischer war als die unsrige des Salzes und Gewürzes nicht in dem Maße nötig gehabt haben als wir der freieste schriftsteller ja Wie dürfte in einem buche für freie geister lorentz sterne ungenannt bleiben er den goethe als den freiesten geist seines jahrhunderts geehrt hat möge er hier mit der ehre fürlieb nehmen Der freieste Schriftsteller aller Zeiten genannt zu werden Im Vergleich mit welchem alle anderen steif, vierschrötig, unduldsam und bäuerisch gerade zu erscheinen An ihm dürfte nicht die geschlossene klare, sondern die unendliche Melodie gerühmt werden Wenn mit diesem Worte ein Stil der Kunst zu einem Namen kommt Bei dem die bestimmte Form fortwährend gebrochen, verschoben, in das Unbestimmte zurückübersetzt wird Sodass sie das eine und zugleich das andere bedeutet Sterne ist der große Meister der Zweideutigkeit Dies Wort billigerweise viel weiter genommen, als man gemeinhin tut Wenn man dabei an geschlechtliche Beziehungen denkt Der Leser ist verloren zu geben, der jederzeit genau wissen will Was Sterne eigentlich über eine Sache denkt Ob er bei ihr ein ernsthaftes oder ein lächelndes Gesicht macht Denn er versteht sich auf beides in einer Faltung seines Gesichts Er versteht es ebenfalls und will es sogar Zugleiche Recht und Unrecht zu haben Den Tiefsinn und die Posse zu verkneulen Seine Abschweifungen sind zugleich Forterzählungen und Weiterentwicklungen der Geschichte Seine Sentenzen enthalten zugleich eine Ironie auf alle Sententiöse Sein Widerwille gegen das Ernsthafte ist einem Hange angeknüpft Keine Sache nur flach und äußerlich nehmen zu können So bringt er bei dem rechten Leser ein Gefühl von Unsicherheit darüber hervor Ob man gehe, stehe oder liege Ein Gefühl, welches dem des Schwebens am verwandtesten ist Er, der geschmeidigste Autor, teilt auch seinem Leser etwas von dieser Geschmeidigkeit mit Ja, Sterne verwechselt unversehens die Rollen und ist bald ebenso Leser, als er Autor ist Sein Buch gleicht einem Schauspiel im Schauspiel Einem Theaterpublikum vor einem anderen Theaterpublikum Man muss sich der sternischen Laune auf Gnade und Ungnade ergeben Und kann übrigens erwarten, dass sie gnädig, immer gnädig ist Seltsam und belehrend ist es, wie ein so großer Schriftsteller wie Diderot sich zu dieser allgemeinen Zweideutigkeit Sternes gestellt hat Nämlich ebenfalls zweideutig Und das eben ist echtsternischer Überhumor Hat er jenen in seinem Jacques Le Fataliste Nachgeahmt, bewundert, verspottet, parodiert? Man kann es nicht völlig herausbekommen Und vielleicht hat gerade dies sein Autor gewollt Gerade dieser Zweifel macht die Franzosen gegen das Werk eines ihrer ersten Meister Der sich vor keinem Alten und Neuen zu schämen braucht Ungerecht Die Franzosen sind eben zum Humor Und namentlich zu diesem humoristisch Nehmen des Humors selber zu ernsthaft Sollte es nötig sein, hinzuzufügen Dass Sterne unter allen großen Schriftstellern das schlechteste Muster Und der eigentlich unvorbildliche Autor ist Und dass selbst Diderot sein Wagnis büßen musste? Das, was die guten Franzosen und vor ihnen einzelne Griechen als Prosaiker wollten und konnten Ist genau das Gegenteil von dem, was Sterne will und kann Er erhebt sich eben als meisterhafte Ausnahme über das, was alle schriftstellerischen Künstler von sich fordern Zucht, Geschlossenheit, Charakter, Beständigkeit der Ansichten, Überschaulichkeit, Schlichtheit, Haltung in Gang und Miene Leider scheint der Mensch Sterne mit dem Schriftsteller Sterne nur zu verwandt gewesen zu sein Seine Eichhornseele sprang mit unbeständiger Unruhe von Zweig zu Zweig Was nur zwischen erhaben und schuftig liegt, war ihm bekannt Auf jeder Stelle hatte er gesessen Immer mit dem unverschämten, wässrigen Auge und dem empfindsamen Minenspiele Er war, wenn die Sprache von einer solchen Zusammenstellung nicht erschrecken wollte Von einer hartherzigen Gutmütigkeit Und hatte in den Genüssen einer barocken, ja verderbten Einbildungskraft Fast die blöde Anmut der Unschuld Eine solche fleisch- und seelenhafte Zweideutigkeit Eine solche Freigeisterei bis in jede Faser und Muskel des Leibes hinein Wie er diese Eigenschaften hatte, besaß vielleicht kein anderer Mensch Gewählte Wirklichkeit Wie der gute Prosa-Schriftsteller nur Worte nimmt, welche der Umgangssprache angehören Doch lange nicht alle Worte derselben, wodurch eben der gewählte Stil entsteht So wird der gute Dichter der Zukunft nur Wirkliches darstellen Und von allen fantastischen, abergläubischen, halbredlichen, abgeklungenen Gegenständen, an denen frühere Dichter ihre Kräfte zeigten, völlig absehen Nur Wirklichkeit, aber lange nicht jede Wirklichkeit, sondern eine gewählte Wirklichkeit Abarten der Kunst Neben den echten Gattungen der Kunst, der der großen Ruhe und der großen Bewegung Gibt es Abarten Die ruhesüchtige, blasierte Kunst und die aufgeregte Kunst Beide wünschen, dass man ihre Schwäche für Stärke nehme und so mit den echten Gattungen verwechsle Zum Heros fehlt jetzt die Farbe Die eigentlichen Dichter und Künstler der Gegenwart lieben es, ihre Gemälde auf einen rot, grün, blau und goldig flackernden Grund aufzutragen Auf den Grund der nervösen Sinnlichkeit Auf diese verstehen sich ja die Kinder dieses Jahrhunderts Dies hat den Nachteil, wenn man nämlich nicht mit den Augen des Jahrhunderts auf jene Gemälde sieht Dass die größten Gestalten, welche jene hinmalen Etwas Flimmerndes, Zitterndes, Wirbelndes an sich zu haben scheinen Sodass man ihnen heroische Taten eigentlich nicht zutraut Sondern höchstens heroisierende, prahlerische Untaten Stil der Überladung Der überladene Stil in der Kunst ist die Folge einer Verarmung der organisierenden Kraft bei verschwenderischem Vorhandensein von Mitteln und Absichten In den Anfängen der Kunst findet sich mitunter das gerade Gegenstück dazu Pulschrum est paucorum hominum Die Historie und die Erfahrung sagt uns Dass die bedeutsame Ungeheuerlichkeit, welche die Fantasie geheimnisvoll anregt Und über das Wirkliche und Alltägliche fortträgt Älter ist und reichlicher wächst Als das Schöne in der Kunst und dessen Verehrung Und dass es sofort wieder in Überfülle ausschlägt Wenn der Sinn für Schönheit sich verdunkelt Es scheint für die Mehr- und Überzahl der Menschen ein höheres Bedürfnis zu sein als das Schöne Wohl deshalb, weil es das gröbere Narkotikum enthält Ursprünge des Geschmacks an Kunstwerken Denkt man sich die anfänglichen Keime des künstlerischen Sinnes Und fragt sich, welche verschiedenen Arten der Freude durch die Erstlinge der Kunst Zum Beispiel bei wilden Völkerschaften hervorgebracht werden So findet man zuerst die Freude, zu verstehen, was ein anderer meint Die Kunst ist hier eine Art Rätselaufgeben Das dem erratenden Genuss am eigenen Schnell- und Scharfsinn verschafft So dann erinnert man sich beim rohesten Kunstwerk an das, was einem in der Erfahrung angenehm war Und hat insofern Freude Zum Beispiel, wenn der Künstler auf Jagd, Sieg, Hochzeit hingedeutet hat Wiederum kann man sich durch das Dargestellte erregt Wiederum kann man sich durch das Dargestellte erregt Gerührt, entflammt fühlen Beispielsweise bei Verherrlichung von Rache und Gefahr Hier liegt der Genuss in der Erregung selber Im Siege über die Langeweile Auch die Erinnerung an das Unangenehme, insofern es überwunden ist Oder insofern es uns selber als Gegenstand der Kunst vor dem Zuhörer interessant erscheinen lässt Wie wenn der Sänger die Unfälle eines verwegenen Seefahrers beschreibt Kann große Freude machen, welche man dann der Kunst zugute rechnet Feinerer Art ist jetzt schon jene Freude, welche beim Anblick alles Regelmäßigen und Symmetrischen In Linien, Punkten, Rhythmen entsteht Denn durch eine gewisse Ähnlichkeit wird die Empfindung für alles Geordnete und Regelmäßige im Leben Dem man ja ganz allein alles Wohlbefinden zu danken hat Wachgerufen Im Kultus des Symmetrischen Verehrt man also unbewusst die Regel und das Gleichmaß Als Quelle seines bisherigen Glücks Die Freude ist eine Art Dankgebet Erst bei einer gewissen Übersättigung an dieser letzter erwähnten Freude Entsteht das noch feinere Gefühl, das auch im Durchbrechen des Symmetrischen und Geregelten Genuss liegen könnte Wenn es zum Beispiel anreizt, Vernunft in der scheinbaren Unvernunft zu suchen Wodurch es dann als eine Art ästhetischen Rätselratens Wie eine höhere Gattung der zuerst erwähnten Kunstfreude dasteht Wer dieser Betrachtung weiter nachhängt Wird wissen, auf welche Art von Hypothesen Hier zur Erklärung der ästhetischen Erscheinungen grundsätzlich verzichtet wird Nicht zu nahe Es ist ein Nachteil für gute Gedanken, wenn sie zu rasch aufeinander folgen Sie verdecken sich gegenseitig die Aussicht Deshalb haben die größten Künstler und Schriftsteller Reichlichen Gebrauch vom Mittelmäßigen gemacht Die Künstler aller Zeiten haben die Entdeckung gemacht Dass in der Rohheit eine gewisse Kraft liegt Und dass nicht jeder roh sein kann, der es wohl sein möchte Ebenso, dass manche Arten von Schwäche stark auf das Gefühl wirken Hieraus sind nicht wenig Kunstmittelsurrogate abgeleitet worden Denn sich völlig zu enthalten Selbst den größten und gewissenhaftesten Künstlern schwer wird Das gute Gedächtnis Mancher wird nur deshalb kein Denker, weil sein Gedächtnis zu gut ist Hunger machen statt Hunger stillen Große Künstler wähnen, sie hätten durch ihre Kunst eine Seele völlig in Besitz genommen und ausgefüllt In Wahrheit und oft zu ihrer schmerzlichen Enttäuschung Ist jene Seele dadurch nur umso gefährlicher und unausfüllbarer geworden Sodass zehn größere Künstler sich nur in ihrer Tiefe hinabstürzen könnten Ohne sie zu sättigen Künstlerangst Die Angst, man möchte ihren Figuren nicht glauben, dass sie leben Kann Künstler des absinkenden Geschmacks verführen Diese so zu bilden, dass sie sich wie toll benehmen Die andererseits aus derselben Angst Griechische Künstler des ersten Aufgangs Selbststerbenden und Schwerverwundeten Jenes Lächeln geben, welches sie als lebhaftestes Zeichen des Lebens kannten Unbekümmert darum, was die Natur in solchen Fällen des Noch-Lebens Des fast nicht mehr Lebens bildet Der Kreis soll fertig werden Wer einer Philosophie oder Kunstart bis an das Ende ihrer Bahn Und um das Ende herum nachgegangen ist Begreift aus einem inneren Erlebnis, warum die nachfolgenden Meister und Lehrer Sich von ihr, oft mit abschätziger Miene, zu einer neuen Bahn fortwandten Der Kreis muss eben umgeschrieben werden Aber der Einzelne, und sei es der Größte Sitzt auf seinem Punkt der Peripherie fest Mit einer unerbitterlichen Miene der Hartnäckigkeit Als ob der Kreis nie geschlossen werden dürfte Ältere Kunst und die Seele der Gegenwart Weil jede Kunst zum Ausdruck seelischer Zustände Der bewegteren, zarteren, drastischeren, leidenschaftlicheren Immer befähigter wird So empfinden die späteren Meister Durch diese Ausdrucksmittel verwöhnt Ein Unbehagen bei den Kunstwerken der älteren Zeit Wie als ob es den Alten eben nur an den Mitteln gefehlt habe Ihre Seele deutlich reden zu lassen Vielleicht gar an einigen technischen Vorbedingungen Und sie meinen hier nachhelfen zu müssen Denn sie glauben an die Gleichheit, ja Einheit aller Seelen In Wahrheit ist aber die Seele jener Meister Selber noch eine andere gewesen Größer vielleicht, aber kälter Und dem reizvoll Lebendigen noch abholt Das Maß, die Symmetrie Die Geringachtung des Holden und Wonnigen Eine unbewusste Herbe und Morgenkühle Ein Ausweichen vor der Leidenschaft Wie als ob an ihr die Kunst zugrunde gehen werde Dies macht die Gesinnung und Moralität Aller älteren Meister aus Welche ihre Ausdrucksmittel Nicht zufällig, sondern notwendig Mit der gleichen Moralität wählten und durchgeisteten Soll man aber bei dieser Erkenntnis Den später kommenden das Recht versagen Die älteren Werke nach ihrer Seele zu beseelen? Nein, denn nur dadurch, dass wir ihnen unsere Seele geben Vermögen sie fortzuleben Erst unser Blut bringt sie dazu, zu uns zu reden Der wirklich historische Vortrag Würde gespenstisch zu Gespenstern reden Man ehrt die großen Künstler der Vergangenheit Weniger durch jene unfruchtbare Scheu Welche jedes Wort, jede Note so liegen lässt Wie sie gestellt ist Als durch tätige Versuche Ihnen immer von Neuem wieder zum Leben zu verhelfen Freilich, dächte man sich Beethoven plötzlich wiederkommend Und eins seiner Werke gemäß der modernsten Beseeltheit Und Nervenverfeinerung, welche unseren Meistern des Vortrags Zum Ruhme dient, vor ihm ertönend Er würde wahrscheinlich lange stumm sein Schwankend, ob er die Hand zum Fluchen oder Segnen erheben solle Endlich aber vielleicht sprechen Nun, nun Das ist weder ich noch nicht ich Sondern etwas Drittes Es scheint mir auch etwas Rechtes Wenn es gleich nicht das Rechte ist Ihr mögt aber zusehen, wie ihr's treibt Da ihr ja jedenfalls zuhören müsst Und der Lebende hat Recht Sagt ja unser Schiller So habt denn Recht Und lasst mich wieder hinab Gegen die Tadler der Kürze Etwas Kurzgesagtes kann die Frucht und Ernte von vielem lang Gedachten sein Aber der Leser, der auf diesem Felde Neuling ist Und hier noch gar nicht nachgedacht hat Sieht in allem Kurzgedachten etwas Embryonisches Nicht ohne einen tadelnden Wink von dem Autor Dass er dergleichen Unausgewachsenes Unausgereiftes Was ihm zur Mahlzeit mit auf den Tisch setze Gegen die Kurzsichtigen Gegen die Kurzsichtigen Meint ihr denn, es müsse Stückwerk sein Weil man es auch in Stücken gibt Und geben muss? Sentenzenleser Die schlechtesten Leser von Sentenzen Sind die Freunde ihres Urhebers Im Fall sie beflissen sind Aus dem Allgemeinen Wieder auf das Besondere zurückzuraten Dem die Sentenz ihren Ursprung verdankt Denn durch diese Topfguckerei Machen sie die ganze Mühe des Autors zunichte Sodass sie nun verdientermaßen Anstatt einer philosophischen Stimmung Und Belehrung Besten oder schlimmstenfalls Nichts als die Befriedigung Der gemeinen Neugierde Zum Gewinn erhalten Unarten des Lesers Die doppelte Unart des Lesers Gegen den Autor besteht darin Das zweite Buch desselben Auf Unkosten des Ersten zu loben Oder umgekehrt Und dabei zu verlangen Dass der Autor ihm dankbar sei Das Aufregende in der Geschichte der Kunst Verfolgt man die Geschichte einer Kunst Zum Beispiel der griechischen Beretsamkeit So gerät man von Meister zu Meister fortgehend Bei dem Anblick dieser immer gesteigerten Besonnenheit Um den alten und neu hinzugefügten Gesetzen Und Selbstbeschränkungen insgesamt zu gehorchen Zuletzt in eine peinliche Spannung Man begreift, dass der Bogen brechen muss Und dass die sogenannte unorganische Komposition Mit den wundervollsten Mitteln des Ausdrucks Überhängt und maskiert In jenem Falle der Barockstil des Asianismus Einmal eine Notwendigkeit Und fast eine Wohltat war An die Großen der Kunst Jene Begeisterung für eine Sache Welche du großer in die Welt hineinträgst Lässt den Verstand vieler verkrüppeln Dies zu wissen demütigt Aber der Begeisterte trägt seinen Höcker Mit Stolz und Lust Insofern hast du den Trost Dass durch dich das Glück in der Welt vermehrt ist Die ästhetisch Gewissenlosen Die eigentlichen Fanatiker einer künstlerischen Partei Sind jene völlig unkünstlerischen Naturen Welche selbst in die Elemente der Kunstlehre Und des Kunstkönnens nicht eingedrungen sind Aber auf das stärkste von allen elementarischen Wirkungen Einer Kunst ergriffen werden Für sie gibt es kein ästhetisches Gewissen Und daher nichts, was sie von Fanatismus zurückhalten könnte Wie nach der neueren Musik sich die Seele bewegen soll Die künstlerische Absicht Welche die neuere Musik in dem verfolgt Was jetzt sehr stark, aber undeutlich Als unendliche Melodie bezeichnet wird Kann man sich dadurch klar machen Dass man ins Meer geht Allmählich den sicheren Schritt auf dem Grunde verliert Und sich endlich dem wogenden Elemente auf Gnade und Ungnade übergibt Man soll schwimmen In der bisherigen, älteren Musik musste man Im zierlichen oder feierlichen oder feurigen Hin und wieder schneller und langsamer tanzen Wobei das hierzu nötige Maß Das Einhalten bestimmter gleichwiegender Zeit- und Kraftgrade Von der Seele des Zuhörers eine fortwährende Besonnenheit erzwang Auf dem Wiederspiele dieses kühleren Luftzuges Welcher von der Besonnenheit her kam Und des durchwärmten Atems musikalische Begeisterung Ruhte der Zauber jener Musik Richard Wagner wollte eine andere Art Bewegung der Seele Welche, wie gesagt, dem Schwimmen und Schweben verwandt ist Vielleicht ist dies das wesentliche Mittel seiner Neuerungen Sein berühmtes Kunstmittel Diesem Wollen entsprungen und angepasst Die unendliche Melodie Bestrebt sich, alle mathematische Zeit- und Kraftebenmäßigkeit zu brechen Mitunter selbst zu verhöhnen Und er ist überreich in der Erfindung solcher Wirkungen Welche dem älteren Ohre wie rhythmische Paradoxien und Lästerreden klingen Er fürchtet die Versteinerung, die Kristallisation Den Übergang der Musik in das Architektonische Und so stellt er dem zweitaktigen Rhythmus einen dreitaktigen entgegen Führt nicht selten den Fünf- und Siebentakt ein Wiederholt dieselbe Phrase sofort Aber mit einer Dehnung, dass sie die doppelte und dreifache Zeitdauer bekommt Aus einer bequemen Nachahmung solcher Kunst Kann eine große Gefahr für die Musik entstehen Immer hat neben der Überreife des rhythmischen Gefühls Die Verwilderung, der Verfall der Rhythmik im Versteck gelauert Sehr groß wird zumal diese Gefahr Wenn eine solche Musik sich immer enger an eine ganz naturalistische Durch keine höhere Plastik erzogene Und beherrschte Schauspielerkunst und Gebärdensprache anlehnt Welche in sich kein Maß hat Und dem sich in ihr anschmiegenden Element Dem allzu weiblichen Wesen der Musik Auch kein Maß mitzuteilen vermag Dichter und Wirklichkeit Die Muse des Dichters, der nicht in die Wirklichkeit verliebt ist Wird eben nicht die Wirklichkeit sein Und ihm hohläugige und allzu zartknochige Kinder gebären Mittel und Zweck In der Kunst heiligt der Zweck die Mittel nicht Aber heilige Mittel können hier den Zweck heiligen Die schlechtesten Leser Die schlechtesten Leser sind die, welche wie plündernde Soldaten verfahren Sie nehmen sich einiges, was sie brauchen können, heraus Beschmutzen und verwirren das Übrige Und lästern auf das Ganze Merkmale des guten Schriftstellers Die guten Schriftsteller haben zweierlei gemeinsam Sie ziehen vor, lieber verstanden, als angestaunt zu werden Und sie schreiben nicht für die spitzen und überscharfen Leser Die gemischten Gattungen Die gemischten Gattungen in den Künsten legen Zeugnis über das Misstrauen ab Welches ihre Urheber gegen ihre eigene Kraft empfanden Sie suchten Hilfsmächte, Anwälte, Verstecke So der Dichter, der die Philosophie Der Musiker, der das Drama Der Denker, der die Rhetorik zu Hilfe ruft Mund halten Der Autor hat den Mund zu halten, wenn sein Werk den Mund auftut Abzeichen des Ranges Alle Dichter und Schriftsteller, welche in den Superlativ verliebt sind, wollen mehr, als sie können Kalte Bücher Der gute Denker rechnet auf Leser, welche das Glück nachempfinden, das im guten Denken liegt Sodass ein Buch, welches sich kalt und nüchtern ausnimmt Durch die rechten Augen gesehen, vom Sonnenscheine der geistigen Heiterkeit umspielt Und als eine rechte Seelentrost erscheinen kann Kunstgriff der Schwerfälligen Der Schwerfällige Denker wählt gewöhnlich die Geschwätzigkeit oder die Feierlichkeit zur Bundesgenossin Durch die erstere meint er sich Beweglichkeit und leichten Fuß anzueignen Durch die letztere erweckt er den Schein, als ob seine Eigenschaft eine Wirkung des freien Willens Der künstlerischen Absicht sei, zum Zwecke der Würde, welche Langsamkeit der Bewegung fordert Wer sich als Denker und Schriftsteller zur Dialektik und Auseinanderfaltung der Gedanken nicht geboren oder erzogen weiß Wird unwillkürlich nach dem rhetorischen und dramatischen Greifen Denn zuletzt kommt es ihm darauf an, sich verständlich zu machen und dadurch Gewalt zu gewinnen Gleichgültig, ob er das Gefühl auf ebenem Pfade zu sich leitet oder unversehens überfällt Als Hirt oder als Räuber Dies gilt auch in den bildenden wie musischen Künsten Wo das Gefühl mangelnder Dialektik oder des Ungenügens in Ausdruck und Erzählung Zusammen mit einem überreichen, drängenden Formentriebe Jene Gattung des Stiles zutage fördert, welche man Barockstil nennt Nur die schlecht unterrichteten und anmaßenden werden übrigens bei diesem Wort sogleich einige abschätzige Empfindung haben Der Barockstil entsteht jedes Mal beim Abblühen jeder großen Kunst Wenn die Anforderungen in der Kunst des klassischen Ausdrucks allzu groß geworden sind Als ein Naturereignis, dem man wohl mit Schwermut, weil es der Nacht voranläuft, zusehen wird Aber zugleich mit Bewunderung für die ihm eigentümlichen Ersatzkünste des Ausdrucks und der Erzählung Dahin gehört schon die Wahl von Stoffen und Vorwürfen höchster dramatischer Spannung Bei denen auch ohne Kunst das Herz zittert, weil Himmel und Hölle der Empfindung allzu nahe sind Dann die Beretsamkeit der starken Affekte und Gebärden des hässlich Erhabenen Der großen Massen, überhaupt der Quantität an sich Wie dies sich schon bei Michelangelo, dem Vater oder Großvater der italienischen Barockkünstler ankündigt Die Dämmerungs-, Verklärungs- oder Feuerbrunstlichter auf so stark gebildeten Formen Dazu fortwährend neue Wagnisse mit Mitteln und Absichten Vom Künstler für die Künstler kräftig unterstrichen Während der Laie wähnen muss, das beständige, unfreiwillige Überströmen aller Füllhörner einer ursprünglichen Naturkunst zu sehen Diese Eigenschaften alle, in denen jeder Stil seine Größe hat sind in den früheren, vorklassischen und klassischen Epochen einer Kunstart nicht möglich, nicht erlaubt Solche Köstlichkeiten hängen lange als verbotene Früchte am Baume Gerade jetzt, wo die Musik in die letzte Epoche übergeht Kann man das Phänomen des Barockstils in einer besonderen Pracht kennenlernen Und vieles durch Vergleichung daraus für frühere Zeiten lernen Denn es hat von den griechischen Zeiten ab schon oftmals einen Barockstil gegeben In der Poesie, Beretsamkeit, im Prosa-Stile, in der Skulptur ebenso wohl als bekanntermaßen in der Architektur Und jedes Mal hat dieser Stil Ob es ihm gleich am höchsten Adel, an dem einer unschuldigen, unbewussten, sieghaften Vollkommenheit Gebricht, auch vielen von den Besten und Ernstesten seiner Zeit wohlgetan Weshalb es, wie gesagt, anmaßend ist, ohne weiteres ihn abschätzig zu beurteilen So sehr sich jeder glücklich preisen darf, dessen Empfindung durch ihn nicht für den reineren und größeren Stil unempfindlich gemacht wird Wert ehrlicher Bücher Ehrliche Bücher machen den Leser ehrlich Wenigstens, indem sie seinen Hass und Widerwillen herauslocken Welchen die verschmitzte Klugheit sonst am besten zu verstecken weiß Gegen ein Buch aber lässt man sich gehen Wenn man sich auch noch so sehr gegen Menschen zurückhält Wodurch die Kunst Partei macht Einzelne schöne Stellen Ein erregender Gesamtverlauf Und hinreißende, erschütternde Schlussstimmungen So viel wird auch den meisten Laien von einem Kunstwerk noch zugänglich sein Und in einer Periode der Kunst In der man die große Masse der Laien auf die Seite der Künstler hinüberziehen Also eine Partei vielleicht zur Erhaltung der Kunst überhaupt machen will Wird der Schaffende gut tun, auch nicht mehr zu geben Damit er nicht zum Verschwender seiner Kraft werde auf Gebieten, wo niemand ihm dank weiß Das Übrige nämlich zu leisten Die Natur in ihrem organischen Bilden und Wachsen nachzuahmen Zum Schaden der Historie groß werden Jeder spätere Meister, welcher den Geschmack der Kunstgenießenden in seine Bahn lenkt Bringt unwillkürlich eine Auswahl und Neuabschätzung der älteren Meister und ihrer Werke hervor Das ihm gemäße und verwandte Das ihn vorschmeckende und ankündigende in jenen Gilt von jetzt ab als das eigentlich Bedeutende an ihnen und ihren Werken Eine Frucht, in der gewöhnlich ein großer Irrtum als Wurm verborgen steckt Wie ein Zeitalter zur Kunst geködert wird Man lerne mit Hilfe aller Künstler und Denkerzaubereien die Menschen an Vor ihren Mängeln, ihrer geistigen Armut, ihren unsinnigen Verblendungen und Leidenschaften Verehrung zu empfinden Und dies ist möglich Man zeige vom Verbrechen und vom Wahne nur die erhabene Seite Von der Schwäche der willenlosen und blind ergebenen Nur das rührende und zu Herzen sprechende eines solchen Zustandes Auch dies ist oft genug geschehen So hat man dann Mittel angewendet Auch einem ganz unkünstlerischen und unphilosophischen Zeitalter Schwärmerische Liebe zu Philosophie und Kunst Namentlich zu den Künstlern und Denkern als Personen einzuflößen Und in schlimmen Umständen Vielleicht das einzige Mittel Die Existenz so zarter und gefährlicher Gebilde zu wahren Kritik und Freude Kritik, Einseitige und Ungerechte Ebenso gut wie Verständige Macht dem, der sie übt, so viel Vergnügen Dass die Welt jedem Werk, jeder Handlung dankschuldig ist Welche viel und viele zur Kritik auffordert Denn hinter ihr her Zieht sich ein blitzender Schweif von Freude Witz, Selbstbewunderung, Stolz, Belehrung Vorsatz zum Bessermachen Der Gott der Freude Schuf das Schlechte und Mittelmäßige Aus dem gleichen Grunde, aus dem er das Gute schuf Über seine Grenze hinaus Wenn ein Künstler mehr sein will als ein Künstler Zum Beispiel der moralische Erwecker seines Volkes So verliebt er sich zur Strafe Zuletzt in ein Ungetüm von moralischem Stoff Und die Muse lacht dazu Denn diese so gutherzige Göttin Kann aus Eifersucht auch boshaft werden Man denke an Milton und Klopstock Gläsernes Auge Die Richtung des Talentes auf moralische Stoffe Personen, Motive Auf die schöne Seele des Kunstwerks Ist mitunter nur das gläserne Auge Welches der Künstler, dem es an der schönen Seele gebricht Sich einsetzt Mit dem sehr seltenen Erfolge Dass dies Auge zuletzt doch lebendige Natur wird Wenn auch etwas verkümmert blickende Natur Aber mit dem gewöhnlichen Erfolge Dass alle Welt Natur zu sehen meint Wo kaltes Glas ist Schreiben und Siegen wollen Schreiben sollte immer einen Sieg anzeigen Und zwar eine Überwindung seiner selbst Welche anderen zum Nutzen mitgeteilt werden muss Aber es gibt dyspeptische Autoren Welche gerade nur schreiben Wenn sie etwas nicht verdauen können Der wenn dies Ihnen schon in den Zähnen hängen geblieben ist Sie suchen unwillkürlich mit ihrem Ärger Auch dem Leserverdruss zu machen Und so eine Gewalt über ihn auszuüben Das heißt Auch sie wollen siegen Aber über andere Gut Buch will Weile haben Jedes gute Buch schmeckt herb Wenn es erscheint Es hat den Fehler der Neuheit Zudem schadet ihm sein lebender Autor Falls er bekannt ist Und manches von ihm verlautet Denn alle Welt pflegt den Autor Und sein Werk zu verwechseln Was in diesem an Geist, Süße und Goldglanz ist Muss sich erst mit den Jahren entwickeln Unter der Pflege wachsender, dann alter Zuletzt überlieferter Verehrung Manche Stunde muss darüber hinlaufen Manche Spinne ihr Netz daran gewoben haben Gute Leser machen ein Buch immer besser Und gute Gegner klären es ab Maßlosigkeit als Kunstmittel Künstler verstehen es wohl Was es sagen will Die Maßlosigkeit als Kunstmittel zu benutzen Um den Eindruck des Reichtums hervorzubringen Es gehört das zu den unschuldigen Listen Der Seelenverführung Auf welche sich die Künstler verstehen müssen Denn in ihrer Welt In der es auf Schein abgesehen ist Brauchen auch die Mittel des Scheins Nicht notwendig echt zu sein Der versteckte Leierkasten Die Genies verstehen sich besser als die Talente darauf Den Leierkasten zu verstecken Vermöge ihres umfänglicheren Faltenwurfs Aber im Grunde können sie auch nicht mehr Als ihre alten sieben Stücke immer wieder spielen Der Name auf dem Titelblatt Dass der Name des Autors auf dem Buche steht Ist zwar jetzt Sitte und fast Pflicht Doch ist es eine Hauptursache davon Dass Bücher so wenig wirken Sind sie nämlich gut So sind sie mehr wert als die Personen Als deren Quintessenzen Sobald aber der Autor sich durch den Titel zu erkennen gibt Wird die Quintessenz wieder von Seiten des Lesers Mit dem Persönlichen Ja Persönlichsten Dilotiert Und somit der Zweck des Buches vereitelt Es ist der Ehrgeiz des Intellektes Nicht mehr individuell zu erscheinen Schärfste Kritik Man kritisiert einen Menschen Ein Buch am schärfsten Wenn man das Ideal desselben hinzeichnet Wenig und ohne Liebe Jedes gute Buch ist für einen bestimmten Leser Und dessen Art geschrieben Und wird eben deshalb von allen übrigen Lesern Der großen Mehrzahl ungünstig angesehen Weshalb sein Ruf auf schmaler Grundlage ruht Und nur langsam aufgebaut werden kann Das mittelmäßige und schlechte Buch Ist es eben dadurch Dass es vielen zu gefallen sucht Und auch gefällt Musik und Krankheit Die Gefahr in der neuen Musik Liegt darin Dass sie uns den Becher Des Wonnigen und Großartigen So hinreißend Und mit einem Anscheine Von sittlicher Ekstase An die Lippen setzt Dass auch der Mäßige und Edle Immer einige Tropfen zu viel Von ihr trinkt Diese Minimalausschweifung Fortwährend wiederholt Kann aber zuletzt Eine tiefere Erschütterung Und Untergrabung Der geistigen Gesundheit Zu Wege bringen Als irgendein grober Exzess Es vermöchte So dass nichts übrig bleibt Als eines Tages Die Nymphengrotte zu fliehen Und durch Meereswogen Und Gefahren Nach dem Rauch von Itaka Und nach den Umarmungen Der schlichteren Und menschlicheren Gattin Sich den Weg zu bahnen Vorteil für die Gegner Ein Buch voller Geist Teilt auch an seine Gegner Davon mit Jugend und Kritik Ein Buch kritisieren Das heißt für die Jungen nur Keinen einzigen produktiven Gedanken desselben An sich herankommen lassen Und sich mit Händen Und Füßen Seiner Haut wehren Der Jüngling Lebt gegen alles Neue Das er nicht in Bausch Und Bogen lieben kann Im Stande der Notwehr Und begeht jedes Mal dabei So oft er nur kann Ein überflüssiges Verbrechen Wirkung der Quantität Die größte Paradoxie In der Geschichte Der Dichtkunst Liegt darin Dass in allem Worin die alten Dichter Ihre Größe haben Einer ein Barbar Nämlich fehlerhaft Und verwachsen Vom Wirbel Bis zur Zehe Sein kann Und dennoch Der größte Dichter bleibt So steht es ja mit Shakespeare Der mit Sophocles zusammengehalten Einem Bergwerke Voll einer Unermesslichkeit An Gold, Blei und Geröll gleicht Während jener nicht nur Gold Sondern Gold In der edelsten Gestaltung ist Die seinen Wert Als Metall fast vergessen macht Aber die Quantität In ihren höchsten Steigerungen Wirkt als Qualität Das kommt Shakespeare zugute Aller Anfang ist Gefahr Der Dichter hat die Wahl Entweder das Gefühl Von einer Stufe Zur anderen zu heben Und so zuletzt Sehr hoch zu steigern Oder es mit einem Überfalle zu versuchen Und gleich von Beginn an Mit aller Gewalt Am Glockenstrang zu ziehen Beides Hat seine Gefahren Im ersten Falle Läuft ihm vielleicht Sein Zuhörer vor Langeweile Im zweiten Vor Schrecken davon Zugunsten der Kritiker Die Insekten stechen Nicht aus Bosheit Sondern weil sie auch Leben wollen Ebenso unsere Kritiker Sie wollen unser Blut Nicht unseren Schmerz Erfolg von Sentenzen Die Unerfahrenen meinen immer Wenn ihnen eine Sentenz Sofort durch ihre schlichte Wahrheit einleuchtet Sie sei alt und bekannt Und blicken dabei Scheel auf den Urheber Als habe er das Gemeingut Aller stehlen wollen Während sie an gewürzten Halbwahrheiten Freude haben Und dies dem Autor Zu erkennen geben Dieser weiß Einen solchen Wink Zu würdigen Und er rät daraus leicht Wo es ihm gelungen Und wo Misslungen ist Siegen wollen Ein Künstler Der in allem Was er unternimmt Über seine Kräfte Hinaus geht Wird doch zuletzt Durch das Schauspiel Des gewaltigen Ringens Das er gewährt Die Menge Mit sich fortreißen Denn der Erfolg Ist nicht immer nur Beim Siege Sondern mitunter Schon beim Siegen wollen Siebi Scribere Der vernünftige Autor Schreibt für keine andere Nachwelt Als für seine eigene Das heißt für sein Alter Um auch dann noch An sich Freude haben zu können Lob der Sentenz Eine gute Sentenz Ist zu hart Für den Zahn der Zeit Und wird von allen Jahrtausenden Nicht aufgezehrt Obwohl sie jederzeit Zur Nahrung dient Dadurch ist sie Das große Paradoxon In der Literatur Das Unvergängliche Inmitten des Wechselnden Die Speise Welche immer geschätzt bleibt Wie das Salz Und niemals Wie selbst dieses Dumm wird Kunstbedürfnis Zweiten Ranges Das Volk hat wohl Etwas von dem Was man Kunstbedürfnis Nennen darf Aber es ist wenig Und wohlfeil Zu befriedigen Im Grunde Genügt hierfür Der Abfall Der Kunst Das soll man Ehrlich Sich eingestehen Man erwäge Man erwäge doch nur Zum Beispiel An was für Melodien Und Liedern Jetzt unsere Kraftvollsten Unverdorbensten Treuherzigsten Schichten Der Bevölkerung Ihre rechte Herzensfreude haben Man lebe unter Hirten Sennen Bäuern Jägern Soldaten Seeleuten Und gebe Sich die Antwort Und wird Nicht in der Kleinen Stadt Gerade in den Häusern Welche der Sitz Altvererbter Bürgertugend Sind Jene Allerschlechteste Musik Geliebt Ja gehätschelt Welche überhaupt Jetzt hervorgebracht Wird Der von tieferem Bedürfnisse Von unausgefülltem Begehren Nach Kunst In Beziehung Auf das Volk Wie es ist Redet Der faselt Oder schwindelt Seid ehrlich Nur bei Ausnahmemenschen Gibt es jetzt Ein Kunstbedürfnis Im hohen Stile Weil die Kunst Überhaupt Wieder einmal Im Rückgange ist Und die Menschlichen Kräfte Und Hoffnungen Sich für eine Zeit auf andere Dinge geworfen Haben Außerdem Nämlich Abseits Vom Volke Besteht freilich Noch ein breiteres Umfänglicheres Kunstbedürfnis Aber zweiten Ranges In den höheren Und höchsten Schichten Der Gesellschaft Hier ist etwas Wie eine Künstlerische Gemeinde Die es Aufrichtig Meint Möglich Aber man Sehe sich Die Elemente An Es sind Im Allgemeinen Die feineren Unzufriedenen Die an sich Zu keiner Rechten Freude Kommen Der Gebildete Der nicht Frei genug Geworden ist Um der Tröstungen Der Religion Entraten zu können Und doch ihre Öle Nicht wohlriechend Genug findet Der Halbedle Der zu schwach Ist Den eigenen Grundfehler Seines Lebens Oder den schädlichen Hang Seines Charakters Zu brechen Durch Heroisches Umkehren Oder Verzicht Leisten Der Reich Begabte Der zu Vornehmen Von sich Denkt Um durch Bescheidene Tätigkeit Zu nützen Und zu Träge Zur ernsten Aufopfernden Arbeit Ist Das Mädchen Welches Sich keinen Genügenden Kreis Von Pflichten Zu schaffen Weiß Die Frau Die Durch eine Leichtsinnige Oder Frevelhafte Ehe Sich Band Und Nicht Genug Gebunden Weiß Der Gelehrte Arzt Kaufmann Beamte Der Zuzeitig In das Einzelne Eingekehrt Und seiner Ganzen Natur Niemals Vollen Lauf Gegönnt Hat Dafür Aber Mit Einem Wurm Im Herzen Seine Immerhin Tüchtige Arbeit Tut Endlich Alle Unvollständigen Künstler Dies Sind Jetzt Die Noch Wahrhaften Kunstbedürftigen Und Was Begehren Sie Eigentlich Von Der Kunst Sie Soll Ihnen Für Stunden Und Augenblicke Das Unbehagen Die Langeweile Das Halbschlechte Gewissen Verscheuchen Und Womöglich Den Fehler Ihres Lebens Und Charakters Als Fehler Des Weltenschicksals Ins Große Umdeuten Sehr Verschieden Von Den Griechen Welche In der Kunst Das Aus Und Überströmen Ihres Eigenen Wohl Und Gesundseins Empfanden Und Es Liebten Ihre Vollkommenheit Noch Einmal Außer Sich Zu Sehen Sie Führte Der Selbstgenuss Zur Kunst Dieser Unsere Zeitgenossen Der Selbst Verdruss Die Deutschen Im Theater Das Eigentliche Theatertalent Der Deutschen War Kotzebü Er Und Seine Deutschen Die Der Höheren Sowohl Als Die Der Mittleren Gesellschaft Gehörten Notwendig Zusammen Und Die Zeitgenossen Hätten Von Ihm Im Ernste Sagen Dürfen In Ihm Leben Weben Und Sind Wir Hier War Nichts Erzwungenes Angebildetes Halb Und Angenießendes Was Er Wollte Und Konnte Wurde Verstanden Ja Bis Jetzt Ist Der Ehrliche Theatererfolg Auf Deutschen Bühnen Im Besitze Der Verschämten Oder Unverschämten Erben Kotzebü Mittel Und Wirkungen Namentlich Soweit Das Lustspiel Noch In Einiger Blüte Steht Woraus sich Das Viel Von Dem Damaligen Deutschtum Zumal Abseits Von Der Großen Stadt Immer Noch Fortlebt Gutmütig In Kleinen Genüssen Unterhaltsam Tränen Lüstern Mit Dem Wunsche Wenigstens Im Theater Sich Der Eingeborenen Pflichtstrengen Nüchternheit Entschlagen Zu Dürfen Und Hier Lächelnde Ja Lachende Duldung Zu Üben Das Gute Und Das Mitleid Verwechselnd Und Denn Einst Zusammenwerfend Bis Das Wesentliche Der Deutschen Sentimentalität Ist Überglücklich Bei Einer Schönen Großmütigen Handlung Im Übrigen Unterwürfig Nach Oben Neidisch Gegeneinander Und Doch Im Innersten Sich Selbst Genügend So Waren Sie So War Er Das Zweite Theatertalent War Schiller Dieser Entdeckte Eine Klasse Von Zuhörern Welche Bis Dahin Nicht In Betracht Gekommen Waren Er Er Fand Sie In Den Unreifen Lebensaltern Im Deutschen Mädchen Und Jüngling Ihren Höheren Edleren Stürmischeren Wenn Wenn auch Unklaren Regungen Ihrer Lust Am Klingklang Sittlicher Worte Welche In den Dreißiger Jahren Des Lebens Zu Verschwinden Pflegt Kam Er Mit Seinen Dichtungen Entgegen Und Errang Sich Dadurch Gemäß Der Leidenschaftlichkeit Und Parteisucht Jener Altersklasse Einen Erfolg Der Allmählich Auch Auf Die Reiferen Lebensalter Mit Vorteil Einwirkte Schiller Hat Im Allgemeinen Die Deutschen Verjüngt Goethe Stand Über Den Deutschen In Jeder Beziehung Und Steht Es Auch Jetzt Noch Er Wird Ihnen Nie Angehören Wie Könnte Auch Je Ein Volk Der Goethe Geistigkeit Im Wohlsein Und Wohlwollen Gewachsen Sein Wie Beethoven Über Die Deutschen Weg Musik Machte Wie Schopenhauer Über Die Deutschen Weg Philosophierte So Dichtete Goethe Seinen Tasso Seine Iphigenie Über Die Deutschen Weck Ihm Folgte Eine Sehr Kleine Schar Höchst Gebildeter Durch Altertum Leben Und Reisen Erzogener Über Deutsches Wesen Hinaus Gewachsene Er Selber Wollte Es Nicht Anders Als 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 Die Romantiker Zunge, ihres verschleimten Magens wegen, zuletzt nicht mehr weiß, was ihr schmeckt, was ihr langweilig ist. Selig sind die, welche Geschmack haben, wenn es auch ein schlechter Geschmack ist. Und nicht nur selig, auch weise kann man nur Vermöge dieser Eigenschaft werden, weshalb die Griechen, die in solchen Dingen sehr fein waren, den Weisen mit einem Wort bezeichneten, das den Mann des Geschmacks bedeutet, und Weisheit, künstlerische sowohl als erkennende, geradezu Geschmack, Sophia, benannten. Die Musik als Spätling jeder Kultur. Die Musik bekommt von allen Künsten, welche auf einem bestimmten Kulturboden unter bestimmten sozialen und politischen Verhältnissen jedes Mal aufzuwachsen pflegen, als die letzte aller Pflanzen zum Vorschein im Herbst und Abblühen der zu ihr gehörigen Kultur. Während gewöhnlich die ersten Boten und Anzeichen eines neuen Frühlings schon bemerkbar sind. Damit unterläutert die Musik wie die Sprache eines versunkenen Zeitalters in eine erstaunte und neue Welt hinein und kommt zu spät. Erst in der Kunst der Niederländermusiker fand die Seele des christlichen Mittelalters ihren vollen Klang. Ihre Tonbaukunst ist die nachgeborene, aber echt und ebenbürtige Schwester der Gotik. Erst in Handels Musik erklang das Beste von Luthers und seiner verwandten Seele, der große jüdisch-heroische Zug, welche die ganze Reformationsbewegung schuf. Erst Mozart gab dem Zeitalter Ludwig des Vierzehnten und der Kunst Racines und Claude Laurence in klingendem Golde heraus. Erst in Beethovens und Rossinis Musik sang sich das 18. Jahrhundert aus, das Jahrhundert der Schwärmerei, der zerbrochenen Ideale und des flüchtigen Glücks. So möchte dann ein Freund empfindsamer Gleichnisse sagen, jede wahrhaft bedeutende Musik sei Schwanengesang. Die Musik ist eben nicht eine allgemeine, überzeitliche Sprache, wie man so oft zu ihrer Ehre gesagt hat, sondern entspricht genau einem Gefühls-, Wärme- und Zeitmaß, welches eine ganz bestimmte, einzelne, zeitlich und örtlich gebundene Kultur als inneres Gesetz in sich trägt. Die Musik Palästrinas würde für einen Griechen völlig unzugänglich sein und wiederum, was würde Palästrina bei der Musik Rossinis hören? Vielleicht, dass auch unsere neueste deutsche Musik, so sehr sie herrscht und herrschlustig ist, in kurzer Zeitspanne nicht mehr verstanden wird. Denn sie entsprang aus einer Kultur, die im raschen Absinken begriffen ist. Ihr Boden ist jene Reaktions- und Restaurationsperiode, in welcher ebenso ein gewisser Katholizismus des Gefühls, wie die Lust an allem heimisch-nationalen Wesen und Unwesen zur Blüte kam und über Europa einen gemischten Duft ausgoss, welche beide Richtungen des Empfindens in größter Stärke erfasst und bis in die entferntesten Enden fortgeführt in der wagnerischen Kunst zuletzt zum Erklingen gekommen sind. Wagners Abneigung der altheimischen Sagen, sein veredelndes Schalten und Walten unter deren so fremdartigen Göttern und Helden, welche eigentlich souveräne Raubtiere sind, mit Anwandlungen von Tiefsinn, Großherzigkeit und Lebensüberdruss. Die Neubeseelung dieser Gestalten, denen er den christlich-mittelalterlichen Durst nach verzückter Sinnlichkeit und Entsinnlichung dazu gab. Dieses ganze wagnerische Nehmen und Geben in Hinsicht auf Stoffe, Seelen, Gestalten und Worte spricht deutlich auch den Geist seiner Musik aus, wenn diese wie alle Musik von sich selber nicht völlig unzweideutig zu reden vermöchte. Dieser Geist führt den allerletzten Kriegs- und Reaktionszug an gegen den Geist der Aufklärung, welcher aus dem vorigen Jahrhundert in dieses hineinwehte, ebenso gegen die übernationalen Gedanken der französischen Umsturzschwärmerei und der englisch-amerikanischen Nüchternheit im Umbau von Staat und Gesellschaft. Ist aber nicht ersichtlich, dass die hier bei Wagner selbst und seinem Anhange noch zurückgedrängt erscheinenden Gedanken und Empfindungskreise längst von Neuem wieder Gewalt bekommen haben und dass jener späte musikalische Protest gegen sie, zumeist in Ohren hineinklingt, die andere und entgegengesetzte Töne lieber hören, sodass eines Tages jene wunderbare und hohe Kunst ganz plötzlich unverständlich werden und sich Spinnweben und Vergessenheit über sie legen könnten. Man darf sich über diese Sachlage nicht durch jene flüchtigen Schwankungen beirren lassen, welche als Reaktion innerhalb der Reaktion, als ein zeitweiliges Einsinken des Wellenbergs inmitten der gesamten Bewegung erscheinen. So mag dieses Jahrzehnt der nationalen Kriege, des ultramontanen Martyriums und der sozialistischen Beängstigung in seinen feineren Nachwirkungen auch der genannten Kunst zu einer plötzlichen Glorie verhelfen, ohne ihr damit die Bürgschaft dafür zu geben, dass sie Zukunft habe oder gar, dass sie die Zukunft habe. Es liegt im Wesen der Musik, dass die Früchte ihrer großen Kulturjahrgänge zeitiger, unschmackhaft werden und rascher verderben als die Früchte der bildenden Kunst oder gar die auf dem Baume der Erkenntnis gewachsenen. Unter allen Erzeugnissen des menschlichen Kunstsinns sind nämlich Gedanken das dauerhafteste und haltbarste. Die Dichter keine Lehrer mehr So fremd es unserer Zeit klingen mag, es gab Dichter und Künstler, deren Seele über die Leidenschaften und deren Krämpfe und Entzückungen hinaus war und die deshalb an reinlicheren Stoffen, würdigeren Menschen, zarteren Verknüpfungen und Lösungen ihre Freude hatten. Sind die jetzigen großen Künstler meistens Entfessler des Willens und unter Umständen eben dadurch Befreier des Lebens, so waren jene willensbändiger Tierverwandler, Menschenschöpfer und überhaupt Bildner, Um- und Fortbildner des Lebens. Während der Ruhm der jetzigen im Abschirren Kettenlösen zertrümmern liegen mag. Die älteren Griechen verlangten vom Dichter, er solle der Lehrer der Erwachsenen sein. Aber wie müsste sich jetzt ein Dichter schämen, wenn man dies von ihm verlangte? Er, der selber sich kein guter Lehrer war und daher selbst kein gutes Gedicht, kein schönes Gebilde wurde, sondern im günstigsten Falle gleichsam der Scheue, anziehende Trümmerhaufen eines Tempels. Aber zugleich eine Höhle von Begierden, mit Blumen, Stechpflanzen, Giftkräutern ruinenhaft überwachsen, von Schlangen, Gewürmspinnen und Vögeln bewohnt und besucht. Ein Gegenstand zum trauernden Nachsinnen darüber, warum jetzt das Edelste und Köstlichste, sogleich als Ruine ohne die Vergangenheit und Zukunft des Vollkommenseins emporwachsen muss. Vor- und Rückblick Eine Kunst, wie sie aus Homer, Sophokles, Theokrit, Calderon, Racine, Goethe ausströmt, als Überschuss einer weisen und harmonischen Lebensführung, das ist das Rechte, nachdem wir endlich greifen lernen, wenn wir selber weiser und harmonischer geworden sind. Nicht jene barbarische, wenn gleich noch so entzückende Aussprudelung hitziger und bunter Dinge aus einer ungebändigten, chaotischen Seele, welche wir früher als Jünglinge unter Kunst verstanden. Es begreift sich aber aus sich selber, dass für gewisse Lebenszeiten eine Kunst der Überspannung, der Erregung, des Widerwillens gegen das geregelte, eintönige, einfache, logische, ein notwendiges Bedürfnis ist, welchem Künstler entsprechen müssen, damit die Seele solcher Lebenszeiten sich nicht auf anderem Wege durch allerlei Unfug und Unart entlade. So bedürfen die Jünglinge, wie sie meistens sind, voll, gährend, von nichts mehr als von der Langeweile gepeinigt. So bedürfen Frauen, denen eine gute, die Seele füllende Arbeit fehlt, jener Kunst der entzückenden Unordnung. Umso heftiger noch entflammt Sehnsucht nach Genügen ohne Wechsel, einem Glück ohne Betäubung und Rausch. Gegen die Kunst der Kunstwerke Die Kunst soll vor allem und zuerst das Leben verschönern, also uns selber den anderen erträglich, womöglich angenehm machen. Mit dieser Aufgabe vor Augen mäßigt sie und hält uns im Zaume, schafft Formen des Umgangs, bindet die Unerzogenen an Gesetze des Anstands, der Reinlichkeit, der Höflichkeit, des Redens und Schweigens zur rechten Zeit. So dann soll die Kunst alles Hässliche verbergen oder umdeuten, jenes peinliche, schreckliche, ekelhafte, welches trotz allem Bemühen immer wieder gemäß der Herkunft der menschlichen Natur herausbrechen wird. Sie soll so namentlich in Hinsicht auf die Leidenschaften und seelischen Schmerzen und Ängste Verfahren und im unvermeidlich oder unüberwindlich Hässlichen das Bedeutende durchschimmern lassen. Nach dieser großen, ja übergroßen Aufgabe der Kunst ist die sogenannte eigentliche Kunst, die der Kunstwerke nur ein Anhängsel. Ein Mensch, der einen Überschuss von solchen verschönenden, verbergenden und umdeutenden Kräften in sich fühlt, wird sich zuletzt noch in Kunstwerken dieses Überschusses zu entladen suchen, ebenso unter besonderen Umständen ein ganzes Volk. Aber gewöhnlich fängt man jetzt die Kunst am Ende an, hängt sich an ihren Schweif und meint, die Kunst der Kunstwerke sei das Eigentliche, von ihr aus solle das Leben verbessert und umgewandelt werden. Wir toren. Wenn wir die Mahlzeit mit dem Nachtisch beginnen und Süßigkeiten über Süßigkeiten kosten, was Wunders, wenn wir uns den Magen und selbst den Appetit für die gute, kräftige, nähernde Mahlzeit, zu der uns die Kunst einladet, verderben. Fortbestehen der Kunst. Wodurch besteht jetzt im Grunde eine Kunst der Kunstwerke fort? Dadurch, dass die meisten welche Muße Stunden haben, und nur für diese gibt es ja eine solche Kunst, nicht glauben, ohne Musik, Theater und Galerienbesuch, ohne Roman und Gedichtlesen mit ihrer Zeit fertig zu werden. Gesetzt, man könnte sie von dieser Befriedigung abhalten, so würden sie entweder nicht so eifrig nach Muße streben und der neiderregende Anblick der Reichen würde seltener, ein großer Gewinn für den Bestand der Gesellschaft. Oder sie hätten Muße, lernten aber nachdenken, was man lernen und verlernen kann. Über ihre Arbeit zum Beispiel, ihre Verbindungen, über Freuden, die sie erweisen könnten. Alle Welt, mit der Ausnahme der Künstler, hätte in beiden Fällen den Vorteil davon. Es gibt gewiss manchen kraft- und sinnvollen Leser, der hier einen guten Einwand zu machen versteht. Der Plumpen und Böswilligen halber soll es doch einmal gesagt werden, dass es hier, wie so oft in diesem Buche, dem Autor ebenso auf den Einwand ankommt, und dass manches in ihm zu lesen ist, was nicht gerade darin geschrieben steht. Das Mundstück der Götter Der Dichter spricht die alleinigen höheren Meinungen aus, welche ein Volk hat. Er hat deren Mundstück und Flöte. Aber er spricht sie, Vermöge des Metrums und aller anderen künstlerischen Mittel, so aus, dass das Volk sie wie etwas ganz Neues und Wunderhaftes nimmt und es vom Dichter allen Ernstes glaubt, es sei das Mundstück der Götter. Ja, in der Umwölkung des Schaffens vergisst der Dichter selber, wo er alle seine geistige Weisheit her hat. Von Vater und Mutter, von Lehrern und Büchern aller Art, von der Straße und namentlich von den Priestern. Ihn täuscht seine eigene Kunst und er glaubt wirklich, in naiver Zeit, dass ein Gott durch ihn rede, dass er im Zustande einer religiösen Erleuchtung schaffe, während er eben nur sagt, was er gelernt hat, Volksweisheit und Volkstorheit miteinander. Also, insofern der Dichter wirklich Vox Populi ist, gilt er als Vox Dei. Was alle Kunst will und nicht kann Die schwerste und letzte Aufgabe des Künstlers ist die Darstellung des gleichbleibenden, in sich ruhenden, hohen, einfachen, vom Einzelreiz weit absehenden. Deshalb werden die höchsten Gestaltungen sittlicher Vollkommenheit den schwächeren Künstler selbst als unkünstlerische Vorwürfe abgelehnt, weil ihrem Ehrgeize der Anblick dieser Früchte gar zu peinlich ist. Sie glänzen ihnen aus äußersten Ängsten der Kunst entgegen, aber es fehlt ihnen Leiter, Mut und Handgriff, um sich so hoch wagen zu dürfen. An sich ist ein Phidias als Dichter recht wohl möglich, aber in Anbetracht der modernen Kraft nur im Sinne des Wortes, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Schon der Wunsch nach einem dichterischen Claude Laurent ist ja gegenwärtig eine Unbescheidenheit, so sehr einen das Herz danach verlangen heißt. Der Darstellung des höchsten Menschen Das heißt des einfachsten und zugleich vollsten war bis jetzt keinem Künstler gewachsen. Vielleicht aber haben die Griechen im Ideal der Athene am weitesten von allen bisherigen Menschen den Blick geworfen. Kunst und Restauration Die rückläufigen Bewegungen in der Geschichte, die sogenannten Restaurationszeiten, welche einem geistigen und gesellschaftlichen Zustand, der vor dem zuletzt bestehenden lag, wieder Leben zu geben suchen und denen eine kurze Totenerweckung auch wirklich zu gelingen scheint, haben den Reiz das gemütvoller Erinnerung, sehnsüchtigen Verlangens nach fast verlorenem, hastigen Umarmens von minutenlangem Glück. Wegen dieser seltsamen Vertiefung der Stimmung finden gerade in solchen flüchtigen, fast umhaften Zeiten, Kunst und Dichtung einen natürlichen Boden, die an steil absinkenden Berges hängen, die zartesten und seltensten Pflanzen wachsen. So treibt es manchen guten Künstler unvermerkt zu einer Restaurationsdenkweise in Politik und Gesellschaft für welche er sich auf eigene Faust ein stilles Winkelchen und Gärtchen zurecht macht wo er den die menschlichen Überreste jener ihn anheimelnden Geschichtsepoche um sich sammelt und vor lauter Toten Halbtoten und den Sterbensmüden sein Seitenspiel ertönen lässt vielleicht mit dem erwähnten Erfolge einer kurzen Totenerweckung Glück der Zeit In zwei Beziehungen ist unsere Zeit glücklich zu preisen In Hinsicht auf die Vergangenheit genießen wir alle Kulturen und deren Hervorbringungen und nähern uns mit dem edelsten Blute aller Zeiten Wir stehen noch dem Zauber der Gewalten aus deren Schoße jene geboren wurden nahe genug um uns vorübergehend ihnen mit Lust und Schauder unterwerfen zu können Während frühere Kulturen sich nur selber zu genießen vermochten und nicht über sich hinaus sahen viel mehr wie von einer weiter oder enger gewölbten Glocke überspannt waren aus welcher zwar Licht auf sie herabströmte durch welche aber kein Blick hindurch drang In Hinsicht auf die Zukunft erschließt sich uns zum ersten Male in der Geschichte der ungeheure Weitblick menschlich-ökumenischer die ganze bewohnte Erde um spannender Ziele Zugleich fühlen wir uns der Kräfte bewusst diese neue Aufgabe ohne Anmaßung selber in die Hand nehmen zu dürfen ohne übernatürlicher Beistände zu bedürfen Ja, möge unser Unternehmen ausfallen, wie es wolle Mögen wir unsere Kräfte überschätzt haben Jedenfalls gibt es niemanden, dem wir Rechenschaft schuldeten als uns selbst Die Menschheit kann von nun an durchaus mit sich anfangen, was sie will Es gibt freilich sonderbare Menschenbienen welche aus dem Kelche aller Dinge immer nur das bitterste und ärglichste zu saugen verstehen Und in der Tat, alle Dinge enthalten etwas von diesem Nicht-Honig in sich Diese mögen über das geschilderte Glück unseres Zeitalters in ihrer Art empfinden und an ihrem Bienenkorb des Missbehagens weiterbauen Eine Vision Lehr- und Betrachtungsstunden für Erwachsene, Reife und Reifste und diese täglich, ohne Zwang, aber nach dem Gebot der Sitte von jedermann besucht Die Kirchen als die würdigsten und erinnerungsreichsten Städten dazu gleichsam alltägliche Festfeiern der erreichten und erreichbaren menschlichen Vernunft würde Ein neueres und volleres Auf- und Ausblühen des Lehrerideals, in welches der Geistliche, der Künstler und der Arzt, der Wissende und der Weise hinein verschmelzen Wie deren Einzeltugenden als Gesamttugend auch in der Lehre selber, in ihrem Vortrag, ihrer Methode zum Vorschein kommen müssten Dies ist meine Vision, die mir immer wiederkehrt und von der ich fest glaube, dass sie einen Zipfel des Zukunftsschleiers gehoben hat Erziehung, Verdrehung Die außerordentliche Unsicherheit alles Unterrichtswesens, aufgrund deren jetzt jeder Erwachsene das Gefühl bekommt, sein einziger Erzieher sei der Zufall gewesen Das Windfahnenhafte der erzieherischen Methode und Absichten erklärt sich daraus, dass jetzt die ältesten und die neuesten Kulturmächte wie in einer wilden Volksversammlung mehr gehört, als verstanden werden wollen und um jeden Preis durch ihre Stimme ihr Geschrei beweisen wollen, dass sie noch existieren oder dass sie schon existieren Die armen Lehrer und Erzieher sind bei diesem widersinnigen Lärm erst betäubt, dann still und endlich stumpf geworden und lassen alles über sich ergehen, wie sie nun wieder auch alles über ihre Zöglinge ergehen lassen Sie selbst sind nicht erzogen Wie sollten sie erziehen? Sie selbst sind keine gerade gewachsenen, kräftigen, saftvollen Stämme Wer sich an sie anschließen will, wird sich winden und krümmen müssen und zuletzt verdreht und verwachsen erscheinen Philosophen und Künstler der Zeit Wüstheit und Kaltsinn, Brand der Begierden, Abkühlung des Herzens Dies widerliche Nebeneinander findet sich im Bilde der höheren europäischen Gesellschaft der Gegenwart Da glaubt der Künstler schon viel zu erreichen, wenn er durch seine Kunst neben dem Brand der Begierde auch einmal den Brand des Herzens aufflammen macht Und ebenso der Philosoph, wenn er bei der Kühle des Herzens, die er mit seiner Zeit gemein hat auch die Hitze der Begierde durch sein weltverneinendes Urteilen in sich und jener Gesellschaft abkühlt Nicht ohne Not Soldat der Kultur sein Endlich, endlich lernt man, was nicht zu wissen einem in jüngeren Jahren so viel Einbuße macht Dass man zuerst das Vortreffliche tun zu zweit das Vortreffliche aufsuchen müsse wo und unter welchen Namen es auch zu finden sei Dass man dagegen allem Schlechten und Mittelmäßigen sofort aus dem Wege gehe, ohne es zu bekämpfen Und dass schon der Zweifel an der Güte einer Sache, wie er bei gut geübtem Geschmack schnell entsteht Uns als Argument gegen sie und als Anlass, ihr völlig auszuweichen, gelten dürfe Auf die Gefahr hin, einige Male dabei zu irren und das schwerer zugängliche Gute mit dem Schlechten und Unvollkommenen zu verwechseln Nur wer nichts Besseres kann soll den Schlechtigkeiten der Welt zu Leibe gehen als der Soldat der Kultur Aber der Nähr- und Leerstand derselben richtet sich zugrunde, wenn er in Waffen einhergehen will und den Frieden seines Berufes und Hauses durch Vorsorge, Nachtwachen und böse Träume in unheimliche Friedlosigkeit umkehrt Wie Naturgeschichte zu erzählen ist Die Naturgeschichte als die Kriegs- und Siegesgeschichte der sittlich-geistigen Kraft im Widerstande gegen Angst, Einbildung, Trägheit, Aberglaube, Narrheit sollte so erzählt werden, dass jeder, der sie hört zum Streben nach geistig-leiblicher Gesundheit und Blüte zum Frohgefühl, Erbe und Fortsetzer des Menschlichen zu sein und zu einem immer edleren Unternehmungsbedürfnis unaufhaltsam fortgerissen würde Bis jetzt hat sie ihre rechte Sprache noch nicht gefunden weil die spracherfinderischen und berätten Künstler denn deren bedarf es hierzu, gegen sie ein verstocktes Misstrauen nicht loswerden und vor allem nicht gründlich von ihr lernen wollen Immerhin ist den Engländern zuzugestehen dass sie in ihren naturwissenschaftlichen Lehrbüchern für die niederen Volksschichten bewunderungswürdige Schritte nach jenem Ideale hingemacht haben Dafür werden diese auch von ihren ausgezeichnetsten Gelehrten ganzen vollen und füllenden Naturen gemacht nicht wie bei uns von den Mittelmäßigkeiten der Forschung Genialität der Menschheit Wenn Genialität nach Schopenhauers Beobachtung in der zusammenhängenden und lebendigen Erinnerung an das Selbsterlebte besteht So möchte im Streben nach Erkenntnis des gesamten historischen Gewordenseins welches immer mächtiger die neuere Zeit gegen alle früheren abhebt und zum ersten Male zwischen Natur und Geist Mensch und Tier, Moral und Physik die alten Mauern zerbrochen hat Ein Streben nach Genialität der Menschheit im Ganzen zu erkennen sein Die vollendet gedachte Historie wäre komisches Selbstbewusstsein Kultus der Kultur Großen Geistern ist das Abschrecken der Allzu-Menschliche ihres Wesens ihrer Blindheiten, Verkrümmungen, Maßlosigkeiten beigegeben damit ihr mächtiger, leicht allzu mächtiger Einfluss fortwährend durch das Misstrauen welches jene Eigenschaften einflößen in Schranken gehalten werde Denn das System alles dessen, was die Menschheit zu ihrem Fortbestehen nötig hat ist so umfassend und nimmt so verschiedenartige und zahlreiche Kräfte in Anspruch dass für jede einseitige Bevorzugung sei es der Wissenschaft oder des Staates oder der Kunst oder des Handels wozu jene Einzelnen treiben die Menschheit als Ganzes harte Buße zahlen muss Es ist immer das größere Verhängnis der Kultur gewesen wenn Menschen angebetet werden in welchem Sinn man sogar mit dem Spruche des mosaischen Gesetzes zusammenfühlen darf welche verbietet neben Gott andere Götter zu haben Dem Kultus des Genius und der Gewalt muss man als Ergänzung und Heilmittel immer den Kultus der Kultur zur Seite stellen welche auch dem stofflichen, geringen, niedrigen, verkannten, schwachen, unvollkommenen, einseitigen, halben, unwahren, scheinenden ja dem Bösen und Furchtbaren eine verständnisvolle Würdigung und das Zugeständnis, dass dies alles nötig sei zu schenken weiß denn der Zusammen- und Fortklang alles Menschlichen durch erstaunliche Arbeiten und Glücksfälle erreicht und ebenso sehr das Werk von Zyklopen und Ameisen als von Genies soll nicht wieder verloren gehen Wie dürften wir da des gemeinsamen tiefen, oft unheimlichen Grundbasses entraten können ohne den ja Melodie nicht Melodie zu sein vermag Die alte Welt und die Freude Die Menschen der alten Welt wussten sich besser zu freuen Wir uns weniger zu betrüben Jene machten immerfort neue Anlässe sich wohlzufühlen und Feste zu feiern Ausfindig mit allem ihrem Reichtum von Schars Sinn und Nachdenken Während wir unseren Geist auf Lösung von Aufgaben verwenden welche mehr die Schmerzlosigkeit, die Beseitigung von Unlustquellen im Auge haben In Betreff des leidenden Daseins suchten die Alten zu vergeben oder die Empfindung ins Angenehme irgendwie umzubiegen So dass sie hierin palliativisch zu helfen suchten Während wir den Ursachen des Leidens zu Leibe gehen und im Ganzen lieber prophylaktisch wirken Vielleicht bauen wir nur die Grundlagen auf denen spätere Menschen auch wieder den Tempel der Freude errichten Die Musen als Lügnerinnen Wir verstehen uns darauf, viele Lügen zu sagen So sangen einstmals die Musen, als sie sich vor Hesuit offenbarten Es führt zu wesentlichen Entdeckungen wenn man den Künstler einmal als Betrüger fasst Wie paradox Homer sein kann Gibt es etwas Verwegeneres, Schauerlicheres, Unglaublicheres das über Menschenschicksal gleich der Wintersonne so hinleuchtet wie jener Gedanke, der sich bei Homer findet Das ja, fügte der Götter Beschluss und verhängte den Menschen Untergang dass es wäre ein Gesang auch späteren Geschlechtern Also, wir leiden und gehen zugrunde damit es den Dichtern nicht an Stoff fehle Und dies ordnen gerade so die Götter Homers an welchen an der Lustbarkeit der kommenden Geschlechter sehr viel gelegen scheint aber allzu wenig an uns, den Gegenwärtigen dass je solche Gedanken in den Kopf eines Griechen gekommen sind Nachträgliche Rechtfertigung des Daseins Manche Gedanken sind als Irrtümer und Phantasmen in die Welt getreten aber zu Wahrheiten geworden weil die Menschen ihnen hinterdrein ein wirkliches Substrat untergeschoben haben Pro und Contra nötig Wer nicht begriffen hat dass jeder große Mann nicht nur gefördert sondern auch der allgemeinen Wohlfahrt wegen bekämpft werden muss ist gewiss noch ein großes Kind oder selber ein großer Mann Ungerechtigkeit des Genies Das Genie ist am ungerechtesten gegen die Genies falls sie seine Zeitgenossen sind Einmal glaubt es sie nicht nötig zu haben und hält sie deshalb überhaupt für überflüssig denn es ist ohne sie, was es ist So dann kreuzt ihr Einfluss die Wirkung seines elektrischen Stroms weshalb es sie sogar schädlich nennt Schlimmstes Schicksal eines Propheten Er arbeitete 20 Jahre daran seine Zeitgenossen von sich zu überzeugen Es gelingt ihm endlich Aber inzwischen war es seinen Gegnern auch gelungen Er war nicht mehr von sich überzeugt Drei Denker gleich einer Spinne In jeder philosophischen Sekte folgen drei Denker in diesem Verhältnis aufeinander Der erste erzeugt sich aus dem Saft und Samen Der zweite zieht ihn zu Fäden aus und spinnt ein künstliches Netz Der dritte lauert in diesem Netz auf Opfer, die sich hier verfangen und sucht von der Philosophie zu leben Aus dem Verkehr mit Autoren Es ist eine ebenso schlechte Manier, mit einem Autor umzugehen Wenn man ihn an der Nase fasst Wie wenn man ihn an seinem Horne fasst Und jeder Autor hat sein Horn Zwiegespann Unklarheit des Denkens und Gefühlsschwärmerei sind ebenso häufig mit dem rücksichtslosen Willen sich selber mit allen Mitteln durchzusetzen Sich allein gelten zu lassen Verbunden wie herzhaftes Helfen Gönnen und Wohlwollen Mit dem Triebe nach Helle und Reinlichkeit des Denkens Nach Mäßigung und An-sich-Halten des Gefühls Das Bindende und das Trennende Liegt nicht im Kopf für das, was die Menschen verbindet Das Verständnis für gemeinsamen Nutzen und Nachteil Und im Herzen das, was sie trennt Das Blinde auswählen und zutappen in Liebe und Hass Die Hinwendung zu einem auf Unkosten aller Und die daraus entspringende Verachtung des allgemeinen Nutzens Schützen und Denker Es gibt kuriose Schützen Welche zwar das Ziel verfehlen Aber mit dem heimlichen Stolz von Schießstangen abtreten Dass ihre Kugel jedenfalls sehr weit Allerdings über das Ziel hinaus geflogen ist Oder dass sie zwar nicht das Ziel Aber etwas anderes getroffen haben Und eben solche Denker gibt es Von zwei Seiten aus Man feindet eine geistige Richtung und Bewegung an Wenn man ihr überlegen ist Und ihr Ziel missbilligt Oder wenn ihr Ziel zu hoch Und unserem Auge unerkennbar Als wenn sie uns überlegen ist So kann dieselbe Partei von zwei Seiten aus Von oben und von unten her bekämpft werden Und nicht selten schließen die Angreifenden Aus gemeinsamen Hass ein Bündnis miteinander Das widerlicher ist als alles, was sie hassen Original Nicht, dass man etwas Neues zuerst sieht Sondern dass man das Alte, Altbekannte, von Jedermann Gesehene und Übersehene wie neu sieht Zeichnet die eigentlich originalen Köpfe aus Der erste Entdecker ist gemeinhin jener ganz gewöhnliche und geistlose Phantast Der Zufall Irrtum der Philosophen Der Philosoph glaubt, der Wert seiner Philosophie liege im Ganzen im Bau Die Nachwelt findet ihn im Stein, mit dem er baute und mit dem von da an noch oft und besser gebaut wird Also darin, dass jener Bau zerstört werden kann und doch noch als Material Wert hat Witz Der Witz ist das Epigramm auf den Tod eines Gefühls Im Augenblicke vor der Lösung In der Wissenschaft kommt es alle Tage und Stunden vor Dass einer unmittelbar vor der Lösung stehen bleibt Überzeugt, jetzt sei sein Bemühen völlig umsonst gewesen Gleich einem, der eine Schleife aufziehend Im Augenblicke, wo sie der Lösung am nächsten ist, zögert Denn da gerade sieht sie einem Knoten am ähnlichsten Unter die Schwärmer gehen Der besonnene und seines Verstandes sichere Mensch kann mit Gewinst ein Jahrzehnt unter die Phantasten gehen Und sich in dieser heißen Zone einer bescheidenen Tollheit überlassen Damit hat er ein gutes Stück Wegs gemacht, um zuletzt zu jenem Kosmopolitismus des Geistes zu gelangen Welcher ohne Anmaßung sagen darf Nichts Geistiges ist mir mehr fremd Scharfe Luft Das Beste und Gesündeste in der Wissenschaft wie im Gebirge ist die scharfe Luft, die in ihnen weht Die geistig Weichlichen wie die Künstler scheuen und verlästern dieser Luft halber die Wissenschaft Warum Gelehrte edler als Künstler sind Die Wissenschaft bedarf edlerer Naturen als die Dichtkunst Sie müssen einfacher, weniger ehrgeizig, enthaltsamer, stiller, nicht zu auf Nachruhm bedacht sein Und sich über Sachen vergessen, welche selten dem Auge vieler eines solchen Opfers der Persönlichkeit würdig erscheinen Dazu kommt eine andere Einbuße, deren sie sich bewusst sind Die Art ihrer Beschäftigung Die fortwährende Aufforderung zur größten Nüchternheit schwächt ihren Willen Das Feuer wird nicht so stark unterhalten wie auf dem Herde der dichterischen Naturen Und deshalb verlieren sie häufig in früheren Lebensjahren als jene ihre höchste Kraft und Blüte Und, wie gesagt, sie wissen um diese Gefahr Unter allen Umständen erscheinen sie unbegabter, weil sie weniger glänzen und werden für weniger gelten, als sie sind Inwiefern die Pietät verdunkelt Dem großen Manne macht man in späteren Jahrhunderten alle großen Eigenschaften und Tugenden seines Jahrhunderts zum Geschenk Und so wird alles Beste fortwährend durch die Pietät verdunkelt, welches als ein heiliges Bild ansieht, an dem man Weihgeschenke aller Art aufhängt und aufstellt Bis es endlich ganz durch dieselben verdeckt und umhüllt wird und förderhin mehr ein Gegenstand des Glaubens als des Schauens ist Auf dem Kopf verstehen Wenn wir die Wahrheit auf den Kopf stellen, bemerken wir gewöhnlich nicht, dass auch unser Kopf nicht dort steht, wo er stehen sollte Ursprung und Nutzen der Mode Die ersichtliche Selbstzufriedenheit des Einzelnen mit seiner Form macht die Nachahmung rege und erschafft allmählich die Form der Vielen, das heißt die Mode Diese vielen wollen durch die Mode eben jene so wohltuende Selbstzufriedenheit mit der Form und erlangen sie auch Wenn man erwägt, wie viele Gründe zur Ängstlichkeit und schüchternem sich Verstecken jeder Mensch hat Und wie drei Viertel seiner Energie und seines guten Willens durch jene Gründe gelähmt und unfruchtbar werden können So muss man der Mode vielen Dank zollen, insofern sie jenes drei Viertel entfesselt und Selbstvertrauen und gegenseitiges Heiteres Entgegenkommen denen mitteilt, welche sich untereinander an ihr Gesetz gebunden wissen Auch törichte Gesetze geben Freiheit und Ruhe des Gemüts, sofern sich nur viele ihnen unterworfen haben Zungenlöser Der Wert mancher Menschen und Bücher beruht allein in der Eigenschaft, jedermann zum Aussprechen des Verborgensten, Innersten zu nötigen Es sind Zungenlöser und Brecheisen für die verbissensten Zähne Auch manche Ereignisse und Übeltaten, welche scheinbar nur zum Fluche der Menschheit da sind, haben jenen Wert und Nutzen Freizügige Geister Wer von uns würde sich einen freien Geist zu nennen wagen, wenn er nicht auf seine Art jenen Männern, denen man diesen Namen als Schimpf anhängt, eine Huldigung darbringen möchte, indem er etwas von jener Last der öffentlichen Missgunst und Beschimpfung auf seine Schultern ladet Wohl aber dürften wir uns freizügige Geister in allem Ernste und ohne diesen hoch- und großmütigen Trotz nennen Weil wir den Zug zur Freiheit als stärksten Trieb unseres Geistes fühlen und im Gegensatz zu den gebundenen und festgewurzelten Intellekten unser Ideal fast in einem geistigen Nomadentum sehen Um einen bescheidenen und fast abschätzigen Ausdruck zu gebrauchen Ja, die Gunst der Musen Was Homer darüber sagt, greift ins Herz So wahr, so schrecklich es ist Herzlich liebt ihn die Muse und gab ihm Gutes und Böses Denn die Augen entnahm sie und gab ihm süßen Gesang ein Das ist ein Text ohne Ende für den Denkenden Gutes und Böses ist sie Das ist ihre Art von herzlicher Liebe Und jeder wird es sich besonders auslegen Warum wir Denker und Dichter unsere Augen daran geben müssen Gegen die Pflege der Musik Die künstlerische Ausbildung des Auges von Kindheit an Durch Zeichnen und Malen Durch Skizzen von Landschaften Personen, Vorgängen Bringt nebenbei den für das Leben unschätzbaren Gewinn mit sich Das Auge zum Beobachten von Menschen und Lagen Scharf, ruhig und ausdauernd zu machen Ein ähnlicher Nebenvorteil Er wächst aus der künstlerischen Pflege des Ohres nicht Weshalb Volksschulen im Allgemeinen gut tun werden Der Kunst des Auges vor der des Ohres den Vorzug zu geben Die Entdecker von Trivialitäten Subtile Geister, denen nichts ferner liegt als eine Trivialität Entdecken oft nach allerlei Umschweifen und Gebirgspfaden eine solche Und haben große Freude daran zur Verwunderung der Nichtsubtilen Moral der Gelehrten Ein regelmäßiger und schneller Fortschritt der Wissenschaften ist nur möglich, wenn der Einzelne nicht zu misstrauisch sein muss, um jede Rechnung und Behauptung anderer nachzuprüfen auf Gebieten, die im Ferne liegen Dazu aber ist die Bedingung, dass jeder auf seinem eigenen Felde Mitbewerber hat Die äußerst misstrauisch sind und ihm scharf auf die Finger sehen Aus diesem Nebeneinander von nicht zu misstrauisch und äußerst misstrauisch Entsteht die Rechtsschaffenheit in der Gelehrtenrepublik Grund der Unfruchtbarkeit Es gibt höchstbegabte Geister, welche nur deshalb immer unfruchtbar sind, weil sie aus einer Schwäche des Temperaments zu ungeduldig sind, ihre Schwangerschaft abzuwarten Verkehrte Welt der Tränen Das vielfache Missbehagen, welches die Ansprüche der höheren Kultur dem Menschen machen, verkehrt Endlich die Natur so weit, dass er für gewöhnlich starr und stoisch sich hält Und nur noch für die seltensten Anfälle des Glücks die Tränen übrig hat Ja, dass mancher schon bei dem Genusse der Schmerzlosigkeit weinen muss Nur im Glücke schlägt sein Herz noch Die Griechen als Dolmetscher Wenn wir von den Griechen reden, reden wir unwillkürlich zugleich von heute und gestern Ihre allbekannte Geschichte ist ein blanker Spiegel, der immer etwas widerstrahlt, was nicht im Spiegel selbst ist Wir benutzen die Freiheit, von ihnen zu reden, um von anderen schweigen zu dürfen Damit jene nur selber dem sinnenden Leser etwas ins Ohr sagen So erleichtern die Griechen dem modernen Menschen das Mitteilen von mancherlei schwer Mitteilbarem und Bedenklichem Vom erworbenen Charakter der Griechen Wir lassen uns leicht durch die berühmte griechische Helle Durchsichtigkeit, Einfachheit und Ordnung Durch das kristallhaft natürliche und zugleich kristallhaft künstliche Griechischer Werke verführen zu glauben Das sei alles den Griechen geschenkt Sie hätten zum Beispiel gar nicht anders gekonnt, als gut zu schreiben, wie dies Lichtenberg einmal aussprach Aber nichts ist voreiliger und unhaltsamer Die Geschichte der Prosa von Gorgias bis Demostenes zeigt ein Arbeiten und Ringen aus dem Dunklen Überladenen, Geschmacklosen heraus zum Lichte hin Dass man an die Mühsal der Herrone erinnert wird, welche die ersten Wege durch Wald und Sümpfe zu bahnen hatten Der Dialog der Tragödie ist die eigentliche Tat der Dramatiker Wegen seiner ungemeinen Helle und Bestimmtheit bei einer Volksanlage, welche im Symbolischen und Andeutenden schwelgte Und durch die große chronische Lyrik dazu noch einiges erzogen war Wie es die Tat Homers ist, die Griechen von dem asiatischen Pomp und dem dumpfen Wesen befreit Und die Helle der Architektur im Großen und Einzelnen errungen zu haben Es galt auch keineswegs für leicht, etwas recht rein und leuchtend zu sagen Woher sonst die hohe Bewunderung für das Epigramm des Simonides, das ja so schlicht sich gibt Ohne vergoldete Spitzen, ohne Arabesken des Witzes Aber es sagt, was es zu sagen hat Deutlich mit der Ruhe der Sonne, nicht mit der Effekthascherei eines Blitzes Weil das Zustreben zum Lichter aus einer gleichsam eingeborenen Dämmerung griechisch ist So geht ein Frohlocken durch das Volk beim Hören einer lakonischen Sentenz Bei der Sprache der Elegie, den Sprüchen der sieben Weisen Deshalb wurde das Vorschriftgeben in Versen, das uns anstößig ist, so geliebt Als eigentliche apollinische Aufgabe für den hellenischen Geist Um über die Gefahren des Metrons, über die Dunkelheit, welche der Poesie sonst eigen ist, Sieger zu werden Die Schlichtheit, die Geschmeidigkeit, die Nüchternheit sind der Volksanlage angerungen, nicht mitgegeben Die Gefahr eines Rückfalls ins Asiatische schwebte immer über den Griechen Und wirklich kam es von Zeit zu Zeit über sie wie ein dunkler, überschwemmender Strom mythischer Regungen Elementarer Wildheit und Finsternis Wir sehen sie untertauchen, wir sehen Europa gleichsam weggespült, überflutet Denn Europa war damals sehr klein Aber immer kommen sie auch wieder ans Licht Gute Schwimmer und Taucher, wie sie sind Das Volk des Odysseus Das Eigentliche Heidnische Vielleicht gibt es nichts Befremdenderes für den, welches sich die griechische Welt ansieht Es zu entdecken, dass die Griechen allen ihren Leidenschaften und bösen Naturhängen Von Zeit zu Zeit gleichsam Feste gaben Und sogar eine Art Festordnung ihres Allzumenschlichen von Staatswegen einrichteten Es ist dies, das Eigentliche Heidnische ihrer Welt Vom Christentume aus nie begriffen, nie zu begreifen und stets auf das Härteste bekämpft und verachtet Sie nahmen jenes Allzumenschliche als unvermeidlich und zogen vor, statt es zu beschimpfen Ihm eine Art Recht zweiten Ranges durch Einordnung in die Bräuche der Gesellschaft und des Kultus zu geben Ja, alles, was im Menschen Macht hat, nannten sie göttlich und schrieben es an die Wände ihres Himmels Sie leugnen den Naturtrieb, der in den schlechten Eigenschaften sich ausdrückt, nicht ab Sondern ordnen ihn ein und beschränken ihn auf bestimmte Kulte und Tage Nachdem sie genug Vorsichtsmaßregelungen erfunden haben, um jenen wilden Gewässern Einen möglichst unschädlichen Abfluss geben zu können Dies ist die Wurzel aller moralistischen Freisinnigkeit des Altertums Man gönnte dem Bösen und Bedenklichen, dem tierisch Rückständigen, ebenso sehr wie dem Barbaren, Vorgriechen und Asiaten, welche im Grunde des griechischen Wesens noch lebte, eine mäßige Entladung und strebte nicht nach seiner völligen Vernichtung Das ganze System solcher Ordnungen umfasste der Staat, der nicht auf einzelne Individuen oder Kasten, sondern auf die gewöhnlichen menschlichen Eigenschaften hin konstruiert war In seinem Bau zeigen die Griechen jenen wunderbaren Sinn für das typisch Tatsächliche, der sie später befähigte, Naturforscher, Historiker, Geografen und Philosophen zu werden Es war nicht ein beschränktes, priesterliches oder kastenmäßiges Sittengesetz, welches bei der Verfassung des Staates und Staatskultus zu entscheiden hatte Sondern die umfänglichste Rücksicht auf die Wirklichkeit alles Menschlichen Woher haben die Griechen diese Freiheit, diesen Sinn für das Wirkliche? Vielleicht von Homer und von den Dichtern vor ihm Denn gerade die Dichter, deren Natur nicht die gerechteste und weiseste zu sein pflegt Besitzen dafür jene Lust am Wirklichen, Wirkenden jeder Art Und wollen selbst das Böse nicht völlig verneinen Es genügt ihnen, dass es sich mäßige und nicht alles totschlage oder innerlich giftig mache Das heißt, sie denken ähnlich wie die griechischen Staatenbilder und sind deren Lehrmeister und Wegebahner gewesen Ausnahmegriechen In Griechenland waren die tiefen, gründlichen, ernsten Geister die Ausnahme Der Instinkt des Volkes ging vielmehr dahin, das Ernste und Gründliche als eine Art von Verzerrung zu empfinden Die Formen aus der Fremde entlehnen, nicht schaffen, aber zum schönsten Schein umbilden Das ist griechisch Nachahmen, nicht zum Gebrauch, sondern zur künstlerischen Täuschung Über den aufgezwungenen Ernst immer wieder Herr werden Ordnen, verschönen, verflachen So geht es fort von Homer bis zu den Sophisten des dritten und vierten Jahrhunderts der neuen Zeitrechnung Welche ganz Außenseite pomphaftes Wort, begeisterte Gebärde sind Und sich an lauter ausgehöhlte Scheinklang und effektlüsterne Seelen wenden Und nun würde man die Größe jener Ausnahme griechen, welche die Wissenschaft schufen Wer von ihnen erzählt, erzählt die heldenhafteste Geschichte des menschlichen Geistes Das Einfache, nicht das Erste, noch das Letzte der Zeit nach In die Geschichte der religiösen Vorstellungen wird viel falsche Entwicklung und Allmählichkeit hineingedichtet Bei Dingen, die in Wahrheit nicht aus- und hintereinander, sondern nebeneinander und getrennt aufgewachsen sind Namentlich ist das Einfache viel zu sehr noch im Rufe, das Älteste und Anfänglichste zu sein Nicht wenig Menschliches entsteht durch Subtraktion und Division Und gerade nicht durch Verdopplung, Zusatz, Zusammenbildung Man glaubt zum Beispiel immer noch an eine allmähliche Entwicklung der Götterdarstellung Von jenen ungefügen Holzklötzen und Steinen aus bis zur vollen Vermenschlichung hinauf Und doch steht es gerade so, dass solange die Gottheit in Bäume, Holzstücke, Steine, Tiere hineinverlegt Und empfunden wurde, man sich vor einer Anmenschlichung ihrer Gestalt wie vor einer Gottlosigkeit scheute Erst die Dichter haben, abseits vom Kultus und dem Banne der religiösen Scham Die innere Fantasie der Menschen daran gewöhnen, dafür willig machen müssen Überwogen aber wieder frömmere Stimmungen und Augenblicke So trat dieser befreiende Einfluss der Dichter wieder zurück Und die Helligkeit verblieb nach wie vor auf der Seite des ungetümlichen, unheimlichen, ganz eigentlich unmenschlichen Selbst aber vieles von dem, was die innere Fantasie sich zu bilden wagt Würde doch noch in äußere leibhafte Darstellung übersetzt peinlich wirken Das innere Auge ist um vieles kühner und weniger schamhaft als das äußere Woraus sich die bekannte Schwierigkeit und teilweise Unmöglichkeit ergibt Epische Stoffe in dramatische umzuwandeln Die religiöse Fantasie will lange Zeit durchaus nicht an die Identität des Gottes mit einem Bilde glauben Das Bild soll das Numen der Gottheit in irgendeiner geheimnisvollen, nicht völlig auszudenkenden Weise Das älteste Götterbild soll den Gott bergen und zugleich verbergen, ihn andeuten, aber nicht zur Schau stellen Kein Grieche hat je innerlich seinen Apollo als Holzspitzsäule, seinen Eros als Steinklumpen angeschaut Es waren Symbole, welche gerade Angst vor der Veranschaulichung machen sollten Ebenso steht es noch mit jenen Hölzern, denen mit dürftigster Schnitzerei einzelne Glieder mitunter in der Überzahl angebildet waren Wie ein lakonischer Apollo vier Hände und vier Ohren hatte In dem Unvollständigen, Andeutenden oder Übervollständigen liegt eine grausenhafte Heiligkeit, welche abwehren soll, an menschliches, Menschenartiges zu denken Es ist nicht eine embryonische Stufe der Kunst, in der man so etwas bildet Als ob man in der Zeit, wo man solche Bilder verehrte, nicht hätte deutlicher reden, sinnfälliger darstellen können Vielmehr scheut man gerade eins, das direkte Heraussagen Wie die Zeller das Allerheiligste, das eigentliche Numen der Gottheit birgt Und in geheimnisvolles Halbdunkel versteckt, doch nicht ganz Wie wiederum der perepterische Tempel die Zeller birgt Gleichsam mit einem Schirm und Schleier vor dem ungescheuten Auge schützt, aber nicht ganz So ist das Bild die Gottheit und zugleich versteckt der Gottheit Erst als außerhalb des Kultus, in der profanen Welt des Wettkampfes Die Freude an dem Sieger im Kampfe so hoch gestiegen war Dass die hier erregten Wellen in den See der religiösen Empfindungen hinüberschlugen Erst als das Standbild des Siegers in den Tempelhöfen aufgestellt wurde Und der fromme Besucher des Tempels freiwillig oder unfreiwillig Sein Auge wie eine Seele an diesem unumgänglichen Augenblick Menschlicher Schönheit und Überkraft gewöhnen musste Sodass bei der räumlichen und seelischen Nachbarschaft Mensch- und Gottverehrung ineinander überklangen Da erst verliert sich auch die Scheu vor der eigentlichen Vermenschlichung des Götterbildes Und der große Tummelplatz für die große Plastik wird aufgetan Auch jetzt noch mit der Beschränkung, dass überall, wo angebetet werden soll Die uralte Form und Hässlichkeit bewahrt und vorsichtig nachgebildet wird Aber der weihende und schenkende Helene darf seiner Kunst, Gott Mensch werden zu lassen, Jetzt in aller Seligkeit nachhängen Wohin man reisen muss Die unmittelbare Selbstbeobachtung reicht lange nicht aus, um sich kennenzulernen Wir brauchen Geschichte, denn die Vergangenheit strömt in hundert Wellen in uns fort Wir selber sind ja nichts als das, was wir in jedem Augenblick von diesem Fortströmen empfinden Auch hier sogar, wenn wir in den Fluss unseres anscheinend eigensten und persönlichsten Wesens hinabsteigen wollen Das ist eine Wahrheit, die allmählich zwar altbacken geworden Aber trotzdem ebenso kräftig und nahhaft geblieben ist, wie sie es je war Ebenso wie jene, dass, um Geschichte zu verstehen, man die lebendigen Überreste geschichtlicher Epochen aufsuchen müsse Dass man reisen müsse, die Altvater-Herodet-Reise zu Nationen Diese sind ja nur festgewordene ältere Kulturstufen, auf die man sich stellen kann Zu sogenannten wilden und halbwilden Völkerschaften namentlich Dorthin, wo der Mensch das Kleid Europas ausgezogen oder noch nicht ausgezogen hat Nun gibt es aber noch eine freiere Kunst und Absicht des Reisens Welche es nicht immer nötig macht, von Ort zu Ort und über tausende von Meilen hin den Fuß zu setzen Es leben sehr wahrscheinlich die letzten drei Jahrhunderte In allen ihren Kulturfärbungen und Strahlenbrechungen auch in unserer Nähe noch fort Sie wollen nur entdeckt werden In manchen Familien, ja in einzelnen Menschen, liegen die Schichten schön und übersichtlich noch übereinander Anderswo gibt es schwieriger zu verstehende Verwerfungen des Geistes Gewiss hat man sich in abgelegenen Gegenden, in weniger bekannten Gebirgstälern, umschlosseneren Gemeinwesen Ein ehrwürdiges Musterstück viel älterer Empfindungen leichter erhalten können Und muss hier aufgespürt werden Während es zum Beispiel unwahrscheinlich ist In Berlin, wo der Mensch ausgelaugt und abgebrüht zur Welt kommt Solche Entdeckungen zu machen Wer nach langer Übung in dieser Kunst des Reisens zum hundertäugigen Argos geworden ist Der wird seine Jo, ich meine sein Ego, endlich überall hin begleiten Und in Ägypten und Griechenland, Byzanz und Rom, Frankreich und Deutschland In der Zeit der wandernden oder der festsitzenden Völker In Renaissance und Reformation In Heimat und Fremde, ja in Meer, Wald, Pflanze und Gebirge Die Reiseabenteuer dieses werdenden und verwandelten Ego wiederentdecken So wird Selbsterkenntnis zur Allerkenntnis in Hinsicht auf das Vergangene Wie nach einer anderen, hier nur anzudeutenden Betrachtungskette Selbstbestimmung und Selbsterziehung in den freiesten und weitestblickenden Geistern Einmal zur Allbestimmung in Hinsicht auf alles zukünftige Menschentum werden könnte Balsam und Gift Man kann es nicht gründlich genug erwägen Das Christentum ist die Religion des altgewordenen Altertums Seine Voraussetzungen sind entartete alte Kulturvölker Auf diese vermochte und vermag es wie ein Balsam zu wirken In Zeitaltern, wo die Ohren und Augen voller Schlamm sind So dass sie die Stimme der Vernunft und Philosophie nicht mehr zu vernehmen Die leibhaft wandelnde Weisheit Trage sie nun den Namen Epiktet oder Epikur Nicht mehr zu sehen vermögen Da mag vielleicht noch das aufgerichtete Marterkreuz Und die Posaune des jüngsten Gerichts wirken Um solche Völker noch zu einem anständigen Ausleben zu bewegen Man denke an das Rom Juvenals An diese Giftkröte mit den Augen der Venus Da lernt man, was es heißt, ein Kreuz vor der Welt schlagen Da verehrt man die stille christliche Gemeinde Und ist dankbar für ihr Überwuchern des griechisch-römischen Erdreichs Wenn die meisten Menschen damals gleich mit der Verknechtung der Seele Mit der Sinnlichkeit von Greisen geboren wurden Welche Wohltat jenen Wesen zu begegnen Die mehr Seelen als Leiber waren Und welche die griechische Vorstellung von den Hades-Schatten Zu verwirklichen schienen Scheue, dahinhuschende, zirpende, wohlwollende Gestalten Mit einer Anwartschaft auf das bessere Leben Und dadurch so anspruchslos So stillverachtend So stolz geduldig geworden Dies Christentum als Abendläuten des guten Altertums Mit zersprungener müder und doch wohltönender Glocke Ist selbst für den, welcher jetzt jene Jahrhunderte Nur historisch durchwandert Ein Ohrenbalsam Was muss es für jene Menschen selber gewesen sein? Dagegen ist das Christentum für junge, frische Barbarenvölker Gift In die Helden, Kinder und Tierseelen des alten Deutschen zum Beispiel Die Lehre von der Sündhaftigkeit und Verdammnis hinein zu pflanzen Heißt nichts anderes als sie vergiften Eine ganz ungeheuerliche chemische Gärung und Zersetzung Ein Durcheinander von Gefühlen und Urteilen Ein Wuchern und Bilden des Abenteuerlichsten Musste die Folge sein Und also im weiteren Verlaufe eine gründliche Schwächung Solche Barbarenvölker Freilich, was hätten wir ohne diese Schwächung noch von der griechischen Kultur Was von der ganzen Kulturvergangenheit des Menschengeschlechts Denn die vom Christentume unangetasteten Barbaren Verstanden gründlich mit alten Kulturen aufzuräumen Wie es zum Beispiel die heidnischen Eroberer des romanisierten Britannien Mit furchtbarer Deutlichkeit bewiesen haben Das Christentum hat wieder seinen Willen helfen müssen Die antike Welt unsterblich zu machen Nun bleibt auch hier wieder eine Gegenfrage Und die Möglichkeit einer Gegenrechnung übrig Wäre vielleicht ohne jene Schwächung durch das erwähnte Gift Eine oder die andere jene frischen Völkerschaften Etwa die Deutsche Imstande gewesen allmählich von selber eine höhere Kultur zu finden Eine eigene neue Von welcher somit der Menschheit selbst Der entfernteste Begriff verloren gegangen wäre So steht es auch hier wie überall Man weiß nicht christlich zu reden Ob Gott dem Teufel oder der Teufel Gott Mehr Dank dafür schuldig ist Dass alles so gekommen ist Wie es ist Glaube macht selig und verdammt Ein Christ, der auf unerlaubte Gedankengänge gerät Könnte sich wohl einmal fragen Ist es eigentlich nötig Dass es einen Gott Nebst einem stellvertretenden Sündenlamme Wirklich gibt Wenn schon der Glaube an das Dasein dieser Wesen ausreicht Um die gleichen Wirkungen hervorzubringen Sind es nicht überflüssige Wesen Falls sie doch existieren sollten Denn alles Wohltuende Tröstliche Versittlichende Ebenso wie alles Verdüsternde und Zermalmende Welches die christliche Religion der menschlichen Seele gibt Geht von jenem Glauben aus Und nicht von den Gegenständen jenes Glaubens Es steht hier nicht anders Als bei dem bekannten Falle Zwar hat es keine Hexen gegeben Aber die furchtbaren Wirkungen des Hexenglaubens Sind dieselben gewesen Wie wenn es wirklich Hexen gegeben hätte Für alle jene Gelegenheiten Wo der Christ das unmittelbare Eingreifen Eines Gottes erwartet Aber umsonst erwartet Weil es keinen Gott gibt Ist seine Religion erfinderisch genug In Ausflüchten und Gründen zur Beruhigung Hierin ist es sicherlich eine geistreiche Religion Zwar hat der Glaube bisher noch Keine wirklichen Berge versetzen können Ob schon dies ich weiß nicht Wer behauptet hat Aber er vermag Berge dorthin zu setzen Wo keine sind Tragikomödie von Regensburg Hier und da kann man mit einer erschreckenden Deutlichkeit Das Possenspiel der Fortuna sehen Wie sie an wenig Tage An einem Ort An die Zustände und Meinungen Eines Kopfes das Seil Der nächsten Jahrhunderte anknüpft An dem sie diese tanzen lassen will So liegt das Verhängnis der neueren deutschen Geschichte In den Tagen jener Disputation Der friedliche Ausgang der kirchlichen und sittlichen Dinge Ohne Religionskriege Gegenreformation Schien gewährleistet Ebenso die Einheit der deutschen Nation Der tiefe, milde Sinn des Contrarini Schwebte einen Augenblick über dem theologischen Gezänk Siegreich als Vertreter der reiferen italienischen Frömmigkeit Welche die Morgenröte der geistigen Freiheit Auf ihren Schwingen widerstrahlte Aber der knücherne Kopf Luthers Voller Verdächtigungen und unheimlicher Ängste Sträubte sich Weil die Rechtfertigung durch die Gnade Ihm als sein größter Fund und Wahlspruch erschien Glaubte er diesem Satze nicht im Munde von Italienern Während diese ihn, wie es bekannt war Schon viel früher gefunden Und durch ganz Italien in tiefer Stille verbreitet hatten Luther sah in dieser scheinbaren Übereinstimmung Die Tücken des Teufels Und verhinderte das Friedenswerk so gut er konnte Wodurch er die Absichten der Feinde des Reiches Ein gutes Stück vorwärts brachte Und nun nehme man an Um den Eindruck des schauerlich Possenhaften Noch mehr zu haben Hinzu, dass keiner der Sätze Über welche man sich damals in Regensburg stritt Weder der von der Erbsünde Noch der von der Erlösung durch Stellvertretung Noch der von der Rechtfertigung im Glauben Irgendwie wahr ist Oder auch nur mit der Wahrheit zu tun hat Dass sie alle jetzt als undiskutierbar erkannt sind Und doch wurde darüber die Welt in Flammen gesetzt Also über Meinungen, denen gar keine Dinge und Realitäten entsprechen Während in Betreff von rein philologischen Fragen Zum Beispiel nach der Erklärung der Einsetzungsworte des Abendmahls Doch wenigstens ein Streit erlaubt ist Weil hier die Wahrheit gesagt werden kann Aber wo nichts ist Da hat auch die Wahrheit ihr Recht verloren Zuletzt bleibt nichts übrig zu sagen Als dass damals allerdings Kraftquellen entsprungen sind So mächtig, dass ohne sie alle Mühlen der modernen Welt Nicht mit gleicher Stärke getrieben würden Und erst kommt es auf Kraft an Dann auf Wahrheit Oder auch dann noch lange nicht Nicht wahr, meine lieben Zeitgemäßen? Goethes Irrungen Goethe ist darin die große Ausnahme unter den großen Künstlern Dass er nicht in der Borniertheit seines wirklichen Vermögens lebte Als ob dasselbe an ihm selber und für alle Welt Das Wesentliche und Auszeichnende Das Unbedingte und Letzte sein müsse Er meinte zweimal etwas Höheres zu besitzen Als er wirklich besaß Und irrte sich in der zweiten Hälfte seines Lebens Wo er ganz durchdrungen von der Überzeugung erscheint Einer der größten wissenschaftlichen Entdecker und Lichtbringer zu sein Und ebenso schon in der ersten Hälfte seines Lebens Er wollte von sich etwas Höheres als die Dichtkunst ihm schien Und irrte sich schon darin Die Natur habe aus ihm einen bildenden Künstler machen wollen Das war sein innerlich glühendes und versengendes Geheimnis Das ihn endlich nach Italien trieb Damit er sich in diesem Warne noch recht austobe Und ihm jedes Opfer bringe Endlich entdeckte er Der Besonnene Allem Warnschaffenden an sich ehrlich abholde Wie ein trügerischer Kobold von Begierde Ihn zum Glauben an diesen Beruf gereizt habe Wie er von der größten Leidenschaft seines Wollens Sich losbinden und Abschied nehmen müsse Die schmerzlich schneidende und wühlende Überzeugung Es sei nötig, Abschied zu nehmen Ist völlig in der Stimmung des Tasso ausgeklungen Über ihm, dem gesteigerten Werte Liegt das Vorgefühl von Schlimmeren als der Tod ist Wie wenn sich einer sagt Nun ist es aus Nach diesem Abschiede Wie soll man weiterleben Ohne wahnsinnig zu werden Diese beiden Grundirrtümer seines Lebens Gaben Goethe angesichts einer rein literarischen Stellung Zur Poesie Wie damals die Welt allein sie kannte Eine so unbefangene und fast willkürlich erscheinende Haltung Abgesehen von der Zeit, wo Schiller Der arme Schiller, der keine Zeit hatte Und keine Zeit ließ Ihn aus der enthaltsamen Scheu vor der Poesie Aus der Furcht vor allem literarischen Wesen und Handwerk Heraustrieb Er scheint Goethe wie ein Grieche Der hier und da eine Geliebte besucht Mit dem Zweifel, ob es nicht eine Göttin sei Der keinen rechten Namen zu geben wisse Allem seinem Dichten Merkt man die anhauchende Nähe der Plastik und der Natur an Die Züge dieser vor ihm schwebenden Gestalten Und er meinte vielleicht immer nur Den Verwandlungen einer Göttin auf der Spur zu sein Wurden ohne Willen und Wissen Die Züge sämtlicher Kinder seiner Kunst Ohne die Umschweife des Irrtums Wäre er nicht Goethe geworden Das heißt der einzige deutsche Künstler der Schrift Der jetzt noch nicht veraltet ist Weil er ebenso wenig Schriftsteller als Deutscher von Beruf sein wollte Reisende und ihre Grade Unter den Reisenden unterscheide man nach fünf Graden Die des ersten niedrigsten Grades sind solche, welche reisen und dabei gesehen werden Sie werden eigentlich gereist und sind gleichsam blind Die Nächsten sehen wirklich selber in die Welt Die Dritten erleben etwas in Folge des Sehens Die vierten leben das Erlebte in sich hinein und tragen es mit sich fort Endlich gibt es einige Menschen der höchsten Kraft, welche alles Gesehene, nachdem es erlebt und eingelebt worden ist Endlich auch notwendig wieder aus sich heraus leben müssen In Handlungen und Werken, sobald sie nach Hause zurückgekehrt sind Diesen fünf Gattungen von Reisenden gleich Gehen überhaupt alle Menschen durch die ganze Wanderschaft des Lebens Die niedrigsten als reine Passiva Die höchsten als die handelnden und auslebenden Ohne allen Rest zurückbleibender innerer Vorgänger Im Höhersteigen Sobald man höher steigt als die, welche einen bisher bewunderten So erscheint man eben denen als gesunken und herabgefallen Denn sie vermeinten unter allen Umständen bisher mit uns Sei es auch durch uns auf der Höhe zu sein Maß und Mitte Von zwei ganz hohen Dingen, Maß und Mitte, redet man am besten nie Einige wenige kennen ihre Kräfte und Anzeichen aus den Mysterienpfaden innerer Erlebnisse und Umkehrungen Sie verehren in ihnen etwas Göttliches und scheuen das laute Wort Alle übrigen hören kaum zu, wenn davon gesprochen wird Und wähnen, es handle sich um Langeweile und Mittelmäßigkeit Jene etwa noch ausgenommen, welche einen anmahnenden Klang aus jenem Reiche einmal vernommen Aber gegen ihn sich die Ohren verstopft haben Die Erinnerung daran macht sie nun böse und aufgebracht Gehe du gen morgen, so werde ich gen Abend ziehen So zu empfinden ist das hohe Merkmal von Humanität im engeren Verkehre Ohne diese Empfindung wird jede Freundschaft, jede Jünger- und Schülerschaft irgendwann einmal zur Heuchelei Die Tiefen Tiefdenkende Menschen kommen sich im Verkehr mit anderen als Komödianten vor Weil sie sich da, um verstanden zu werden, immer erst eine Oberfläche anheucheln müssen Für die Verächter der Herdenmenschheit Wer die Menschen als Herde betrachtet und vor ihnen so schnell er kann, flieht Den werden sie gewiss einholen und mit ihren Hörnern stoßen Hauptvergehen gegen den Eitlen Wer einem anderen in der Gesellschaft Gelegenheiten macht, sein Wissen, Fühlen, Erfahren, glücklich darzulegen Stellt sich über ihn und begeht also, falls er nicht als Höherstehender von jenem ohne Einschränkung empfunden wird Ein Attentat auf dessen Eitelkeit Denn er gerade derselben Befriedigung zu geben glaubte Enttäuschung Wenn ein langes Leben und Tun samt Reden und Schriften von einer Person öffentlich Zeugnis ablegt So pflegt er Umgang mit ihr zu enttäuschen, aus doppelten Gründe Einmal, weil man zu viel von einer kurzen Zeitspanne Verkehrs erwartet Nämlich alles das, was erst die tausend Gelegenheiten des Lebens sichtbar werden ließen Und so dann, weil jeder Anerkannte sich keine Mühe gibt, im Einzelnen noch um Anerkennung zu bohlen Er ist zu nachlässig und wir sind zu gespannt Zwei Quellen der Güte Alle Menschen mit gleichmäßigen Wohlwollen behandeln Und ohne Unterschied der Person gütig sein Kann ebenso sehr der Ausfluss tiefer Menschenverachtung als gründlicher Menschenliebe sein Der Wanderer im Gebirge zu sich selber Es gibt sichere Anzeichen dafür, dass du vorwärts und höher hinaufgekommen bist Es ist jetzt freier und aussichtsreicher um dich als vor dem Die Luft weht dich kühler, aber auch milder an Du hast dir die Torheit verlernt, Milde und Wärme zu verwechseln Dein Gang ist lebhafter und fester geworden Mut und Besonnenheit sind zusammengewachsen Aus allen diesen Gründen wird dein Weg jetzt einsamer sein dürfen Und jedenfalls gefährlicher sein als dein früherer Wenn auch gewiss nicht in dem Maße, als die glauben Welche dich Wanderer vom dunstigen Tale aus auf dem Gebirge schreiten sehen Ausgenommen der Nächste Offenbar steht mein Kopf nur auf meinem eigenen Halse nicht recht Denn jeder andere weiß bekanntlich besser, was ich zu tun und zu lassen habe Nur mir selber weiß ich armer Schelm nicht zu helfen Sind wir nicht alle wie Bildsäulen, denen falsche Köpfe aufgesetzt wurden? Nicht wahr, mein geliebter Nachbar? Doch nein, du gerade bist die Ausnahme Vorsicht Mit Personen, denen die Scheu vor dem Persönlichen fehlt Muss man nicht umgehen oder unerbittlich ihnen vorher die Handschellen der Konvenienz anlegen Eitel erscheinen wollen Im Gespräch mit Unbekannten oder Halbbekannten nur ausgewählte Gedanken äußern Von seinen berühmten Bekanntschaften, bedeutenden Erlebnissen und Reisenreden Ist ein Anzeichen davon, dass man nicht stolz ist Mindestens, dass man nicht so scheinen möchte Die Eitelkeit ist die Höflichkeitsmaske des Stolzen Die gute Freundschaft Die gute Freundschaft entsteht, wenn man den anderen sehr achtet Und zwar mehr als sich selbst Wenn man ebenfalls ihn liebt, jedoch nicht so sehr als sich Und wenn man endlich zur Erleichterung des Verkehrs Den zarten Anstrich und Pflaum der Intimität hinzuzutun versteht Zugleich aber sich der wirklichen und eigentlichen Intimität Und der Verwechslung von Ich und Du weislich enthält Die Freunde als Gespenster Wenn wir uns stark verwandeln Dann werden unsere Freunde, die nicht verwandelten Zu Gespenstern unserer eigenen Vergangenheit Ihre Stimme tönt schattenhaft schauderlich zu uns heran Als ob wir uns selber hörten Aber jünger, härter, ungereifter Ein Auge und zwei Blicke Dieselben Personen, welche das Naturspiel des Gunst- und Gönnersuchenden Blicks haben Haben gewöhnlich auch, infolge ihrer häufigen Demütigung und Rachegefühle Den unverschämten Blick Die blaue Ferne Zeitlebens ein Kind Das klingt sehr rührend Ist aber nur das Urteil aus der Ferne In der Nähe gesehen und erlebt Heißt es immer Zeitlebens knabenhaft Vorteil und Nachteil im gleichen Missverständnis Die verstummende Verlegenheit des feinen Kopfes Wird gewöhnlich von Seiten der Unfeineren Als schweigende Überlegenheit gedeutet Und sehr gefürchtet Während die Wahrnehmung von Verlegenheit Wohlwollen erzeugen würde Der Weise sich als Narren gebend Die Menschenfreundlichkeit des Weisen Bestimmt ihn mitunter Sich erregt, erzürnt, erfreut zu stellen Um seine Umgebung durch die Kälte und Besonnenheit Seines wahren Wesens Nicht wehzutun Sich zur Aufmerksamkeit zwingen Sobald wir merken Dass jemand im Umgange und Gespräche mit uns Sich zur Aufmerksamkeit zwingen muss Haben wir einen vollgültigen Beweis dafür Dass er uns nicht oder nicht mehr liebt Weg zu einer christlichen Tugend Von seinen Feinden zu lernen Ist der beste Weg dazu, sie zu lieben Denn es stimmt uns dankbar gegen sie Kriegslist des Zudringlichen Der Zudringliche gibt auf unsere Konventionsmünze In Goldmünze heraus Und will uns dadurch nachträglich nötigen Unsere Konvention als Versehen Und ihn als Ausnahme zu behandeln Grund der Abneigung Wir werden manchen Künstler oder Schriftsteller feindlich Nicht weil wir endlich merken, dass er uns hintergangen hat Sondern weil er nicht feinere Mittel für nötig befand Um uns zu fangen Im Scheiden Nicht darin, wie eine Seele sich der Anderen nähert Sondern wie sie sich von ihr entfernt Erkenne ich ihre Verwandtschaft und Zusammengehörigkeit mit der Anderen Silenzium Man darf über seine Freunde nicht reden Sonst verredet man sich das Gefühl der Freundschaft Unhöflichkeit Unhöflichkeit ist häufig das Merkmal einer ungeschickten Bescheidenheit Welche bei einer Überraschung den Kopf verliert Und durch Grobheit dies verbergen möchte Verrechnung in der Ehrlichkeit Das bisher von uns Verschwiegene Erfahren mitunter gerade unsere neuesten Bekannten zuerst Wir meinen dabei törichterweise Es sei unser Vertrauensbeweis die stärkste Fessel Mit welcher wir sie festhalten könnten Aber sie wissen nicht genug von uns Um das Opfer unseres Aussprechens so stark zu empfinden Und verraten unsere Geheimnisse an andere Ohne an Verrat zu denken Sodass wir vielleicht darüber unsere alten Bekannten verlieren Im Vorzimmer der Gunst Alle Menschen, die man lange im Vorzimmer seiner Gunst stehen lässt Geraten in Gärung und werden sauer Warnung an die Verachteten Wenn man unverkennbar in der Achtung der Menschen gesunken ist So halte man mit den Zähnen an der Scham im Verkehre fest So verrät man den anderen, dass man auch in seiner eigenen Achtung gesunken ist Der Zynismus im Verkehre ist ein Anzeichen, dass der Mensch in der Einsamkeit sich selber als Hund behandelt Manche Unkenntnis adelt In Hinsicht auf die Achtung der Achtung gebenden Ist es vorteilhafter, gewisse Dinge ersichtlich nicht zu verstehen Auch die Ungewissheit gibt Vorrechte Der Widersacher der Grazie Der Unduldsame und Hochmütige mag die Grazie nicht Und empfindet sie wie einen leibhaft sichtbaren Vorwurf gegen sich Denn sie ist Toleranz des Herzens in Bewegung und Gebärde Beim Wiedersehen Wenn alte Freunde nach langer Trennung einander wiedersehen Ereignet es sich oft, dass sie sich bei Erwähnung von Dingen teilnahmsvoll stellen Die für sie ganz gleichgültig geworden sind Und mitunter merken es beide Wagen aber nicht, den Schleier zu heben Aus einem traurigen Zweifel So entstehen Gespräche wie im Totenreiche Nur Arbeitsame sich zu Freunden machen Der Müßige ist seinen Freunden gefährlich Denn weil er nicht genug zu tun hat Redet er davon, was seine Freunde tun und nicht tun Mischt sich endlich hinein und macht sich beschwerlich Weshalb man klugerweise nur mit arbeitsamen Freundschaft schließen soll Eine Waffe doppelt so viel als zwei Es ist ein ungleicher Kampf Wenn der eine mit Kopf und Herz Der andere nur mit dem Kopf für seine Sache spricht Der andere hat gleichsam Sonne und Wind gegen sich Und seine beiden Waffen stören sich gegenseitig Er verliert den Preis in den Augen der Wahrheit Dafür ist freilich der Sieg des Zweiteren mit seiner einen Waffe Selten ein Sieg nach dem Herzen aller anderen Zuschauer Und macht bei ihnen unbeliebt Tiefe und Trübe Das Publikum verwechselt leicht den, welcher im Trüben fischt Mit dem, welcher aus der Tiefe schöpft Ein Freund und Feind seine Eitelkeit demonstrieren Mancher misshandelt aus Eitelkeit Die Erhitzung des Herzens ist gewöhnlich mit der Krankheit von Kopf und Urteil verbunden Wem für einige Zeit an der Gesundheit des Letzteren gelegen ist Der muss also wissen, was er abzukühlen hat Unbesorgt für die Zukunft seines Herzens Denn ist man überhaupt der Erwärmung fähig So wird man auch wieder warm werden und seinen Sommer haben müssen Zur Mischung der Gefühle Gegen die Wissenschaft empfinden Frauen und selbstsüchtige Künstler etwas Das aus Neid und Sentimentalität zusammengesetzt ist Wenn die Gefahr am größten ist Man bricht das Bein selten, solange man im Leben mühsam aufwärts steigt Aber wenn man anfängt, es sich leicht zu machen und die bequemen Wege zu wählen Nicht zu zeitig Man muss sich in Acht nehmen, nicht zu zeitig scharf zu werden Wenn man zugleich damit zu zeitig dünn wird Freude am Widerspenstigen Der gute Erzieher kennt Fälle, wo er stolz darauf ist Dass sein Zögling wieder ihn sich selber treu bleibt Da nämlich, wo der Jüngling den Mann nicht verstehen darf Oder zu seinem Schaden verstehen würde Versuch der Ehrlichkeit Jünglinge, die ehrlicher werden wollen, als sie waren Suchen sich einen anerkannt Ehrlichen zum Opfer Dass sie zuerst anfallen, indem sie sich zu seiner Höhe hinaufzuschimpfen suchen Mit dem Hintergedanken, dass dieser erste Versuch jedenfalls ungefährlich sei Denn gerade jener dürfte die Unverschämtheit des Ehrlichen nicht züchtigen Das ewige Kind Wir meinen, das Märchen und das Spiel gehöre zur Kindheit Wir Kurzsichtigen Als ob wir in irgendeinem Lebensalter ohne Märchen und Spiel leben möchten Wir meinen es und empfinden es freilich anders Aber gerade dies spricht dafür, dass es dasselbe ist Denn auch das Kind empfindet das Spiel als seine Arbeit Und das Märchen als seine Wahrheit Die Kürze des Lebens sollte uns vor dem pedantischen Scheiden der Lebensalter bewahren Als ob jedes etwas Neues brächte Und ein Dichter einmal den Menschen von 200 Jahren Den, der wirklich ohne Märchen und Spiel lebt, vorführen Jede Philosophie ist Philosophie eines Lebensalters Das Lebensalter, in dem ein Philosoph seine Lehre fand Klingt aus ihm heraus Er kann es nicht verhüten So erhaben er sich auch über Zeit und Stunde fühlen mag So bleibt Schopenhauers Philosophie das Spiegelbild der hitzigen und schwermütigen Jugend Es ist keine Denkweise für ältere Menschen So erinnert Platos Philosophie an die mittleren 30er Jahre Wo ein kalter und ein heißer Strom aufeinander zuzubrausen pflegen So dass Staub und zarte Wölkchen und unter günstigen Umständen und Sonnenblicken Ein bezauberndes Regenbogenbild entsteht Vom Geiste der Frauen Die geistige Kraft einer Frau wird am besten dadurch bewiesen, dass sie aus Liebe zu einem Manne und dessen Geiste ihren eigenen zum Opfer bringt Und dass trotzdem ihr auf dem Neuen ihrer Natur ursprünglich fremden Gebiete, wohin die Sinnesart des Mannes sie drängt, sofort ein zweiter Geist nachwächst Erhöhung und Erniedrigung im Geschlechtlichen Der Sturm der Begierde reißt den Mann mitunter in eine Höhe hinauf, wo alle Begierde schweigt Dort, wo er wirklich liebt und noch mehr in einem besseren Sein als besseren Wollen lebt Und wiederum steigt ein gutes Weib, häufig aus wahrer Liebe bis herab zur Begierde und erniedrigt sich dabei vor sich selber Namentlich das Letztere gehört zu dem Herzbewegendsten, was die Vorstellung einer guten Ehe mit sich zu bringen vermag Das Weib erfüllt, der Mann verheißt Durch das Weib zeigt die Natur, womit sie bis jetzt bei ihrer Arbeit am Menschenbilde fertig wurde Durch den Mann zeigt sie, was sie dabei zu überwinden hatte, aber auch, was sie noch alles mit dem Menschen vorhat Das vollkommene Weib jeder Zeit ist der Müßiggang des Schöpfers an jedem siebenten Tage der Kultur Das Ausruhen des Künstlers in seinem Werke Umpflanzung Hat man seinen Geist verwendet, um über die Maßlosigkeit der Affekte Herr zu werden So geschieht es vielleicht mit dem leidigen Erfolge, dass man die Maßlosigkeit auf den Geist überträgt Und förderhin im Denken und Erkennenwollen ausschweift Das Lachen als Verräterei Wie und wann eine Frau lacht, das ist ein Merkmal ihrer Bildung Aber im Klange des Lachens enthüllt sich ihrer Natur Bei sehr gebildeten Frauen vielleicht sogar der letzte unlösbare Rest ihrer Natur Deshalb wird der Menschenprüfer sagen wie Horatz Aber aus verschiedenem Grunde Ridete Puele Aus der Seele der Jünglinge Jünglinge wechseln in Bezug auf dieselbe Person mit Hingebung und Unverschämtheit ab Weil sie im Grunde nur sich in dem Anderen verehren und verachten Zwischen beiden Empfindungen in Bezug auf sich selber hin und her taumeln müssen Solange sie noch nicht in der Erfahrung das Maß ihres Wollens und Könnens gefunden haben Zur Verbesserung der Welt Wenn man den unzufriedenen, schwarzgalligen und murrköpfen die Fortpflanzung verwehrte So könnte man schon die Erde in einen Garten des Glücks verzaubern Dieser Satz gehört in eine praktische Philosophie für das weibliche Geschlecht Seinem Gefühle nicht misstrauen Die frauenhafte Wendung Man solle seinem Gefühle nicht misstrauen Bedeutet nicht viel mehr als Man solle essen, was einem gut schmeckt Dies mag auch Namentlich für maßvolle Naturen eine gute Alltagsregel sein Andere Naturen müssen aber nach einem anderen Satz erleben Du musst nicht nur mit dem Munde, sondern auch mit dem Kopf essen Damit dich nicht die Naschhaftigkeit des Mundes zugrunde richtet Grausamer Einfall der Liebe Jede große Liebe bringt den grausamen Gedanken mit sich, den Gegenstand der Liebe zu töten Damit er ein für allemal dem frevelhaften Spiele des Wechsels entrückt sei Denn vor dem Wechsel graut der Liebe mehr als vor der Vernichtung Türen Das Kind sieht ebenso wie der Mann in allem, was erlebt, erlernt wird, Türen Aber jenem sind es Zugänge, diesem immer nur Durchgänge Mitleidige Frauen Das Mitleiden der Frauen, welches geschwätzig ist, trägt das Bett des Kranken auf offenen Markt Frühzeitiges Verdienst Wer jung schon sich ein Verdienst erwirbt, verlernt gewöhnlich dabei die Scheu vor dem Alter und dem Älteren Und schließt sich damit zu seinem größten Nachteile von der Gesellschaft der Reifen, Reifegebenden aus Sodass er trotz frühzeitigerem Verdienste länger als andere grün, zudringlich und knabenhaft bleibt Bausch und Bogenseelen Die Frauen und die Künstler meinen, dass, wo man ihnen nicht widerspreche, man nicht widersprechen könne Verehrung in zehn Punkten und stillschweigende Nichtbilligung in anderen zehn Scheint ihnen nebeneinander unmöglich, weil sie Bausch und Bogenseelen haben Junge Talente In Hinsicht auf junge Talente muss man streng nach der götischen Maxim verfahren Dass man oft dem Irrtume nicht schaden dürfte, um der Wahrheit nicht zu schaden Ihr Zustand ist gleich den Krankheiten der Schwangerschaft und bringt seltsame Gelüste mit sich Welche man ihnen, so gut es gehen will, befriedigen und nachsehen sollte, um der Frucht willen, die man von ihnen hofft Freilich muss man, als Krankenwärter dieser wunderlichen Kranken, die schwere Kunst der freiwilligen Selbstdemütigung verstehen Ekel an der Wahrheit Die Frauen sind so geartet, dass alle Wahrheit in Bezug auf Mann, Liebe, Kind, Gesellschaft, Lebensziel Ihnen Ekel macht, und dass sie sich an jedem zu Rechen suchen, welcher ihnen das Auge öffnet Die Quelle der großen Liebe Woher die plötzlichen Leidenschaften eines Mannes für ein Weib entstehen, die tiefen Innerlichen? Aus Sinnlichkeit allein am wenigsten Aber wenn der Mann Schwäche, Hilfsbedürftigkeit und zugleich Übermut in einem Wesen zusammenfindet So geht etwas in ihm vor, wie wenn eine Seele überwallen wollte Er ist im selben Augenblick gerührt und beleidigt Auf diesen Punkte entspringt die Quelle der großen Liebe Reinlichkeit Man soll den Sinn für Reinlichkeit im Kinde bis zur Leidenschaft entfachen Später erhebt er sich in immer neuen Verwandlungen Fast zu jeder Tugend hinauf und erscheint zuletzt als Kompensation alles Talents Wie eine Lichtfülle von Reinlichkeit, Mäßigkeit, Milde, Charakter Glück in sich tragend, Glück um sich verbreitend Von eitlen alten Männern Der Tiefsinn gehört der Tugend, der Klarsinn dem Alter zu Wenn trotzdem alte Männer mitunter in der Art der Tiefsinnigen reden und schreiben So tun sie dies aus Eitelkeit In dem Glauben, dass sie damit den Reiz des Jugendlichen, schwärmerischen, werdenden, ahnungs- und hoffnungsvollen annehmen Bedeutung des Neuen Männer benutzen Neuerlerntes oder Erlebtes förderhin als Pflugschar, vielleicht auch als Waffe Aber Weiber machen sofort daraus einen Putz für sich zurecht Recht haben bei den Zweigeschlechtern Gibt man einem Weibe zu, dass es Recht habe So kann es sich nicht versagen, erst noch die Ferse triumphierend auf den Nacken des Unterworfenen zu setzen Es muss den Sieg auskosten Während Mann gegen Mann sich in solchem Falle gewöhnlich des Rechthabens schämt Dafür ist der Mann an das Siegen gewöhnt Das Weib erlebt damit eine Ausnahme Entsagung im Willen zur Schönheit Um schön zu werden, darf ein Weib nicht für hübsch gelten wollen Das heißt, es muss in 99 Fällen, wo es gefallen könnte, es verschmähen Und hinterhertreiben zu gefallen Um einmal das Entzücken dessen einzuernten Dessen Seelenpforte groß genug ist, um Großes aufzunehmen Unbegreiflich, unausstehlich Ein Jüngling kann nicht begreifen, dass ein Älterer seine Entzückungen, Gefühlsmorgenröten, Gedankenwendungen und Aufschwünge auch einmal durchlebt habe Es beleidigt ihn schon zu denken, dass sie zweimal existiert hätten Aber ganz feindselig stimmt es ihn zu hören, dass, um fruchtbar zu werden, er jene Blüten verlieren, ihren Duft entbehren müsste Partei mit der Mine der Dulderin Jede Partei, die sich die Mine der Dulderin zu geben weiß, zieht die Herzen der Gutmütigen zu sich hinüber und gewinnt dadurch selber die Mine der Gutmütigkeit Zu ihrem größten Vorteil Behaupten sicherer als Beweisen Eine Behauptung wirkt stärker als ein Argument, wenigstens bei der Mehrzahl der Menschen Denn das Argument weckt Misstrauen Deshalb suchen die Volksredner, die Argumente ihrer Partei durch Behauptungen zu sichern Die besten Hehler Alle regelmäßig Erfolgreichen besitzen eine tiefe Verschlagenheit darin, ihre Fehler und Schwächen immer nur als anscheinende Stärken zum Vorschein zu bringen Weshalb sie dieselben ungewöhnlich gut und deutlich kennen müssen Von Zeit zu Zeit Er setzte sich in das Stadttor und sagte zu einem, der hindurchging, dies eben sei das Stadttor Jener entgegnete, es sei das eine Wahrheit, aber man dürfte nicht so viel Recht haben, wenn man Dank dafür haben wolle Oh, antwortete er, ich will auch keinen Dank Aber von Zeit zu Zeit ist es doch sehr angenehm, nicht nur Recht zu haben, sondern auch Recht zu behalten Die Tugend ist nicht von den Deutschen erfunden Goethes Vornehmheit und Neidlosigkeit Beethovens edle einsiedlerische Resignation Mozarts Anmut und Grazie des Herzens Handels unbeugsame Männlichkeit und Freiheit unter dem Gesetz Bachs getrostes und verklärtes Innenleben, welches nicht einmal nötig hat, auf Glanz und Erfolg zu verzichten Sind denn dies deutsche Eigenschaften? Wenn aber nicht, so zeigt es wenigstens, wonach Deutsche streben sollen und was sie erreichen können Piafraus oder etwas anderes Möchte ich mich irren Aber mich düngt, im gegenwärtigen Deutschland werde eine doppelte Art von Heuchlerei für jedermann für Pflicht des Augenblicks gemacht Man fordert ein Deutschtum aus reichspolitischer Besorgnis und ein Christentum aus sozialer Angst Beides aber nur in Worten und Gebärden und namentlich im Schweigen können Der Anstrich ist es, der jetzt so viel kostet, so hoch bezahlt wird Die Zuschauer sind es, deretwegen die Nation ihr Gesicht in deutsch- und christentümelnde Falten legt Inwiefern auch im Guten das Halbe mehr sein kann als das Ganze Bei allen Dingen, die auf Bestand eingerichtet werden und immer den Dienst vieler Personen erfordern muss manches weniger Gute zur Regel gemacht werden ob schon der Organisator das Bessere und Schwerere sehr gut kennt Aber er wird darauf rechnen, dass es nie an Personen fehle welche der Regel entsprechen können und er weiß, dass das Mittelgut der Kräfte die Regel ist Dies sieht ein Jüngling selten ein und glaubt dann als Neuerer Wunder, wie sehr er ihm rechte und wie seltsam die Blindheit der anderen sei Der Parteimann Der echte Parteimann lernt nicht mehr, er erfährt und richtet nur noch Während Solon, der nie Parteimann war, sondern neben und über den Parteien oder gegen sie sein Ziel verfolgte Bezeichnenderweise der Vater ihres schlichten Wortes ist in welchem die Gesundheit und Unausschöpflichkeit Athens beschlossen liegt Alt werde ich und immer lerne ich fort Was nach Goethe Deutsch ist Es sind die wahrhaft Unerträglichen, von denen man selbst das Gute nicht annehmen mag welche Freiheit der Gesinnung haben aber nicht merken, dass es ihnen an Geschmacks- und Geistesfreiheit fehlt Gerade dies ist aber, nach Goethes wohlgewogenem Urteil, deutsch Seine Stimme und sein Beispiel weisen darauf hin dass der Deutsche mehr sein müsse als ein Deutscher wenn er den anderen Nationen nützlich, ja nur erträglich werden wolle und in welcher Richtung er bestrebt sein solle über sich und außer sich hinaus zu gehen Wenn es Not tut, stehen zu bleiben Wenn die Massen zu wüten beginnen und die Vernunft sich verdunkelt tut man gut, sofern man der Gesundheit seiner Seele nicht ganz sicher ist unter einen Torweg unterzutreten und nach dem Wetter auszuschauen Umsturzgeister und Besitzgeister Das einzige Mittel gegen den Sozialismus das noch in eurer Macht steht, ist, ihn nicht herauszufordern das heißt, selber mäßig und genügsam leben die Schaustellung jeder Üppigkeit nach Kräften verhindern und dem Staate zu Hilfe kommen wenn er alles Überflüssige und Luxusähnliche empfindlich mit Steuern belegt Ihr wollt dies Mittel nicht? Dann, ihr reichen Bürgerlichen, die ihr euch liberal nennt gesteht es euch nur zu eure eigene Herzensgesinnung ist es welche ihr in den Sozialisten so furchtbar und bedrohlich findet in euch selber aber als unvermeidlich gelten lasst wie als ob sie dort etwas anderes wäre Hättet ihr, so wie ihr seid, euer Vermögen und die Sorge um dessen Erhaltung nicht diese eure Gesinnung würde euch zu Sozialisten machen Nur der Besitz unterscheidet zwischen euch und ihnen Euch müsst ihr zuerst besiegen wenn ihr irgendwie über die Gegner eures Wohlstandes siegen wollt Und wäre jener Wohlstand nur wirklich wohlbefinden er wäre nicht so äußerlich und neidherausfordernd er wäre mitteilender, wohlwollender, ausgleichender, nachhelfender Aber das Unechte und Schauspielerische eurer Lebensfreuden welche mehr im Gefühl des Gegensatzes das andere sie nicht haben und euch beneiden als im Gefühle der Krafterfüllung und Krafterhöhung liegen Eure Wohnungen, Kleider, Wagen, Schauläden, Gaumen und Tafelerfordernisse Eure lärmende Opern und Musikbegeisterung Endlich eure Frauen, geformt und gebildet Aber aus unedlem Metall Vergoldet, aber ohne Goldklang Als Schaustücke von euch gewählt Als Schaustücke sich selber gebend Das sind die giftträgerischen Verbreiter jener Volkskrankheit welche als sozialistische Herzenskretze sich jetzt immer schneller der Masse mitteilt aber in euch ihren ersten Sitz und Brüteherd hat Und wer hielte diese Pest jetzt noch auf? Taktik der Parteien Wenn eine Partei merkt, dass ein bisher Zugehöriger aus einem unbedingten Anhänger ein Bedingter geworden ist so erträgt sie dies so wenig dass sie durch allerlei Aufreizungen und Kränkungen versucht jenen zum entschiedenen Abfall zu bringen und zum Gegner zu machen Denn sie hat den Argwohn, dass die Absicht in ihrem Glauben etwas relativ Wertvolles zu sehen das ein Für und Wider ein Abwägen und Ausschneiden zulässt ihr gefährlicher sei als ein Gegnertum in Bausch und Bogen Zur Stärkung von Parteien Wer eine Partei innerlich stärken will biete ihr Gelegenheit um ersichtlich ungerecht behandelt werden zu müssen Dadurch sammelt sie ein Kapital guten Gewissens das ihr vielleicht bis dahin fehlte Für seine Vergangenheit sorgen Weil die Menschen eigentlich nur alles Altbegründete langsam Gewordene achten So muss der, welcher nach seinem Tode fortleben will nicht nur für Nachkommenschaft sondern noch mehr für eine Vergangenheit sorgen Weshalb Tyrannen jeder Art auch tyrannenhafte Künstler und Politiker der Geschichte gern Gewalt antun damit diese als Vorbereitung und Stufenleitern zu ihnen hin erscheine Parteischriftsteller Der Paukenschlag, mit welchem sich junge Schriftsteller im Dienste einer Partei so wohlgefallen klingt dem, welcher nicht zur Partei gehört wie Kettengerassel und erweckt eher Mitleiden als Bewunderung Gegen sich Partei ergreifen Unsere Anhänger vergeben es uns nie wenn wir gegen uns selbst Partei ergreifen Denn dies heißt, in ihren Augen nicht nur ihre Liebe zurückweisen sondern auch ihren Verstand bloßstellen Gefahr im Reichtum Nur wer Geist hat, sollte Besitz haben Sonst ist der Besitz gemeingefährlich Der Besitzende nämlich der von der freien Zeit welche der Besitz ihm gewähren könnte keinen Gebrauch zu machen versteht wird immer fortfahren nach Besitz zu streben Dieses Streben wird seine Unterhaltung seine Kriegslist im Kampf mit der Langeweile sein So entsteht zuletzt aus mäßigem Besitz welcher dem Geistigen genügen würde der eigentliche Reichtum Und zwar ist das gleißende Erlebnis geistiger Unselbstständigkeit und Armut Nur erscheint er eben ganz anders als seine armselige Abkunft erwarten lässt weil er sich mit Bildung und Kunst maskieren kann Er kann eben die Maske kaufen Dadurch erweckt er Neid bei den Ärmeren und Ungebildeteren welche im Grunde immer die Bildung beneiden und in der Maske nicht die Maske sehen und bereitet allmählich eine soziale Umwälzung vor Denn vergoldete Rohheit und schauspielerisches Sichblähen im angeblichen Genusse der Kultur gibt jenen den Gedanken ein Es liegt nur am Gelde während allerdings etwas am Gelde liegt aber vielmehr am Geiste Freude im Gebieten und Gehorchen Das Gebieten macht Freude wie das Gehorchen Ersteres, wenn es noch nicht zur Gewohnheit geworden ist Letzteres aber, wenn es zur Gewohnheit geworden ist Alte Diener unter neuen Gebietenden fördern sich gegenseitig im Freude machen Ehrgeiz des verlorenen Postens Es gibt einen Ehrgeiz des verlorenen Postens welche eine Partei dahin drängt sich in eine äußerste Gefahr zu begeben Wann Esel Not tun Man wird die Menge nicht eher zum Hosianna-Rufen bringen bis man auf einem Esel in die Stadt einreitet Parteisitte Eine jede Partei versucht das Bedeutende, das außer ihr gewachsen ist als unbedeutend darzustellen Gelingt es ihr aber nicht so feindet sie es umso bitterer an je vortrefflicher es ist Leer werden Von dem, der sich den Ereignissen hingibt bleibt immer weniger übrig Große Politiker können deshalb ganz leere Menschen werden und doch einmal voll und reich gewesen sein Erwünschte Feinde Die sozialistischen Regungen sind den dynastischen Regierungen jetzt immer noch eher angenehm als furchteinflößend weil sie durch dieselben Recht und Schwert zu Ausnahmemaßregeln in die Hände bekommen mit denen sie ihre eigentlichen Schreck gestalten die Demokraten und Antidynasten treffen können Zu allem, was solche Regierungen öffentlich hassen haben sie jetzt eine heimliche Zuneigung und Innigkeit sie müssen ihre Seele verschleiern Der Besitz besitzt Nur bis zu einem gewissen Grade macht der Besitz eines Menschen unabhängig freier Eine Stufe weiter und der Besitz wird zum Herrn der Besitzer zum Sklaven als welche ihm seine Zeit sein Nachdenken zum Opfer bringen muss und sich fürderhin zu einem Verkehr verpflichtet an einem Orte angenagelt einem Staate einverleibt fühlt alles vielleicht wieder sein innerlichstes und wesentlichstes Bedürfnis Von der Herrschaft der Wissenden Es ist leicht zum Spotten leicht das Muster zur Wahl einer gesetzgebenden Körperschaft aufzustellen Zuerst hätten die Redlichen und Vertrauenswürdigen eines Landes welche zugleich irgendworin Meister und Sachkenner sind sich auszuscheiden durch gegenseitige Auswitterung und Anerkennung Aus ihnen wiederum müssten sich in enger Wahl die in jeder Einzelart Sachverständigen und Wissenden ersten Ranges auswählen gleichfalls durch gegenseitige Anerkennung und Gewährleistung Bestünde aus ihnen die gesetzgebende Körperschaft so müssten endlich für jeden einzelnen Fall nur die Stimmen und Urteile der speziellsten Sachverständigen entscheiden und die Ehrenhaftigkeit aller Übrigen groß genug und einfach zur Sache des Anstandes geworden sein die Abstimmung dabei auch nur jenen zu überlassen so dass im strengsten Sinne das Gesetz aus dem Verstande der Verständigsten hervorginge jetzt stimmen Parteien ab und bei jeder Abstimmung muss es hunderte von beschämten Gewissen geben die der schlecht unterrichteten urteilsunfähigen die der nachsprechenden nachgezogenen fortgerissenen nichts erniedrigt die Würde jedes neuen Gesetzes so als dieses anklebende Schamrot der Unredlichkeit zu der jede Partei Abstimmung zwingt aber wie gesagt es ist leicht zum Spotten leicht so etwas aufzustellen keine Macht der Welt ist stark genug das Bessere zu verwirklichen es sei denn dass der Glaube an die höchste Nützlichkeit der Wissenschaft und der Wissenden endlich auch dem Böswilligen einleuchte und dem jetzt herrschenden Glauben an die Zahl vorgezogen werde im Sinne dieser Zukunft sei unsere Losung mehr Ehrfurcht vor dem Wissenden und nieder mit allen Parteien vom Volke der Denker oder des schlechten Denkens das undeutliche schwebende ahnungsvolle elementarische intuitive um für unklare Dinge auch unklare Namen zu wählen was man dem deutschen Wesen nachsagt wäre wenn es tatsächlich noch bestünde ein Beweis dass seine Kultur um viele Schritte zurückgeblieben und auch immer von Bann und Luft des Mittelalters umschlossen wäre freilich liegen in einer solchen Zurückgebliebenheit auch einige Vorteile die Deutschen wären mit diesen Eigenschaften wenn sie dieselben nochmals gesagt jetzt noch besitzen sollten zu einigen Dingen und namentlich zum Verständnis einiger Dinge befähigt zu welchen andere Nationen alle Kraft verloren haben und sicher geht viel verloren wenn der Mangel an Vernunft das heißt eben das Gemeinsame in jenen Eigenschaften verloren geht aber hier gibt es auch keine Einbuße ohne den höchsten Gegengewinn so dass jeder Grund zum Jammern fehlt vorausgesetzt dass man nicht wie Kinder und Leckerhafte die Früchte aller Jahreszeiten zugleich genießen will Eulen nach Athen die Regierungen der großen Staaten haben zwei Mittel in den Händen das Volk von sich abhängig zu erhalten in Furcht und Gehorsam ein gröberes das Heer ein feineres die Schule Mithilfe des Ersteren bringen sie den Ehrgeiz der Höheren und die Kraft der niederen Schichten soweit beide tätigen und rüstigen Männern mittlerer und minderer Begabung zu eigen zu sein pflegen auf ihre Seite Mithilfe des anderen Mittels gewinnen sie die Begabte Armut namentlich die geistig anspruchsvolle Halbarmut der mittleren Stände für sich Sie machen vor allem aus den Lehren allen Grades einen unwillkürlich nach oben hinblickenden geistigen Hofstaat in dem sie der Privatschule und gar der ganz und gar missliebigen Einzelerziehung Stein über Stein in den Weg legen sichern sie sich die Verfügung über eine sehr bedeutende Anzahl von Leerstellen auf welche sich nun fortwährend eine gewiss fünfmal größere Anzahl von hungrig und unterwürfig blickenden Augen richtet als je Befriedigung finden können diese Stellungen dürfen ihren Mann aber nur kerklich nähren dann unterhält sich in ihm der Fieberdurst nach Beförderung und schließt noch enger an die Absichten der Regierung an denn eine mäßige Unzufriedenheit zu pflegen ist immer vorteilhafter als Zufriedenheit die Mutter des Mutes die Großmutter des Freisinns und des Übermutes vermittels dieses lieblich und geistig im Zaume gehaltenen Lehrertums wird nun so gut es gehen will alle Jugend des Landes auf eine gewisse dem Staate nützliche und zweckmäßig abgestufte Bildungshöhe gehoben vor allem aber wird jene Gesinnung fast unvermerkt auf die unreifen und ehrsüchtigen Geister aller Stände übertragen dass nur eine vom Staate anerkannte und abgestempelte Lebensrichtung sofort gesellschaftliche Auszeichnungen mit sich führt Die Wirkung dieses Glaubens an Staatsprüfungen und Titel geht so weit dass selbst unabhängig gebliebenen durch Handel oder Handwerk emporgestiegenen Männern solange ein Stachel der Unbefriedigung in der Brust bleibt bis auch ihre Stellung durch eine begnadigende Verleihung von Rang und Orden von oben her bemerkt und anerkannt ist bis man sich sehen lassen kann endlich verknüpft der Staat alle jene hundert und aberhundert ihm zugehörigen Beamtungen und Erwerbspersonen mit der Verpflichtung durch Staatsschulen sich bilden und abzeichnen zu lassen wenn man je in diese Pforten eingehen wolle Ehre bei der Gesellschaft Brot für sich Ermöglichung einer Familie Schutz von oben her Gemeingefühl der gemeinsam Gebildeten dies alles bildet ein Netz von Hoffnungen in welches jeder junge Mann hineinläuft woher sollte ihm denn das Misstrauen angeweht sein ist zu guter Letzt gar noch bei jedermann die Verpflichtung einige Jahre Soldat zu sein nach Ablauf weniger Generationen zu einer gedankenlosen Gewohnheit und Voraussetzung geworden auf welche hin man frühzeitig den Plan seines Lebens zurechtschneidet so kann der Staat auch noch den Meistergriff wagen Schule und Heer Begabung Ehrgeiz und Kraft durch Vorteile ineinander zu flechten das heißt den höher Begabten und Gebildeten durch günstigere Bildungen zum Heere zu locken und mit dem Soldatengeiste des freudigen Gehorsams zu erfüllen so dass er vielleicht dauernd zur Fahne schwört und durch seine Begabung ihr einen neuen immer glänzenderen Ruf verschafft dann fehlt nichts weiter als Gelegenheit zu großen Kriegen und dafür Sorgen von Berufswegen also in aller Unschuld die Diplomaten samt Zeitungen und Börsen denn das Volk als Soldatenvolk hat bei Kriegen immer ein gutes Gewissen man braucht es ihm nicht erst zu machen die Presse erwägt erwägt man wie auch jetzt noch alle großen politischen Vorgänge sich heimlich und verhüllt auf das Theater schleichen wie sie von unbedeutenden Ereignissen verdeckt werden und in ihrer Nähe klein scheinen wie sie erst lange nach ihrem Geschehen ihre tiefen Einwirkungen zeigen und den Boden nachzittern lassen welche Bedeutung kann man da der Presse zugestehen wie sie jetzt ist mit ihrem täglichen Aufwand von Lunge um zu schreien zu übertäuben zu erregen zu erschrecken ist sie mehr als der permanente blinde Lärm der die Ohren und Sinne nach einer falschen Richtung ablenkt nach einem großen Ereignis ein Volk und Mensch dessen Seele bei einem großen Ereignis zu Tage gekommen ist fühlt gewöhnlich darauf das Bedürfnis nach einer Kinderei oder Rohheit ebenso aus Scham als um sich zu erholen Gut Deutsch sein heißt sich eindeutschen Das worin man die nationalen Unterschiede findet ist viel mehr als man bis jetzt eingesehen hat nur der Unterschied verschiedener Kulturstufen und zum geringsten Teile etwas Bleibendes und auch dies nicht in einem strengeren Sinne Deshalb ist alles Argumentieren aus dem Nationalcharakter so wenig verpflichtend für den welcher an der Umschaffung der Überzeugungen das heißt an der Kultur arbeitet Erweckt man zum Beispiel was alles schon Deutsch gewesen ist so wird man die theoretische Frage was ist Deutsch sofort durch die Gegenfrage verbessern was ist jetzt Deutsch und jeder gute Deutsche wird sie praktisch gerade durch Überwindung seiner deutschen Eigenschaften lösen Wenn nämlich ein Volk vorwärts geht und wächst so sprengt es jedes Mal den Gürtel der ihm bis dahin sein nationales Ansehen gab Bleibt es stehen verkümmert es so schließt sich ein neuer Gürtel um seine Seele Die immer härter werdende Kruste baut gleichsam ein Gefängnis herum dessen Mauern immer wachsen Hat ein Volk also sehr viel Festes so ist dies ein Beweis dass es versteinern will und ganz und gar Monument werden möchte wie es von einem bestimmten Zeitpunkt an das Ägyptertum war Der also welche den Deutschen wohl will mag für seinen Teil zusehen wie er immer mehr aus dem was deutsch ist herauswachse Die Wendung zum Undeutschen ist deshalb immer das Kennzeichen der Tüchtigen unseres Volkes gewesen Ausländereien Ein Ausländer der in Deutschland reiste Missfiel und Gefiel durch einige Behauptungen je nach den Gegenden in denen er sich aufhielt Alle Schwaben die Geist haben pflegt er zu sagen sind kokett Die anderen Die anderen Schwaben Norddeutschen Wenn sich so viel viel erreiche doch im Genusse vor Begierde verschmachten ganz wie Faust aber vermutlich wie ein sehr pöbelhafter Faust Den Faust Teufel nämlich rief er zuletzt von dem die gebildeten Deutschen so geplagt werden hat Bismarck ihnen ausgetrieben Nun ist der Teufel aber in die Säue gefahren und schlimmer als je zuvor Meinungen Die meisten Menschen sind nichts und gelten nichts wie sie sich in allgemeine Überzeugungen und öffentliche Meinungen eingekleidet haben Nach der Schneider Philosophie Kleider machen Leute Von den Ausnahmemenschen aber muss es heißen erst der Träger macht die Tracht Hier hören die Meinungen auf öffentlich zu sein und werden etwas anderes als Masken Putz und Verkleidung Zwei Arten der Nüchternheit Um Nüchternheit aus Erschöpfung des Geistes nicht mit Nüchternheit aus Mäßigung zu verwechseln muss man darauf Acht haben dass die erstere übellaunig die andere frohmütig ist Verfälschung der Freude Keinen Tag länger eine Sache gutheißen als sie uns gut scheint und vor allem keinen Tag früher das ist das einzige Mittel sich die Freude echt zu erhalten die sonst allzu leicht fade und faul im Geschmack wird und jetzt für ganze Schichten des Volkes zu den verfälschten Lebensmitteln gehört der Tugendbock beim allerbesten was einer tut suchen die welche ihm wohlwollen aber seiner Tat nicht gewachsen sind schleunigst einen Bock um ihn zu schlachten wähnend es sei der Sündenbock aber es ist der Tugendbock Souveränität auch das schlechteste ehren und sich zu ihm bekennen wenn es einem gefällt und keinen Begriff davon haben wie man sich seines Gefallens schämen könne ist das Merkmal der Souveränität im Großen und Kleinen der Wirkende ein Phantom aber keine Wirklichkeit Der bedeutende Mensch lernt allmählich dass er sofern er wirkt ein Phantom in den Köpfen anderer ist und gerät vielleicht in die feine Seelenqual sich zu fragen ob er das Phantom von sich zum Besten seiner Mitmenschen nicht aufrecht erhalten müsse nehmen und geben wenn man einem das geringste weg oder vorweg genommen hat so ist er blind dafür dass man ihm viel Größeres ja das Größte gegeben hat der gute Acker alles abweisen und negieren zeigt einen Mangel an Fruchtbarkeit an im Grunde wenn wir nur gutes Ackerland wären dürften wir nichts unbenutzt umkommen lassen und in jedem Dinge Ereignisse und Menschen willkommenen Dünger Regen oder Sonnenschein sehen Verkehr als Genuss Hält sich einer mit entsagendem Sinne absichtlich in der Einsamkeit so kann er sich dadurch den Verkehr mit Menschen selten genossen zum Leckerbissen machen Öffentlich zu leiden verstehen Man muss sein Unglück affichieren und von Zeit zu Zeit hörbar seufzen sichtbar ungeduldig sein Denn ließe man die anderen merken wie sicher und glücklich in sich man trotz Schmerz und Entbehrung ist die neidisch und boswillig würde man sie machen Aber wir müssen Sorge dafür tragen dass wir unsere Mitmenschen nicht verschlechtern Überdies würden sie uns in jedem Falle harte Steuern auferlegen und unser öffentliches Leiden ist jedenfalls auch unser privater Vorteil Wärme in den Höhen Auf den Höhen ist es wärmer als man in den Tälern meint namentlich im Winter Der Denker weiß was alles dies Gleichnis besagt Das Gute Wollen das Schöne Können Es genügt nicht das Gute zu üben Man muss es gewollt haben und nach dem Worte des Dichters die Gottheit in seinen Willen aufnehmen Aber das Schöne darf man nicht wollen Man muss es können in Unschuld und Blindheit ohne alle Neubegier der Psyche Wer seine Laterne anzündet um vollkommene Menschen zu finden der achte auf dies Merkmal Es sind die welche immer um des guten Willen handeln und immer dabei das Schöne erreichen ohne daran zu denken Viele der Besseren und Edleren bleiben nämlich aus Unvermögen und Mangel an der schönen Seele mit allem ihrem guten Willen und ihren guten Werken unerquicklich und hässlich anzusehen Sie stoßen zurück und schaden selbst der Tugend durch das widrige Gewand welches ihr schlechter Geschmack derselben anlegt Gefahr der Entsagenden Man muss sich hüten sein Leben auf einen zuschmalen Grund von Begehrlichkeit zu gründen Denn wenn man den Freuden entsagt welche Stellungen Ehren Genossenschaften Wollüste Bequemlichkeiten Künste mit sich bringen So kann ein Tag kommen wo man merkt statt der Weisheit durch diese Verzichtleistung den Lebensüberdruss zum Nachbarn erlangt zu haben Letzte Meinung über Meinungen Entweder verstecke man seine Meinungen oder man verstecke sich hinter seine Meinungen Wer es anders macht der kennt den Lauf der Welt nicht oder gehört zum Orden der heiligen Tollkühnheit GAUDEAMUS Gleich einem seligen Schauder sie erfasst An einen Gelobten Solange man dich lobt, glaube nur immer, dass du noch nicht auf deiner eigenen Bahn Sondern auf der eines anderen bist Den Meister lieben Anders liebt der Gesell, anders der Meister den Meister Allzu Schönes und Menschliches Die Natur ist zu schön für dich, armen Sterblichen So empfindet man nicht selten, aber ein paar Mal Bei einem innigen Anschauen alles Menschlichen Seiner Fülle, Kraft, Zartheit, Verflochtenheit War es mir zumute, als ob ich sagen müsste, in aller Demut Auch der Mensch ist zu schön für den betrachtenden Menschen Und zwar nicht etwa nur der moralische Mensch, sondern jeder Bewegliche Habe und Grundbesitz Wenn einen das Leben einmal recht räuberhaft behandelt hat Und an Ehren, Freuden, Anhang, Gesundheit, Besitz aller Art nahm, was es nehmen konnte So entdeckt man vielleicht hinterdrein nach dem ersten Schrecken, dass man reicher ist als zuvor Denn jetzt erst weiß man, was einem so zu eigen ist, dass keine Räuberhand daran zu rühren vermag So geht man vielleicht aus aller Plünderung und Verwirrung mit der Vornehmheit eines großen Grundbesitzers hervor Unfreiwillige Idealfiguren Das peinlichste Gefühl, das es gibt, ist zu entdecken, dass man immer für etwas Höheres genommen wird, als man ist Denn man muss sich dabei eingestehen, irgendetwas an dir ist Lug und Trug Dein Wort, dein Ausdruck, dein Auge, deine Handlungen Und dieses trügerische Etwas ist so notwendig wie deine sonstige Ehrlichkeit Hebt aber deren Wirkung und Wert fortwährend auf Idealist und Lügner Man soll sich von dem schönsten Vermögen, dem, die Dinge ins Ideal zu heben Nicht tyrannisieren lassen Sonst trennt sich eines Tages die Wahrheit von uns mit dem bösen Wort Du Lügner von Grund aus, was habe ich mit dir zu schaffen? Missverstanden werden Wenn man als Ganzes missverstanden wird So ist es unmöglich, ein einzelnes Missverstanden werden von Grund aus zu heben Dies muss man einsehen, um nicht überflüssige Kraft in seiner Verteidigung zu verschwenden Der Wassertrinker spricht Trinke deinen Wein nur weiter, der dich dein Leben lang gelabt hat Was geht es dich an, dass ich ein Wassertrinker sein muss? Sind Wein und Wasser nicht friedfertige, brüderliche Elemente, die ohne Vorwurf beieinander wohnen? Aus dem Lande der Menschenfresser In der Einsamkeit frisst sich der Einsame selbst auf In der Vielsamkeit fressen ihn die vielen Nun wähle Im Gefrierpunkt des Willens Endlich einmal kommt sie doch Jene Stunde, die dich in die goldene Wolke der Schmerzlosigkeit einhüllen wird Wo die Seele ihre eigene Müdigkeit genießt Und glücklich im geduldigen Spiele mit ihrer Geduld Den Wellen eines Sees gleicht Die an einem ruhigen Sommertage Im Wiederglanze eines bunt gefärbten Abendhimmels Am Ufer schlürfen Schlürfen Und wieder Stille sind Ohne Ende Ohne Zweck Ohne Sättigung Ohne Bedürfnis Ganz Ruhe Ganz Ruhe Die sich am Wechsel freut Ganz zurück ebben und einfluten in den Pulsschlag der Natur Dies ist Empfindung und Rede aller Kranken Erreichen sie aber jene Stunden So kommt nach kurzem Genusse die Langeweile Dies aber ist der Tauwind für den eingefrorenen Willen Er erwacht, bewegt sich und zeugt wieder Wunsch auf Wunsch Wünschen ist ein Anzeichen von Genesung oder Besserung Das verleugnete Ideal Ausnahmsweise kommt es vor, dass einer das Höchste erst dann erreicht, wenn er sein Ideal verleugnet Denn dies Ideal trieb ihn bisher zu heftig an, sodass er in der Mitte der jedesmaligen Bahn außer Atem kam und stehen bleiben musste Verräterische Neigung Man beachte es als Merkmal eines neidischen, aber höchst strebenden Menschen, wenn er sich von dem Gedanken angezogen fühlt, dass es dem Vortrefflichen gegenüber nur eine Rettung gibt Wie der Witz mancher Menschen nicht mit der Gelegenheit gleichen Schritt hält, sodass die Gelegenheit schon durch die Türe hindurch ist, während der Witz noch auf der Treppe steht So gibt es bei anderen eine Art von Treppenglück, welches zu langsam läuft, um der schnellfüßigen Zeit immer zur Seite zu sein Das Beste, was sie von einem Erlebnis, einer ganzen Lebensstrecke zu genießen bekommen, fällt ihnen erst lange Zeit hinterher zu Oft nur als ein schwacher, gewürzter Duft, welcher Sehnsucht erweckt und Trauer Als ob es möglich gewesen wäre, irgendwann in diesem Element sich recht satt zu trinken Nun aber ist es zu spät Würmer Es spricht nicht gegen die Reife eines Geistes, dass er einige Würmer hat Der siegreiche Sitz Eine gute Haltung zu Pferd stiehlt dem Gegner den Mut, dem Zuschauer das Herz Wozu erst noch angreifen Sitze wie einer, der gesiegt hat Gefahr in der Bewunderung Man kann aus allzu großer Bewunderung für fremde Tugenden den Sinn für seine eigenen und durch Mangel an Überzeugung zuletzt diese selbst verlieren Ohne die Fremden dafür zum Ersatz zu erhalten Nutzen der Kränklichkeit Wer oft krank ist, hat nicht nur einen viel größeren Genuss an Gesundsein wegen seines häufigen Gesundwerdens Sondern auch einen höchst geschärften Sinn für gesundes und krankhaftes in Werken und Handlungen Eigenen und Fremden Sodass zum Beispiel gerade die kränklichen Schriftsteller Und darunter sind leider fast alle Großen In ihren Schriften einen viel sichereren und gleichmäßigeren Ton der Gesundheit zu haben pflegen Weil sie besser als die körperlich Robusten sich auf die Philosophie der seelischen Gesundheit und Genesung und ihre Lehrmeister Vormittag Sonnenschein, Wald und Wasserquelle verstehen Untreue Bedingung der Meisterschaft Es hilft nichts Jeder Meister hat nur einen Schüler Und der wird ihm untreu Denn er ist zur Meisterschaft auch bestimmt Nie umsonst Im Gebirge der Wahrheit kletterst du nie umsonst Entweder du kommst schon heute weiter hinauf Oder übst deine Kräfte, um morgen höher steigen zu können Vor grauen Fensterscheiben Ist denn das, was ihr durch dies Fenster von der Welt seht So schön, dass ihr durchaus durch kein anderes Fenster mehr blicken wollt Ja selbst andere davon abzuhalten, den Versuch macht? Anzeichen starker Wandlungen Es ist ein Zeichen, wenn man von lange Vergessenen oder Toten träumt, Dass man eine starke Wandlung in sich durchlebt hat Und dass der Boden, auf dem man lebt, völlig umgegraben worden ist Da stehen die Toten auf und unser Altertum wird Neutum Arznei der Seele Still liegen und wenig denken Ist das wohlfeilste Arzneimittel für alle Krankheiten der Seele Und wird, bei gutem Willen, von Stunde zu Stunde seines Gebrauchs angenehmer Zur Rangordnung der Geister Es ordnet dich tief unter jenen, dass du die Ausnahmen festzustellen suchst Jener aber die Regel Der Fatalist Du musst an das Fatum glauben Dazu kann die Wissenschaft dich zwingen Was dann aus diesem Glauben bei dir herauswächst Feigheit, Ergebung oder Großartigkeit und Freimut Das legt Zeugnis von dem Erdreich ab, in welches jenes Samenkorn gestreut wurde Nicht aber vom Samenkorn selbst Denn aus ihm kann alles und jedes werden Grund vieler Verdrießlichkeit Wer im Leben das Schöne dem Nützlichen vorzieht Wird sich gewiss zuletzt wie das Kind, welches Zuckerwerk dem Brote vorzieht Den Magen verderben und sehr verdrießlich in die Welt sehen Übermaß als Heilmittel Man kann sich seine eigene Begabung dadurch wieder schmackhaft machen Dass man längere Zeit die Entgegengesetzte übermäßig verehrt und genießt Das Übermaß als Heilmittel zu gebrauchen Ist einer der feineren Griffe in der Lebenskunst Wolle ein Selbst Die tätigen, erfolgreichen Naturen handeln nicht nach dem Spruche Kenne dich selbst Sondern wie als ob ihnen der Befehl vorschwebte Wolle ein Selbst So wirst du ein Selbst Das Schicksal scheint ihnen immer noch die Wahl gelassen zu haben Während die Untätigen und Beschaulichen darüber nachsinnen Wie sie jenes einem Mal beim Eintritt ins Leben gewählt haben Womöglich ohne Anhang leben Wie wenig Anhänger zu bedeuten haben Begreift man erst, wenn man aufgehört hat Der Anhänger seiner Anhänger zu sein Sich verdunkeln Man muss sich zu verdunkeln verstehen Um die Mückenschwärme allzu lästiger Bewunderer loszuwerden Langeweile Es gibt eine Langeweile der feinsten und gebildetsten Köpfe Denen das Beste, was die Erde bietet, schal geworden ist Gewöhnt daran, ausgesuchte und immer ausgesuchtere Kost zu essen Und vor der Gröberen sich zu ekeln Sind sie in Gefahr, Hungers zu sterben Denn des Allerbesten ist nur wenig da Und mitunter ist es unzugänglich oder steinhart geworden Sodass es auch gute Zähne nicht mehr beißen können Die Gefahr in der Bewunderung Die Bewunderung einer Eigenschaft oder Kunst Kann so stark sein, dass sie uns abhält, nach ihrem Besitz zu streben Was man von der Kunst will Der eine will vermittels der Kunst sich seines Wesens freuen Der andere mit ihrer Hilfe zeitweilig über sein Wesen hinaus Von ihm weg Nach beiden Bedürfnissen gibt es eine doppelte Art von Kunst und Künstlern Abfall Wer von uns abfällt, beleidigt damit vielleicht nicht uns Aber sicherlich unsere Anhänger Nach dem Tode Wir finden es gewöhnlich erst lange nach dem Tode eines Menschen Unbegreiflich, dass er fehlt Bei ganz großen Menschen oft erst nach Jahrzehnten Wer ehrlich ist, meint bei einem Todesfalle gewöhnlich Dass eigentlich nicht viel fehle Und dass der feierliche Leichenredner ein Heuchler sei Erst die Not lehrt das Nötigsein eines Einzelnen Und das rechte Epitaph ist ein später Seufzer Im Hades lassen Viele Dinge muss man im Hades halbbewussten Fühlens lassen Und nicht aus ihrem Schattendasein erlösen wollen Sonst werden sie als Gedanke und Wort unserer dämonischen Herrn Und verlangen grausam nach unserem Blut Nähe des Bettlertums Auch der reichste Geist hat gelegentlich den Schlüssel zu der Kammer verloren In der seine aufgespeicherten Schätze ruhen Und ist an dem Ärmsten gleich, der betteln muss, um nur zu leben Kettendenker Einem, der viel gedacht hat Erscheint jeder neue Gedanke, den er hört oder liest Sofort in Gestalt einer Kette Mitleid In der vergoldeten Scheide des Mitleids Steckt mitunter der Dolch des Neides Was ist Genie? Ein hohes Ziel und die Mittel dazu wollen Eitelkeit der Kämpfer Wer keine Hoffnung hat, in einem Kampfe zu siegen Oder ersichtlich unterlegen ist Will umso mehr, dass die Art seines Kämpfens bewundert werde Das philosophische Leben wird missgedeutet In dem Augenblicke, wo jemand anfängt, mit der Philosophie ernst zu machen Glaubt alle Welt das Gegenteil davon Nachahmung Das Schlechte gewinnt durch die Nachahmung an Ansehen Das Gute verliert dabei Namentlich in der Kunst Letzte Lehre der Historie Ach, dass ich damals gelebt hätte Das ist die Rede törichter und spielerischer Menschen Vielmehr wird man bei jedem Stück Geschichte Die man ernstlich betrachtet hat Und sei es das gelobteste Land der Vergangenheit Zuletzt ausrufen Nur nicht dahin wieder zurück Der Geist jener Zeit Würde mit der Last von hundert Atmosphären auf dich drücken Des Guten und Schönen an ihr Würdest du dich nicht erfreuen Ihr Schlimmes nicht verdauen können Zuverlässig wird die Nachwelt ebenso über unsere Zeit urteilen Sie sei unausstehlich Das Leben in ihr unlebebar gewesen Und doch hält es jeder in seiner Zeit aus? Ja, und zwar deshalb, weil der Geist seiner Zeit Nicht nur auf ihm liegt Sondern auch in ihm ist Der Geist der Zeit leistet sich selber Widerstand Trägt sich selber Großheit als Maske Mit Grobheit des Benehmens erbittert man seine Feinde Mit Neid, den man merken lässt Versöhnt man sie sich beinahe Denn der Neid vergleicht, setzt gleich Er ist eine unfreiwillige und stöhnende Art von Bescheidenheit Und ob hier und da Des erwähnten Vorteils halber Der Neid als Maske vorgenommen worden ist Von solchen, welche nicht neidisch waren? Vielleicht Sicherlich aber wird Großheit des Benehmens Oft als Maske des Neides gebraucht Von Ehrgeizigen, welche lieber Nachteile erleiden Und ihre Feinde erbittern wollen Als merken lassen, dass sie sich innerlich ihnen gleichsetzen Unverzeihlich Du hast ihm eine Gelegenheit gegeben Größe des Charakters zu zeigen Und er hat sie nicht benutzt Das wird er dir nie verzeihen Gegensätze Das Greisenhafteste, was je über den Menschen gedacht worden ist Steckt in dem berühmten Satze Das Ich ist immer hassenswert Das Kindlichste in dem noch berühmteren Liebe deinen Nächsten wie dich selbst Bei dem einen hat die Menschenkenntnis aufgehört Bei dem anderen noch gar nicht angefangen Das fehlende Ohr Man gehört noch zum Pöbel Solange man immer auf andere die Schuld schiebt Man ist auf der Bahn der Weisheit Wenn man immer nur sich selber verantwortlich macht Aber der Weise findet niemanden schuldig Weder sich noch andere Wer sagt dies? Epiktet vor 1800 Jahren Man hat es gehört, aber vergessen Nein, man hat es nicht gehört und nicht vergessen Nicht jedes Ding vergisst sich Aber man hatte das Ohr nicht dafür Das Ohr Epiktets So hat er es also sich selber ins Ohr gesagt? So ist es Weisheit ist das Gezischel des Einsamen Mit sich auf vollem Markte Fehler des Standpunktes Nicht des Auges Man steht sich selber immer einige Schritte zu nah Und dem Nächsten immer einige Schritte zu fern So kommt es, dass man ihn zu sehr in Bausch und Bogen beurteilt Und sich selber zu sehr nach einzelnen, gelegentlichen, unbeträchtlichen Zügen und Vorkommnissen Die Ignoranz in Waffen Wie leicht nehmen wir es, ob ein anderer von einer Sache weiß oder nicht Während er vielleicht schon bei der Vorstellung Blut schwitzt, dass man ihn hierin für unwissend halte Ja, es gibt ausgesuchte Narren, welche immer mit einem vollen Köcher von Bannflüchen und Machtsprüchen einhergehen Bereit, jeden niederzuschießen, der merken lässt Es gebe Dinge, worin ihr Urteil nicht in Betracht komme Am Trinktisch der Erfahrung Personen, welche aus angeborener Mäßigkeit jedes Glas halb ausgetrunken stehen lassen Wollen nicht zugeben, dass jedes Ding in der Welt seine Neige und Hefe habe Singvögel Die Anhänger eines großen Mannes pflegen sich zu blenden, um sein Lob besser singen zu können Nicht gewachsen Das Gute missfällt uns, wenn wir ihm nicht gewachsen sind Die Regel als Mutter oder als Kind Ein anderer Zustand ist der, welcher die Regel gebiert Ein anderer der, welchen die Regel gebiert Komödie Wir ernten mitunter Liebe und Ehre für Taten oder Werke, welche wir längst wie eine Haut von uns abgestreift haben Da werden wir leicht verführt, die Komödianten unserer eigenen Vergangenheit zu machen Und das alte Fell noch einmal über die Schultern zu werfen Und nicht nur aus Eitelkeit, sondern auch aus Wohlwollen gegen unsere Bewunderer Fehler der Biografen Die kleine Kraft, welche Not tut, um einen Kahn in den Strom hineinzustoßen Soll nicht mit der Kraft dieses Stromes, der ihn Förder hinträgt, verwechselt werden Aber es geschieht fast in allen Biografien Nicht zu teuer kaufen Wenn man teuer kauft, verwendet man gewöhnlich auch noch schlecht Weil ohne Liebe und mit peinlicher Erinnerung Und so hat man einen doppelten Nachteil davon Welche Philosophie immer der Gesellschaft Not tut Der Pfeiler der gesellschaftlichen Ordnung ruht auf dem Grunde, dass ein jeder auf das, was er ist, tut und erstrebt Auf seine Gesundheit oder Krankheit, seine Armut oder Wohlstand, seine Ehre oder Unansehnlichkeit Mit Heiterkeit hinblickt und dabei empfindet Ich tausche doch mit keinem Wer an der Ordnung der Gesellschaft bauen will Möge nur immer diese Philosophie der heiteren Tauschablehnung und Neidlosigkeit in die Herzen einpflanzen Anzeichen der vornehmen Seele Eine vornehme Seele ist die nicht, welche der höchsten Aufschwünge fähig ist Sondern jene, welche sich wenig erhebt und wenig fällt Aber immer in einer freieren, durchleuchteten Luft und Höhe wohnt Das Große und sein Betrachter Die beste Wirkung des Großen ist, dass es dem Betrachter ein vergrößerndes und abrundendes Auge einsetzt Sich genügen lassen Die erlangte Reife des Verstandes bekundet sich darin, dass man dorthin, wo seltene Blumen Unter den spitzigsten Dornenhecken der Erkenntnis stehen Nicht mehr geht und sich an Garten, Wald, Wiese und Ackerfeld genügen lässt In Anbetracht, wie das Leben für das Seltene und Außergewöhnliche zu kurz ist Vorteil in der Entbehrung Wer immer da in der Wärme und Fülle des Herzens und gleichsam in der Sommerluft der Seele lebt Kann sich jenes schauerliche Entzücken nicht vorstellen, welches winterlichere Naturen eingreift Die ausnahmsweise von den Strahlen der Liebe und dem lauen Anhauche eines sonnigen Februartages berührt werden Rezept für den Dulder Dir wird die Last des Lebens zu schwer So musst du die Last deines Lebens vermehren Denn der Dulder endlich nach dem Flusse Lete dürstet und sucht So muss er zum Helden werden, um ihn gewiß zu finden Der Richter Wer jemandes Ideal geschaut hat, ist dessen unerbitterlicher Richter und gleichsam sein böses Gewissen Nutzen der großen Entsagung Das Nützlichste an der großen Entsagung ist, dass sie uns jeden Tugendstolz mitteilt, vermöge dessen wir von da an leicht viele kleine Entsagungen von uns erlangen Wie die Pflicht Glanz bekommt Das Mittel, um deine ehrende Pflicht im Auge von jedermann in Gold zu verwandeln, heißt Halte immer etwas mehr, als du versprichst Gebet zu Menschen Vergib uns unsere Tugenden So soll man zu Menschen beten Schaffende und Genießende Jeder Genießende meint Dem Baume habe es an der Frucht gelegen Aber ihm lag am Samen Hierin besteht der Unterschied zwischen allen Schaffenden und Genießenden Der Ruhm aller Großen Was ist am Genie gelegen, wenn es nicht seinem Betrachter und Verehrer solche Freiheit und Höhe des Gefühls mitteilt, dass er des Genies nicht mehr bedarf Sich überflüssig machen Das ist der Ruhm aller Großen Die Hadesfahrt Auch ich bin in der Unterwelt gewesen wie Odysseus und werde es noch öfter sein Und nicht nur Hammel habe ich geopfert, um mit einigen Toten reden zu können, sondern des eigenen Bluts nicht geschont Vier Paare waren es, welche sich mit mir, dem Opfernden, nicht versagten Epikur und Montaigne Goethe und Spinoza Plato und Spinoza Plato und Spinoza Auf jene Acht hefte ich die Augen und sehe die Irigen auf mich geheftet Mögen die Lebenden es mir verzeihen, wenn sie mir mitunter wie die Schatten vorkommen So verblichen und verdrießlich, so unruhig und ach so lüstern nach Leben Während jene mir dann so lebendig scheinen, als ob sie nun nach dem Tode nimmermehr lebensmüde werden könnten Auf die ewige Lebendigkeit aber kommt es an Was ist am ewigen Leben und überhaupt am Leben gelegen?